Okay. Hi, ich bin nicht Pia. Keine Sorge, das ist keine Übernahme. Ich bin Mairi und ich bin die Spielleitung heute für Rasender Hunger. Wir spielen ein Pen & Paper, also ein Tischrollenspiel, wo alle, die dann hier gleich dazukommen, eine einzelne Rolle übernehmen werden. Ich als Spielleitung habe so etwas wie eine Story oder besser ein Setting, in dem sich die austoben können und dann, was passiert, hängt alles davon ab, was sie tun. Wir spielen mit einem regelleichten System, quasi fast ganz ohne Regeln, ohne Würfel und dergleichen, falls ihr jetzt zum Beispiel das gewöhnt seid, dass man normalerweise dann mit 20-seitigen Würfeln oder sowas würfelt. Alles nicht heute. Wir benutzen diesen Turm aus Holzklötzchen, der nicht weiter gebrandet sein muss, aber leider in dem Fall ist. Und da werden sie dann jedes Mal, wenn sie etwas machen, was vielleicht schief gehen könnte, eins von diesen Holzklötzchen rausziehen müssen. Sie haben jetzt schon Schiss davor. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, ihnen dabei zuzuschauen, wie sie mit wobbeligen Fingern dann versuchen, ihr Leben zu retten. Und wir haben uns darauf geeinigt, heute geht es um Zombies und wir starten das Spiel in einem Krankenhaus, weil warum nicht? Klassiker sind aus guten Gründen Klassiker. Ich werde, das ist ein Teil von Dread, das ist das System, das wir heute benutzen, gleich mit den Leuten zusammen die Charaktere erstellen. Oder ist es auch nicht, dass man dann fragt, wie viele Punkte hast du auf Stärke oder wie ist deine Fingerfertigkeit oder welche Zauber hast du? Erstens gibt es gar nicht. Wir spielen in einem realistischen Setting, abgesehen von den Zombies möglicherweise, und in einer semi-fiktiven Stadt irgendwo in den USA in einem Krankenhaus. Und die Charakterbögen bestehen darin, dass ich Fragen erstellt habe, die ihnen verschiedene Sachen nahelegen für den Charakter. Und sie müssen sie dann beantworten und damit mir dann tatsächlich das an die Hand geben, woraus ich ihnen dann im Laufe des Spiels einen Strick drehen kann. Da könnten Sachen zum Beispiel drinstehen, wie etwas, was für deinen Job wichtig ist, ist schon seit einem Monat kaputt und du vertuschst es. Warum? Und was beabsichtigst du damit? Und was ist es, das kaputt ist? Und dann legen sie selber fest, was ihre Figur schon gemacht hat, was ihr Hintergrund ist. Das macht es leichter, die Figuren so greifbar zu machen für die Leute, die mitspielen, leichter reinzukommen, denn das hier ist ein One-Shot. Wir spielen also nur heute Abend und nicht über eine längere Kampagne, wo man sich dann monatelang immer wieder trifft und auch richtig viel Zeit hat, in seine Figur reinzukommen. Deswegen, wir machen das alles hier direkt Fuß aufs Gas, wo es geht. Und dementsprechend machen wir einen Einstieg, wo man schon einen sehr schnellen Bild für sich selber auch von dem Charakter bekommt. Und danach machen wir ein bisschen Rollenspieletikette in dem Sinne, als dass wir darüber reden, was für uns okay ist, welche Aspekte von Horror wir wollen, und wie der Tonfall heute Abend sein soll und wie wir miteinander umgehen. Und danach, danach hetze ich ihn dann Monster auf den Halt. Nicht direkt von der ersten Sekunde an. Horror muss man langsam steigern, bis man dann den Leuten an der Gurgel packt. Die erste Person, die ich an der Gurgel packen darf, ist dann aber jetzt auch Pia, damit ihr sie nicht vermisst. Und dementsprechend würde ich mir sagen, du kannst reinkommen. Wir machen deinen Charakter, Pia. Hallo. Steht dir gut? Danke. Du hast dich entschieden für die Rolle der Security in St. Agatha Krankenhaus. Ich nehme das auch sehr ernst. Sicherheit ist sehr wichtig. Das werden wir jetzt rausfinden, wie wichtig das deinem Charakter ist. Red ist neu für dich, ne? Ja. Okay. Wie gut bist du in sowas? Hast du ruhige Hände? Lass uns nicht drüber reden. Okay. Wir werden es in Aktion feststellen müssen. Wir können jetzt mal langsam hier in diese Fragen reingehen, die uns ein klareres Bild von deinem Charakter geben sollen. Ich sage bewusst uns, weil auch dir. Weil bislang ist das so, Security hast du überlegt, nimmst du den Job ernst, also nicht in dergleichen. Und das werden wir jetzt mehr oder weniger Stückchen für Stückchen rausfinden. Die erste Frage. Heute Morgen hast du ein Auge zugedrückt und jemand durch eine Tür gelassen, ohne die nötigen Papiere oder Berechtigungen zu sehen. Wen, warum und wohin? Ich kann nicht widersprechen, ne? Das ist, du kannst ja auch sagen, die Schwester von dem Oberarzt in die Kantine, weil du sie gut kennst. Du hast selber in der Hand, wie schlimm das jetzt ist und in welche Richtung das geht. Du kannst ganz so auf Sicherheit gehen oder du kannst halt sagen, scheiß drauf, probieren wir es mal aus, auf Risiko zu spielen. Okay. Und wir notieren uns beide die Antwort, zumindest in Stichworten, damit wir es im Kopf haben. Weil ich dann nämlich dann noch Aspekte der Story da rausbasteln werde. Ich habe reingelassen Sarah. Sarah hat eine Liebschaft mit mir und ist eigentlich die Ehefrau des Chefarztes. Der Chefärztin. Also Chefarzt ist tatsächlich eine Doktor... Der Chefärztin, das ist auch völlig fein. Doktor Mac, ja. Doktor Alison Mac. Sehr gut. Meine große Liebe. Also es ist was Ernstes. Sarah oder Doktor Mac? Sarah ist deine große Liebe. Nee, Doktor Mac doch nicht. Die alte Schreckschraube. Und du hast sie reingelassen, einfach eine Zeit mit ihr zu verbringen? Oder wo wollte sie hin? Nee, nee, sie wollte quasi zu ihrer Frau und ich kenne sie und deswegen, und da wir uns ja auch, da wir auch Vertraute sind, war das halt, ja. Okay. Sie ist dann später wieder gegangen? Bestimmt ist sie irgendwann wieder gegangen. Ich habe es halt vielleicht nicht mitbekommen. Aber vielleicht ist sie auch noch drin. Vielleicht hatte ich auch Mittagspause und habe es dazwischen nicht mitbekommen. Vielleicht haben wir uns auch auf dem Klo getroffen. Das weiß ich nicht. Vielleicht finden wir das noch raus. Vielleicht finden wir das noch raus. Frage 2. Du hast einen EpiPen in der Tasche. Weißt du, was das ist? Ja. Das ist gegen, wenn man Allergiesachen hat, ne? Genau. Also wenn man eine sehr heftige Allergiereaktion hat, das ist Epinephrin drin. Das kann man sich dann spritzen und vermeidet damit einen sogenannten anaphylaktischen Schock. Und die Frage ist, gegen was genau bist du denn so allergisch, dass du das dabei hast? Hunde. Oh nein. Aber ich liebe sie trotzdem. Okay. Die dritte Frage. Du bist schwer aus der Ruhe zu bringen. Aber eine Sache macht dich rasend. Was und warum? Das kann auch was harmloses sein, wie wenn jemand Kaugummi kaut. Oder dieser eine Song, der zu viel im Radio gelaufen ist. Boah, wie heißt denn, wie heißt denn, es gibt ja diese, wirklich, wenn man dieses Problem damit hat, wenn Leute Geräusche beim Essen machen. Misophonie. Ich wäre gerne Misophon. Sagt man das dann? Ich hätte gerne Misophonie. Also Misophonie heißt generell, dass man bestimmte Geräusche nicht abkann und bei den meisten Leuten sind es Geräusche, die Menschen machen. Okay, Misophon gegen Essgeräusche. Fies. So. Ist auch eine gute Kombination mit Zombies, bin ich gerade drauf gekommen. Ja, toll. Super. Du wärst beider Polizistin geworden. Was hat das verhindert? Kann jetzt alles sein von Fitnesstest, Drogentest bis hin zu Gewissen. Ich würde sagen, ich habe eine Vorstrafe. Ich habe eine Vorstrafe. Für was? Ich habe, um meine erste Freundin in der Schule zu beeindrucken, habe ich was geklaut und bin dabei erwischt worden. Okay, was hast du gestohlen? Einen Lippenstift für sie. Wie hast du denn vor? Es muss ein teurer Lippenstift gewesen sein. Es war ein sehr teurer Lippenstift. Und ich habe mich vielleicht nicht so gut angestellt und war vielleicht ein bisschen frech, als ich erwischt wurde. Und vielleicht ist das Problem daraus entstanden. Aber es war bestimmt der Lippenstift. Es war eher, dass du Widerstand gegen die Verhaftung geleistet hast. Nein, es war der Lippenstift. Okay. Frage Nummer fünf. Jemand aus deiner Familie ist gegen deinen Arbeitsplatz. Im Forschungstrakt von St. Agatha. Du arbeitest in einer besonderen Abteilung, wo an seltenen Krankheiten und Krankheitsbildern geforscht wird und an neuen Therapien. Da sind also sehr viele Studien, die auch laufen mit Freiwilligen. Und jemand ist gegen deinen Arbeitsplatz in diesem Teil des Krankenhauses. Wer ist das und warum sind wir dagegen? Ist jemand aus meiner Familie auch, ne? Ja. Ich meine, das kann natürlich eine Menge heißen. Ja, ich hätte gesagt... Kann auch Wahlfamilie sein. Nee, ich hätte gesagt, ich habe eine Zwillingsschwester. Mhm. Ähm, und meine Zwillingsschwester ist dagegen, weil die auch super sauer ist, immer noch wegen der Vorstrafen-Geschichte. Und sie wirft mir vor, ich würde mein Leben damit verschwenden, dass ich jetzt so einen Beruf ausübe und dann auch noch für die böse Pharma-Lobby. Sie schwurbelt auch so ein bisschen. Sie findet Impfungen auch echt schlimm. Und, ähm, das heißt, sie glaubt, ich arbeite für den Feind quasi. Ja. Okay. Farma-Lobby-Schwurblerin. So. Letzte Woche. Sechste Frage. Mhm. Oh, ich lasse dich eben nochmal schreiben. Alles gut. Zwillingsschwester, Farma-Lobby-Schwurblerin. Schwurblerin. Sehr gut. Letzte Woche hast du etwas Wichtiges verloren oder es wurde gestohlen? Was war das und warum verheimlichst du es? Darf ich eine Waffe haben? Mhm. Meine Waffe wurde gestohlen. Das heißt, hast du aktuell Ersatz oder hast du keine Waffe? Ich habe gerade keine Waffe. Okay, ich notiere mir deine Waffe, lol. Und die siebte und letzte Frage. Wie heißt du? Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Ähm. Deswegen steht es drauf. Ja. Ähm. Fritz. Nein, nicht. Das ist gerade bei. Kolanda, Fritz. Ich würde sagen, ich gehe nach Walking Dead und, äh, nämlich Carol. Carol. Großartiger Charakter, by the way. Wir lieben sie. Also, Carol, Carol oder Carol? Carol. Carol. Also, nicht Carl, sondern Carol. Carol. Ja. Okay, Carol? Mit Nachnamen? Äh, Carol S. Okay. Gibt es irgendeinen Namen mit S? Ja. Ich bin mir zufrieden sicher. Ich heiße zum Beispiel Stritter. Ja, aber wir haben was Englisches, ne? Smith? Das ist so Klischee. Carol Stuart. Großartig. Oh, da muss ich an Big Bang-Filmy denken. Aber das ist okay. Ich glaube, ich habe Stuart falsch geschrieben, aber ist nicht schlimm. Das ist Stuart. Es wird dann so geschrieben, wie es Latin notiert. Es gibt halt sehr viele, sehr viele Varianten Stuart zu schreiben. Ja. Das ist, ja. Alles genehmigt. Gut. Eine gegen hundeallergische, mit der Ehefrau ihrer Chefin, eine Affäre betreibende, misophone, vorbestrafte, vergessliche Carol Stuart, die ihre Waffe verloren hat. Woher kommt das vergesslich? Weil sie nicht weiß, wo ihre Waffe ist. Die wurde gestohlen? Sie wurde gestohlen. Also, ich weiß, wo sie ist, aber ich möchte das nicht melden, dass sie gestohlen wurde, weil ich will nicht schon wieder ein Disziplinar vernehmen. Achso, wer hat sie denn gestohlen, wenn du das weißt? Ich weiß nicht, wer sie gestohlen hat. Ich weiß, dass sie weg ist und dass sie gestohlen wurde. Also, vielleicht habe ich nicht nur eine Affäre. Dann bist du nicht vergesslich, dann bist du nur fahrlässig. Fahrlässig. Das ist sehr viel besser. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Super. Magst du mir den Max reinschicken? Ich schicke dir den Max rein. Ja. Okay. Der nächste Charakterbogen. Da war schon sehr viel Schönes dabei. Jetzt schauen wir mal, was Max sich aus den wunderschönen Haarspitzen saugt, die ihr gleich sehen werdet. Ich habe mit einem Kostüm gerechnet. Ich bekam so viel mehr. Hallo. 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 Schön, dass Sie da sind zu diesem Vorstellungsgespräch als Laborant im St. Agatha Forschungskrankenhaus. Wir werden jetzt diese Fragen durchgehen, um Ihre Eignung für diesen Posten bestimmen zu können. Ja, sehr gern. Was gehen wir alles durch? Auch so Sprache? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Also auch Sprache? Also, wie du den Charakter darstellst, das liegt natürlich ganz bei dir. Aber das legen wir jetzt nicht fest. Das legen wir jetzt nicht fest. Das ist ganz bei dir, aber das kommt vielleicht mit dem, was du an Fragen hier beantwortest. Für jeden Charakter sind das unterschiedliche Fragen. Wir haben gerade, haben wir Pia schon tief in die Scheiße geritten mit den Antworten, die sie gegeben hat. Jetzt schauen wir mal bei dir. Du bist heute zu spät gekommen. Warum und weswegen hast du dadurch Herzrasen? Ich habe eine Vorabfrage. Beim letzten Mal. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Da war ich ja so ein alter, quirliger Sack. Ja. Und ich glaube, also, die können dich super abrufen. Auch wieder für die Rolle, glaube ich, auch sehr passend. Aber wer genau das Gleiche wäre scheiße, oder? Nein, wer es nicht. Müssen wir mal schauen, wie wir hier vorankommen? Es könnte nur ein Eindruck erwerben, dass du so auf einen Stereotyp festgelegt bist. Das musst du selber wissen. Deswegen mache ich heute, ich glaube, ich mache heute den. So einen entspannenden Ex-Hypie-Laboranten. Also wir fangen direkt hier mit so einer Fachfrage an und nicht, wie mein Name ist. Nee, der Name ist das Letzte. Manchmal kommt der Name erst, wenn man den Rest des Charakters macht. Ach so, ja. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das der Typ ist, der so sagt, da machen wir den Schlipptop zu. Den Schlipptop? Ja, so diesen, diese furchtbaren Dead-Begriffe. Ach so, so, hm. Ah, ja, ja. Dieser alten, altbackenen Redensarten. Ja, ja. Ja, oder ich könnte auch, ich könnte ja, ich könnte ja, ich könnte ja ein bisschen hochgepitcht sein. So. Oder ich bin, äh. Gott, das ist niemand, der im realen Leben Misophonie hat. Mh, mh. Naja, wir können natürlich auch, ja, das ist auch ein bisschen heißer. Es geht jetzt wieder in die Richtung von dem, von dem alten und quirligen. Ja, oder ich bin so der richtig Deutsche, so, mhm, ja. Aber dann passt die, passt die Frisur nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir spielen, findest du, dass das eine Allmann-Frisur ist? Mehr als das. Okay. Komm, ha, ihre. Wir können. Der Laborant. Du bist heute zu spät gekommen. Warum und warum hast du deswegen Herzrasen? Wir spielen übrigens in den USA, aber das heißt ja nicht, dass du nicht Deutscher sein kannst. Also ich kann Deutsch reden, ja. Nee, wir werden sowieso, wir werden jetzt nicht auf Englisch umschalten. Das ist so für Realismus. Ich bin heute zu spät gekommen, weil ich hab Asthma und die Lunge drückt dann quasi immer auf den linken Herzmuskel und dadurch krieg ich dann Herzrasen. Was davon war der Herzmuskel und was war die Lunge? Naja, ich muss dich vorstellen. Also da geht Luft rein und raus, das muss die Lunge sein, oder? Genau. Also Herzrasen, ja, warum? Bin aufgeregt. Bin aufgeregt. Bin aufgeregt. Ich bin, ich hab' mich da nicht ganz im Griff. Ich bin sehr unsicher. Ich bin sehr unsicher und wenn man dann ... Also warst du wegen deines Asthmas zu spät? Weil du ... Ja, das Asthma, das war eine Option. Ich brainstorm ja. Ist so ein Brainstorming. Ja. Dann schreib ich erstmal noch nicht mit vielleicht. Also die Idee ist, dass wir die Antworten dann jeweils wieder schreiben. Asthma ist gut. Asthma ist gut. Asthma ist gut. Ihr merkt, ich muss mir noch festlegen. Asthma ist gut. Ist für den Charakter gut. Asthma. Asthma. Und das lässt mich manchmal auch hyperventilieren und dann geht's über zu Herzrasen und das hatte ich eben, bevor ich ankam, aber nun geht's wieder. Und dann musstest du dich erstmal hinsetzen und ... Oder ich reg mich immer auf. Da hat einer falsch geparkt. Nee, aufregen nicht. Nö, Asthma. Asthma? Gut. Du hast Asthma. Allergisches Asthma. Gegen was bist du denn allergisch? Allen. Alles? Ja. Alles. Erdnüsse, Pferde, Frühblüher, also die ganzen Erle. Spätblüher, Mittelblüher. Naja, die Frühblüher zwischen Herz und Mai, Juni, so Erle, Birke, Haselnuss, diese ganze Frühblüher. Aber auch Gräserpollen, Katzen, Hunde, Tierhaarallergie generell. Hausstaub? Hausstaub, Milben, ganz fürchterlich. Oh, ich bin so ein Hyperding, so ein hyperempfindlicher, so ein ... Wie heißt das, wenn man so übersensibel ist? Kiba, wie heißt das? Meinst du Germophob, weil du überall Angst hast, dass das ansteckende Sachen überall dran sind? Wo man so, ähm ... Ja, 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 ja. Das ist gut. Dann hast du eine Zwangsstörung und bist Germophob. Zwangsstörung. Kann da ihr Herzrasen kommen? Oh ja. Dann hab ich ne Zwangsstörung. Ist es nicht Zwangsneurose, wenn man so Berührungs ... Das ist ein alter Begriff dafür. Also heutzutage sagt man Zwangsstörung, da im englischen OCD. Ich dachte, Zwangsneurose wäre spezifischer. Nee, das ist nur ein altmutischer Begriff. Also meines Wissens nach, die Sache ist, ich bin damit diagnostiziert, mit einer bestimmten Form davon, deswegen ... Ah, dann musst du es wissen. Sollte ich eigentlich, ne? Also bei mir ist es auf jeden Fall Zwangsstörung. Also fällt nur eine Zwangsstörung. Schönerweise ist meine Version davon die Nummer 42 in einem der beiden großen Krankheitskatalogen. So viel unter Kategorien gibt es quasi. Nein, es gibt ... Das ist kompliziert. Ich wollte wieder damit davon aus, dass das die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und alles ist. Und bitte sag mir das, Leute. Ja, lass uns weitermachen. Gott, ich bin alt. Der Job ist nicht gut bezahlend. Frage 2. Wie besser ist dein Gehalt davon? Warum könnte es dich den Job kosten? Ich sammle Proben. Proben von Studierenden. Okay. Und wie machst du damit Geld? Die verkaufe ich. An wen? Institute, die zu wenig Freiwillige für ihre Studien haben. Da geht es viel um Krankheitsbilder. Und ich schaue immer, also DSGVO nehme ich nicht so ernst. Deshalb schaue ich da natürlich bei den Studierenden auch immer, was für Krankheitsbilder die haben. Wir müssen die angeben, ist ja vollkommen klar bei meinem Kurs, weil ich eine Zwangsstörung habe. Vielleicht. Weil du könntest dich ja mit was anstecken. Genau. Und deshalb schleiche ich mich auch immer auf die Toiletten. Um was für Proben zu nehmen. Und in den Proben von Ausscheidungen, ja. Okay. Und die verkaufe ich an Instit... Ja. Ich schreibe mal auf Creepy. Oder ich baue Hanf an. Warum nicht beides? Bloß Hanfplantage. Schön dicke Tüte. Gut. Also was nehmen wir? Ich habe jetzt Proben von Studierenden, verkaufte Institute für Forschung, Creepy, plus Hanfplantage. Ist das Universum in eine Fantasy-Richtung, dass auch Absurditäten funktionieren? Oder ist das schon in unseren... Es ist schon etwas realistischer. Okay. Also das wäre schon sehr freaky, den Vorschlag mit Proben auf dem Klo zu fischen. Das wäre Quatsch. Eine gewisse Menge an Quatsch ist immer in Ordnung. Genau, das musst du dann sagen, was cool ist und was nicht. Ich finde die Hanfplantage aber irgendwie fast lustiger. Dann habe ich eine Gartenlaube im Wald und baue Hanf an. Sehr schön. Frage 3. Du hast dir etwas sehr Teures gegönnt. Was ist es und wie gibst du damit an? Also mit dem Grasgeld. Hast du dir ein Klistier gekauft? Gott. Wohnmobil? Wohnmobil? Nee, aber das habe ich ja nicht dabei. Das ist für spielirrelevant, oder? Nee, das parkt dann halt vom Krankenhaus. Das kann noch relevant werden. Vielleicht auch so ein Allzweckgerät. Also das Wohnmobil? Ich habe hier den. Aha. Aber der ist auch das. Ah, so ein absolutes Prepper-Multitool, wo man irgendwie überall, und hier ist noch ein Feuerzeug. Oh, ich könnte auch Prepper sein. Dazu würde auch die Plantage im Wald passen. Ja. Da bunkere ich auch. Also ich würde auch sagen, ich gönne dir, also ich würde sagen, du hast dir vielleicht tatsächlich so ein Prepper-Wohnmobil gegönnt. Das hat seine eigene Satelliten im Fall. Ja, aber ist das nicht ein bisschen zu krass? Ich fände es cool, wenn das... Ich spiele ja nur heute. Das kann schon krass sein. Aber du... Ich fände es cool, wenn das etwas ist, was ich immer bei mir habe. Okay, dann so ein Leatherman-Multitool-Funktionswerkzeug so ein richtig geil ist. Ja. Das ist gut. Ja. Dass du dann... Und wie gibst du damit an? Wahrscheinlich, indem du bei jeder Gelegenheit... Ich trage das in so einem Riesenhalfter am Gürtel immer. Und dann streiche ich immer so einen Umhang auch. Mhm. So. Ja. Dafür habe ich das richtige Werkzeug. Genau. Auch so, ich overuse das. Frage Nummer vier. Dein Handy klingelt heute ständig. Wer ist das und warum willst du nicht rangehen? Das ist die Margarete. Mhm. Und die will wissen, wann ich zum Abendbrot komme. Margarete ist deine? Lebensbegleiterin. Mhm. Und warum willst du nicht rangehen? Ich fühle mich eingeengt. Okay. Ähm, in der Beziehung und bin als erziehungsbedingt, kann ich damit nicht umgehen. Konfliktscheu, harmoniebedürftig. Ohne Tüte geht das nicht. Und möchte, genau. Und ich möchte natürlich auch viele Sachen erledigen, die so anstehen bei meiner Plantage und so. Und als, ich habe das Gefühl, es ist sehr viel, auch Prep. Ja. Ja, alle paar Monate muss man ja die Dosen wieder wegwerfen und neue kaufen und schauen, dass noch genügend Wassertabletten da sind und solche Sachen. Also Margarete ist eine sehr einnehmende Person und ich habe dann tausend Vorwände immer. Mhm. Weshalb ich nicht, mich nicht viel blicken lasse. Okay. Und umso mehr versucht sie dann rauszufinden, was du machst, um dich zu kontrollieren. Genau, ja. Okay. Ja, ja, das ist gut. Frage Nummer fünf. Welche schlechte Eigenschaft sorgt dafür, dass du ständig Kollegen und Familie anlügen musst oder willst? Ich meine, das kann immer noch, ich habe diese Zwangsstörung und Preppe und eine Hanfplantage sein. Ich wollte gerade sagen, es wird langsam viel. Es muss ja, ja, vielleicht muss ich ab und zu aufs Klo ein THC rauchen. Mhm. In so einem Verdampfer, den ich immer dabei habe. Okay. Einfach dann halt eine Abhängigkeit. Ja. Gut. Frage Nummer sechs. Im Labor wird kein Schmuck getragen, also keine Ringe vor allen Dingen. Du hast deswegen deinen einzigen Schmuckgegenstand, der recht wertvoll ist, an einer Kette um den Hals unter dem Hemd verborgen. Was ist das und von wem hast du es? Es ist ein Sender. Mhm. Damit Margarete immer weiß, wo ich bin. Nein. Ein Sender mit GPS. Ja, GPS, genau. Für Margarete. Aber ich habe den gehackt vielleicht oder so, dass ich den so an- und ausstellen kann. Ja. Ohne, dass sie es merkt. Da hast du einfach irgendwie eine App geschrieben und kannst dann sie auf eine falsche Fährte führen. Modifizierte. Wie heißt du, ist die letzte Frage. Hans-Joachim Fleischacker. Wunderschön. Fleischacker. Ein Name wie ein Gedicht. Oder Schweißhafen. Ist auf jeden Fall noch lustiger. Ja? Warum nicht ein Doppelname? Dann. Fleischacker Schweißhafen. Ja. Nee, das ist too much. Das ist too much. Margarete hieß nicht Schweißhafen? Das ist zu ulkig. Das ist zu quatschig. Das ist dir jetzt zu viel. Okay, wir haben die Grenze gefunden. Hans-Joachim Schweißhafen oder Fleischacker? Kann man vielleicht abstimmen. Das kann vielleicht der Chat entscheiden. Noch bist du Schrödingers Fleischhacker Schweißhafen. Axel Schweißhafen. Ja, danke. Ich glaube, Fleischacker ist noch mehr Alman. Fleischacker gibt es wahrscheinlich sogar wirklich. Ziemlich sicher, ja. Und Schweißhafen glaube ich nicht. Ja, die Leute sind für Fleischacker. Ich glaube schon. Dann bleiben wir bei Harjo Fleischacker. Der deutsche Laborchef. Ja. Wir haben ja auch jetzt festgelegt, dass du dann ja offensichtlich auch Laborkurse für StudentInnen gibst. Pass auf. Ich würde noch mal was revidieren. Ich finde es Zwangsstörung. Da fühle ich mich nicht für mit. Ich habe da keinen Plan von. Ich weiß nicht, wie ich das spielen soll. Deswegen vielleicht ... Herzrasen. Also es muss ja nicht krankhaft sein. Oder ist es so gemeint? Nee, das kann ja auch ... Das Herzrasen kann sein, dass du Angst hast oder dass du gerannt bist. Oder dass dir halt gerade dein Hanf ausgegangen ist. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen schusselig. Vielleicht habe ich dadurch einen Negativ-Trad in Geschicklichkeit oder so. Keine Ahnung, weil ich bin so ein typischer Zu-Spät-Kommer. Vielleicht habe ich ADHS oder so. ADHS, wie auch immer. Und ... Ja, so ein ... Oder ich bin einfach so ein bisschen verträumt. Und dann bist du das letzte Stück gerannt von der U-Bahn. Ja, ich komme quasi ... Genau. Es ist immer alles sehr hastig. Majestätisch fliegt dein Fokuhila, während du die Stufen zum zweiten Haus grenzt. Ja. Und ich stolper immer. Ich bin einfach so ein bisschen ungeschickt, zu spät kommend, vercheckt. Ja. Deswegen habe ich auch meinen Leatherman. Um das so ein bisschen zu kaschieren als Unsicherheit. Ja. Gut. Dann ist Hans-Joachim Fleischacker. Startbereit. Fühlst du den Charakter? Also, ich muss sagen, das Hanf-Thema macht's sehr weird. Ein kiffender Prepper. Nee, ich glaube, das Preppen zum Beispiel würde ich streichen. Ich habe das Gefühl, es ist alles too much. Wir haben sehr krass angefangen. Mhm. Und jetzt streichen wir. Jetzt streichen wir. Also, er baut seinen eigenen Hanf an. Er hat ... Ich glaube, das Hanf-Plantage ist okay. Er hat dieses Werkzeug, mit dem er gerne angibt. Er ist wahrscheinlich gerne ein Ich-mach-das-selber-Typ, so ein bisschen. Muss ja kein Prepper sein, sondern er hat aber seine Plantage selber gebaut. Und dann muss man halt auch die LEDs programmieren. So Tendenzen, sag ich mal. So Tendenzen, ne? Und eine übergriffige Frau. Ja, so ein bisschen Kontrollfreak-mäßig. Um das jetzt mal salopp auszudrücken. Okay. Genau. Verkaufst du das Hanf auch im Krankenhaus an Studierende zum Beispiel? Ja. Ja, gut. Nee, wobei, das waren immer die richtig Dummen, weil dann haben die Studierenden einen in der Hand. Vielleicht so Walter-White-mäßig wäre auch zu krass. Wir reden hier über Hanf, nicht über Crystal Meth. Ja, aber als Prof ... Ich bin doch Prof, oder? Nee, du bist nicht Prof. Du arbeitest im Labor. Du bist Labortechniker. Ach so! Das heißt, die Studierenden arbeiten mit dir zusammen, weil sie ihr Praktikum, ihr Laborpraktikum machen müssen. Das heißt, die haben aber auch weniger Handhaben mit dir. Ja, aber dann bin ich ja wirklich zu alt. Dann vielleicht ... Das ist wohl auch Labortechniker werden alt. Ja, gut. Aber, ja gut. Okay, nee. Es ist nicht so, dass sie plötzlich irgendwie Jung sterben, weil sie mit Gefährdienzustausen haben. Nein, 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 nein. Das war nur bis jetzt anders in meinem Kopf. Aber es passt. Ja. Passt? Dann deal ich mit den Studierenden. Du dealst mit den Studierenden. Ja. Du bist wahrscheinlich dann bei denen auch recht gut. Ja, ja, voll. Labor. Labor bei Hayo. Aber das ist so ein Verhältnis. Ich denke, die haben mich akzeptiert und finden mich cool, aber die machen das so ein bisschen ... Ein bisschen ironisch. Du bist in der Hand so eher ... Bist eher so Hello, Hello, Kids. So, jetzt habe ich eine Frage noch. In meinem Briefing stand, ich habe irgendeine besondere Fähigkeit. Es gibt eine Sache ... Und ich würde sagen, dass es in deinem Fall so Drogen herstellen im Sinne von Drugs, also irgendwie Medizin herstellen. Also tatsächliche Laborarbeit. Ja, es wäre cool, wenn es irgendwas Nützliches wäre. Das ist so MacGyvern. MacGyvern. Ja. Generell. Ja. Ja, das bezieht dann aber auch das Handwerkliche. Ah, okay. Ich würde sagen, Dinge zusammenbasteln. Weil das Medizinische ist ja schon eigentlich sehr ... Also es würde jetzt nicht bedeuten, dass ich einen Stuhl reparieren kann, oder? Oder willst du es so universell anlegen? Das ist vielleicht ein bisschen zu krass. Also ich würde schon sagen, es geht darum, dass du mit Chemikalien arbeitest. Mhm. Dann kannst du einfach Dinge schaffen. Ja. Alle anderen müssten da eine Probe ablegen. So funktioniert das nämlich. Alle von euch haben von ihrem Beruf oder von ihrem Hintergrund her eine Sache, auf die sie nie so ein Stäbchen ziehen müssen, sondern es gelingt euch einfach. Weil ihr das so oft gemacht habt, dass ihr es könnt. Ja. Dann wäre natürlich cool, wäre das etwas, was potenziell häufig auftritt oder useful ist. Die Sache ist, ich werde es schon useful machen. Okay. Ja, stimmt. Oder du kannst kreativ sein und es useful machen. Ja. Ich habe ja meinen Leathermane. Das schreit eigentlich eher nach meiner Fähigkeit. Aber naja, was vielleicht was zusätzliches ist. Du kannst Dinge reparieren? Ja. Okay, dann ... Du bist der, der Dinge repariert. Ja, genau. Also bis zu einem gewissen Komplexitätsgrad. Genau. Kein Nuklearreaktor? Nee. Aber ein einfaches Radio. Du kannst auch scheiße Gold machen, so ein bisschen. Ja. So aus wenig irgendwie was halbwegs funktioniert. So ein bisschen Daniel Düsentrieb-Weib-mäßig vielleicht. Oh ja. Ich kann mich ... Ich kann mir dich gut als Ente vorstellen. Ich weiß nicht, warum. Ja. Mit Fokuhila. Absolut. Ja. Okay. Jetzt muss ich irgendwie nur überlegen, wie ich spreche. Aber das kriege ich noch hin. Im Nebenraum. Hab aber noch Zeit. Du hast noch ein bisschen Zeit. Und lustige Stimmen für Charaktere sind ja auch gar nicht nötig. Brauch ich. Brauchst du? Brauch ich. Für deinen Headspace? Okay. Ich brauch das. Dann bin ich gespannt, was kommt. Dann kann ich mehr in diese Rolle. Okay. Ich geh jetzt ein bisschen Freestyle. Genau. Ein bisschen meditieren. Wen soll ich rein schicken? Über die Stimme von Hajo. Schick mir den Nico rein, bitte. Den Nico. Nico. War das schon die Stimme? Ich bin ungelogen sehr gespannt. Hallo. Ich glaube, du sollst da hin. Der eine. Der eine. Am besten stehe ich jetzt noch auf und dann tauschen wir. Ja, bitte. Damit die Verwirrung gekommen ist. Hallo. Hi. Hier ist dein Pharmavertreter. Hi. Ich freue mich sehr, dass du dich für diese Rolle entschieden hast. Ich mich auch. Pharmavertreter sind eine ganz eigene Spezies. Das glaube ich auch. Wunderbar. Ich habe auf einem Konvent von Pharmavertretern gearbeitet als Videoteam. Das tut mir leid. Danke. Das ist endlich. Erkennt das für jemanden an? Das war schlimm. Du spielst einen Pharmavertreter. Und wir stellen deinen Charakter jetzt durch ein Gespräch mit einer Reihe von Fragen, die du beantwortest. Und dabei dich quasi selbst kompromittierst möglicherweise. Das ist deine Entscheidung, wie krass du Dinge beantwortest. Wir haben mit Max haben ja gerade sehr viel Feintuning betrieben. Ein bisschen übertrieben, ein bisschen untertrieben. Irgendwann die Mitte treffen. Ja. Wir schauen mal, was hier passiert. Okay. Du bist heute nicht ganz auf der Höhe. Was hast du gestern gemacht, um das auszulösen und welche Symptome hast du genau? Ich würde sagen, dadurch, dass ich meinen Job sehr ernst nehme, habe ich natürlich ein paar Pillen an mir selbst getestet. Und in welcher Form geht es dir denn jetzt schlecht? Ich merke ein bisschen, dass ich zittrig bin. Ich sehe manchmal Dinge, die gar nicht da sind. Und ich habe manchmal so Denkshausen. Auffällig, ja. Entschuldigung, ich bin hervorragend darin, anderer Leute Pointe zu nehmen und mit schlechtem Timing schon vorweg zu sagen. Das ist schlecht. Ja, ich weiß. Wir werden uns nicht verstehen heute Abend. Das wird ganz schlimm werden. Nein, jetzt nicht. Ich bessere mich. Ich gelobe Besserung. Aber es ist ein Problem, das mir bewusst ist und ich arbeite daran. Zweite Frage. Das Medikament Neuraltonix, das du anpreisen willst, ist Konkurrenz für ein teures Mittel. Wogegen wird es gegeben? Und welche häufigen Nebenwirkungen spielst du herunter? Sagst den Leuten quasi, ihr müsst den teuren Scheiß von der anderen Firma gar nicht kaufen. Nehmt Neuraltonix, das macht das Gleiche. Und das, was sie gehört haben, über dem ... ist gar nicht so schlimm. Ja. Also, wofür wird das gegeben oder wogegen? Und was sind die Nebenwirkungen? Also, erst mal gegen Stress. Aha. Also, Beruhigungsmittel? Es ist ... Ich würde es nicht als Beruhigungsmittel bezeichnen, aber ... Naja, wir sind ja oft gestresst. Aus vielerlei Gründen. Und da bietet es sich an, egal, warum du gestresst bist. Mhm. Okay. Wird gegen Stress gegeben? Und was sind die Nebenwirkungen? Dass du gestresster wirst. Und die Nebenwirkungen, von denen sie gehört haben, das ist nämlich genau in die gegenteilige Richtung. Das passiert nicht. Das Wichtigste ist halt da auch die Einstellung. Wenn du nicht dran glaubst, dann wird es auch nicht wirken. Okay. Okay. Deine letzte Lebenspartnerin hat sich im Streit getrennt. Wie wurdest du da beschimpft und warum? Puh. Also zuerst als stark behaarte Affe. Ist sehr privat, ja. Aber die Fragen wurden gestellt. Ich will nur ehrlich antworten. Ja. Warum ich so genannt wurde, kann man sich vielleicht denken. Ich möchte es nicht zu viel preisgeben. Aber, ähm, und dann hat man mir gesagt, ich hätte keine Seele. Die habe ich quasi mit dem Arbeitsvertrag abgegeben. Mhm. Und ich lebe nur für meinen Job und für nichts anderes. Okay. Deswegen habe ich den Namen meiner letzten Partnerin vergessen. Verdrängt. Genau. Cool. Ich glaube, sie hieß Lisa. Ich schreibe hin, vermutlich Lisa. Lisette? Man weiß es nicht. Frage Nummer vier. Du kommst an viele Mittelchen heran. Welche hast du immer im Koffer und warum? Am besten machst du dir auch Notizen, damit wir gleich auf sind. Das hätte ich am Anfang sagen sollen, ne? Ja. Haben die alle leere Blätter? Nein. Nein, nein, die einfach den anderen haben wir mitgeschrieben. Also, was habe ich immer dabei? Natürlich auch Nia, 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 Nia Raltunix. Nia, Nia Raltunix, genau. Ja. Weil. Sowieso, weil das sollst du ja verkaufen. Soll ich verkaufen. Und vielleicht bin ich manchmal auch mein bester Kunde, aber das darf mein Arbeitgeber nicht wissen. Ja, und sonst nichts. Warum soll ich was anderes dabei haben? Echt nicht? Ich bin kerngesund. Okay. Gut. Nur Nia Raltunix. Ja. Du hast in einigen Kliniken Hausverbot. Warum? Ja, also in der Branche bin ich dafür bekannt, etwas aggressiver die Sachen zu bewerben. Mhm. Und ich habe auf einer Fortbildung gelernt, die war online, dass man ein Nein nicht akzeptieren soll. Dass man quasi so lange um das Nein herum argumentieren muss. Mhm. Bis aus dem Nein ein Vielleicht wird und bis aus dem Vielleicht ein Hauen sie ab wird. Mhm. Und dann kriegen sie mal eine Visitenkarte und drei Wochen später rufen sie dann bei uns in der Zentrale an. Und sagen, dass du nie wieder aufs Gelände darfst. Genau. Oder dass sie bestellen. 50-50. Ich habe einen Erfolgsmaß von 10 Prozent. Das ist in meiner Branche sehr hoch. Okay. Also, du kommst dann für die Mittelchen heran, welcherst du immer im Koffer. Du hast auch Nia Raltunix dabei, wenn du was anderes bewerben sollst. Du hast immer Nia. Das ist damit dann jetzt festgelegt. Selbst wenn du irgendetwas anderes verkaufen sollst, Nia Raltunix ist immer in deiner größeren Menge. Gut. Nummer 6. Die Chefin der Forschungsabteilung, die du heute besuchst, schuldet dir einen Gefallen. Was hast du für sie getan? Das ist Dr. Alison Mack, die die Abteilung leitet. Wir haben über einen anderen Fragebogen festgelegt, dass die eine Ehefrau hat. Mehr wissen wir noch nicht über sie. Ähm. Ja, die Chefin der Forschungsabteilung. Ja. Da ich ja immer so, da ich schon so ein bisschen eine zwielichtige Person bin, habe ich einen späten Abends ein paar Forschungsdaten, die vielleicht einen eher schlechten Eindruck auf sie lassen könnten, verschwinden lassen. Aha. Forschungsdaten verschwinden lassen. Und habe sie vielleicht in eine Studie von Nia Raltunix quasi integriert, um das Bild zu erweitern. Mhm. Also natürlich habe ich es auch zu meinem eigenen Vorteil gemacht, das weiß sie nicht. Wichtig ist nur, dass ihre Daten nicht mehr belastend für sie sind. Okay. Und die letzte Frage. Ich lasse dich das eben notieren. Ja. Wie heißt du? Quentin Meyer. Quentin Meyer. Genau, wie Meyers, der Killer, los ohne S, genau. Perfekt. Schön. Und wir hatten es eben schon, auch bei Max, dass ihr eine Sache habt, in der ihr nie eine Probe ablegen müsst, sondern die ihr immer könnt. Und du kannst Leute halt zu Kleinigkeiten überreden. Zu Kleinigkeiten, das wäre ungefähr? So Sachen wie, ach machen sie doch die Tür auf. Oder sie können mir doch sicher mal eben sagen, in welchem Zimmer Mr. Sohn so liegt. Solche Sachen. Also du bist einfach der, der mit so einer Silberzunge die Leute überredet. Fünf Minuten später bereuen sie das dann vielleicht und sind dann vielleicht auch sauer. Fünf Minuten reichen meistens aber auch. Aber die fünf Minuten reichen, ja. Weg. Genau. Sehr schön. Perfekt. Nice. Hast du, hast du ein Gefühl für Quentin? Ich glaube schon. Könnte spaßig werden. Ja, ja, das hoffe ich. Das ist das Ziel. Das ist die Absicht. Spaß. Spaß, ja tatsächlich. Das klingt jetzt komisch. Ach so. Oh nein, hat Pia dir was ganz anderes gesagt? Der hat gar nicht gesagt, jetzt komm her und mach was. Und du hast gesagt, ja. Ja, Scheffin. Nee, so nicht. Sondern? Ja, Dienerin. Äh. Ja, Herrin, wolltest du sagen. Aber so schön, so schön. So rum ist auch schön. Ich schaue gerade, ob sie das irgendwie gehört hat. Aber ich werde zumindest gelächtert. Ähm. Ich muss noch sagen, an die Regie, der Kontrollbildschirm ist ausgegangen. Wahrscheinlich muss ich da einfach nur wieder auf die, irgendeine Taste drücken. Ich glaube, der ist einfach müde geworden. Fernseher ist müde. Wir haben schon den ersten Ausfall. Ja. Aber es ist, glaube ich, nicht so ganz schlimm, aber es ist gut zu wissen, falls ihr da uns irgendwas zeigen wollt oder so, dass ihr es uns auch zeigen könnt. Dankeschön. Gut. Einen letzten Charakter haben wir noch. Magst du mir die Kim reinschicken? Gerne. Sehr gerne. Nico. Äh, den Stift brauchen wir noch. Nicht klauen. Warum? Ach so. Weil sie auch noch Notizen machen muss. Es tut mir leid. Möchtest du mir den Stift nicht schenken? Noch? Nicht. Verdammt. Das funktioniert. Nein. Nachher. Im Spiel. Okay. Kim. Bin gespannt, wieso er Kim ist. Auf die Fragen, die ich ihr stelle und die Sachen, die ich ihr unterschiebe. Ach, sehr schön. Eine hochmoderne Kamera. Hallo, Kim. Schön, dass du da bist. Ja. Schön, dass du da bist. Ich meine, das ist naheliegenderweise, weil es da im Studio ist. Du bist die Letzte. Du bist die Letzte, ja? Ich dachte, ich mache eine Klammer aus die und Pia. Sozusagen die beiden Gastgeberinnen. Der Mikro funktioniert nicht. Okay. Ihr habt es hier gehört. Sie ist unschuldig. Ich weiß nicht, woran genau. Hallo? Falls ihr eine Kim hört, bitte aufzeigen. Drei von vier Charakteren. Das Einzige, was wir gleich noch machen müssen, ist ein paar Jenga-Steine ziehen und dann kann es losgehen. Beziehungsweise, ah, wir machen genau, wir machen noch Rollenspiel-Etikette. Das wird meistens im Stream weggelassen, aber ich finde, das kann man mal zeigen, wenn man sich so einen ganzen Abend Zeit nimmt, um zu spielen. Und Leute in den Wahnsinn zu treiben und möglicherweise von Zombies essen zu lassen. Dann kann man vorher auch darüber reden, welche Grenzen im Horror okay sind, was im Spiel miteinander okay ist und wie wir miteinander umgehen wollen. Was wir einander schulden. Solche Dinge. Nein, tatsächlich ist es, das klingt jetzt vielleicht für manche Leute ein bisschen seltsam, aber es ist so, dass nicht alle Leute an sich einen Tisch setzen, spielen, danach aufstehen und dann hat das keine Wirkung mehr auf sie. Sondern es gibt auch sogenannte Bleeding-Effekte, wo die Emotionen eines Charakters, der ja nicht echt ist und die aus nicht echten Situationen stammen, trotzdem auf einen wirken, als wäre es echt. Also das von der Fake-Persönlichkeit, die man darstellt, etwas in die eigene Persönlichkeit rübergeht und da gibt es durchaus auch Sachen, mit denen man sich ein bisschen dagegen schützen kann. Und ich merke immer wieder, weil aktuell sehr viele Leute auf das Hobby Pen & Paper stoßen und auch anfangen zu spielen und zum Glück meistens in der Regel auch Spaß dran haben. Aber halt die Jahrzehnte an Entwicklungen, die das Hobby schon hinter sich hat, auch durchaus mit Rollenspieltheorie und mit Leuten, die sich damit beschäftigt haben, wie die Psychologie hinter Rollenspiel und dergleichen ist, dass das nicht mit übertragen wird. Und das ist ein bisschen schade, weil das sind durchaus echt wertvolle Dinge, um Leuten zu helfen herauszufinden, was an Spielen macht ihnen Spaß oder was macht keinen Spaß, was für verschiedene Stile gibt es und wie kann man eben mit solchen Sachen wie Bleeding-Effekten oder sowas umgehen. Kurioserweise ist ein Teil von dem, was ich mache, in meinem Umfeld inzwischen mit Leuten reden, die sagen, ich habe in meiner Runde folgendes Problem, die Person hat des und des und wegen irgendwie keinen Spaß oder wir haben uns darüber gestritten oder so und ich verstehe nicht warum. Und ich dann diejenige bin, die dann sagt, ja, das nennt man das und das und das passiert vermutlich wegen dem und dem und Lösungsansätze könnten blub und bla sein, weil quasi für alle Probleme, die jetzt bei Leuten, die neu anfangen, Pen & Paper, ja schon ein Dutzend Leute, die Lösungen für gefunden haben, zumindest potenziell. Ich bin wieder da. Du bist wieder da. Und hoffentlich auch hörbar. Ein Wunderschön. Aber das wird man uns hoffentlich sagen. Hallo Chat. Ich weiß nicht. Es tut mir leid. Was ist passiert? Mir ist ein Kulli ausgelaufen und dann kam die Zeitung nicht rechtzeitig und jetzt hoffe ich, dass ich alles wieder richtig hinbekomme. Ich bin einfach da. Du bist gehört. Schön, dass ihr da seid, Chat. Ja, ich werde gehört. Ich funktioniere. Ich war unschuldig. Sicher? Ja, ich bin unschuldig. Mir wurde gesagt, ich bin ein bisschen nervös. Es ist sehr schön, dass du da bist. Aber mir ist noch nicht ganz klar, ob ich jetzt Offroad oder Onroad bin. Das musst du mir jetzt sagen. Noch bist du Kim. Ach, großartig. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Was Unsinn ist. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Dass du da bist, ist ja mehr oder weniger selbstverständlich hier in diesem Studio. Eurem schönen Studio. Ja. Und wir reden jetzt über deine Rolle. Die erstellen wir jetzt. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Weil wir wissen beide noch nicht, was das ist und wie sie ist. Beziehungsweise wir finden es jetzt gemeinsam heraus durch eine Reihe von Fragen, die halt bestimmte Aspekte von dem Charakter beleuchten sollen. Die sind für jeden von den Charakteren individuell. Ihr habt sechs Fragen zum Hintergrund und eine ist einfach nur, wie der Name ist. Ja. Wollen wir einfach mal anfangen. Oh Gott. Ich fühle mich wie so im Test in der Schule, ey. Es gibt aber keine falschen Antworten, das ist das Gute daran. Okay. Dann let's go. Alles kann funktionieren. Die erste Frage ist, letzte Woche musstest du eine Richtigstellung und eine Entschuldigung veröffentlichen. An wen und warum? Oh, an meine Redaktion. Ich bin ja, also ich bin ja in meinem Studium quasi, ich bin im Studium, im Journalismusstudium und ich habe letzte Woche eine Falschmeldung rausgegeben und zwar wurde ich durch einen Fehler der Vorwoche schon degradiert und musste die Fußballergebnisse unserer Studimannschaften rausbringen und da habe ich die Mannschaften vertauscht und da habe ich eine kleine Richtigstellung geschrieben und eine Entschuldigung an die betreffenden Teams öffentlich in der Zeitung, aber ich habe auch einen ordentlichen Rüffel bekommen von Jonathan, der unsere Studizeitung leitet. Dessen Job ich gerne irgendwann mal übernehmen würde, aber ich bin ja erst im fünften Semester, also da kann noch einiges passieren. Wir sehen, du kümmerst dich um die ganzen großen Themen. Muss ich das auch mit schreiben? Also ja, also zumindest in Stichworten zum Beispiel Redaktion, Mannschaften vertauscht, damit du das, weil wenn man dann im Spiel drin ist, kann es passieren, dass man sich nicht mehr daran erinnert, weil es in einem anderen Teil sozusagen vom Gehirn... Das wird richtig werden. Ich versuche vieles davon anzuspielen. Ich kann nicht garantieren, dass alles davon, was sie eine Antwort gegeben hat, wichtig werden wird, aber es ist vor allen Dingen hilft es auch zu greifen, was ist das für ein Charakter. Wir wissen jetzt zum Beispiel, sie ist Studentin und sie ist degradiert worden und sie hat nicht so unbedingt die wichtigsten Themen, für die sie zuständig ist. Wow, Fußball ist nicht das wichtiges Thema. So. Zweitens, du giltst als altmodisch wegen der Weise, wie du deine Infos aufzeichnest. Wie genau tust du das und warum? Ja, meine Mama ist auch Journalistin und von der habe ich diese Videocamp... Woher wusstest du das? Wie kann diese Frage hier drauf passen? Das ist wirklich nicht lustig. Das ist wirklich Zufall, weil das habe ich definitiv geschrieben, bevor ich hier war. Okay, also es ist ein alter Filmrekorder. Ich bin sehr stolz darauf, hier kommt der Film rein. Ja, also manchmal schließe ich auch einfach mit meinem Handy, wenn es schnell gehen muss. Aber wenn ich Zeit habe und beobachten kann, dann filme ich gerne mit, das mag Außenstehende mögen das vielleicht als altmodisch empfinden, aber das Schöne ist, dass ich es auch manchmal... Okay, das passt nicht ganz. Ich würde gerne, also ich würde sie gerne auch versteckt einsetzen können. In einer sehr großen Handtasche. Nein, also was du dir vorstellen kannst, ist, wenn ich das versteckt mache, dann kommt hier ein Stativ drauf, dann kann man das schön abdecken und dann kann man quasi auch Filmaufnahmen machen, die quasi im Inkognito-Modus stattfinden. Okay. Gut. Ich schwöre, also... Ich habe diese Fragebögen heute Morgen im Zug hierher fertig gemacht. Ich wusste nicht, dass du eine Retro-Video hast. Es ist ausgedruckt, deswegen glaube ich dir. Eine Quelle hat dir gesagt, dass was in der Forschungsabteilung, wo wir heute spielen, dass da etwas nicht stimmt. Wer war das und was wurde da behauptet? Puh. Machen die da irgendwelche fiesene Experimente oder hinterziehen die Geld oder haben die Leute rausgeschmissen illegalerweise gegen ihren Vertrag oder müssen da Leute länger am Wochenende arbeiten? Worauf bist du da gestoßen worden? Solche Dinge. Ähm. Darf ich da jetzt Sachen dazu dichten? Also auch über die Forschungsstation? Absolut. Das ist die Idee dahinter. Du weißt ja, die Forschungsstation ist schon ein bisschen älter. Mhm. Und meine Mama hat zu ihrer Zeit, also vor wirklich 20 Jahren, nicht zu Studienzeiten, aber schon wirklich vor langer, langer Zeit dazu auch quasi mal ein Interview geführt ähm, mit dem damaligen Leiter und der hat sich jetzt bei ihr wieder gemeldet. Also er hat sich erinnert, dass er damals ein Interview geführt hat und hat gesagt, äh, Frau, 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 wie heißt der Nachnamen, Frau, äh, Frau, äh, Frau, Frau... Frau bestimmen wir nachher. Frau bestimmen wir nachher. Mhm. Ähm, ähm, ich hab, mir ist da zu Ohren gekommen, dass da im großen Stile, ähm, wissen wir auf welcher Forschungsstation wir uns befinden? Das ist eine, eine Forschungsabteilung von einem Lehrkrankenhaus, also Schulkrankenhaus, die sich mit seltenen Krankheiten und neuen Therapien beschäftigt. Ja, dann easy, Frau, äh, bestimmen wir später. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die mittlerweile, äh, Tierversuche durchführen. Und zwar an sehr seltenen Bonobo-Affen, die unter Naturschutz stehen in Deutschland. Wir spielen in den USA, aber das ist, das ist sicherlich auch scheiße. In den USA stehen die unter Naturschutz. Ich bin mir sicher, die sind überall vom Ausstieg bedroht. Jetzt Bonobo-Affen in den USA, ich weiß nicht. Nicht natürlich, aber... Und, ähm, da sollte man mal nachforschen, weil ihm zu Ohren gekommen ist, dass die missbraucht werden für Tierversuche, ähm, ja. Mhm, gut. Tierversuche an Bonobos. Nummer vier. Du hast Schulden. Bei wem und wie setzt diese Person das gegen dich ein? Uff. Ich bin Studentin, wie viele Schulden kann ich haben? Alle der Welt wahrscheinlich. In den USA, du bist Studentin in den USA. Also die Auswahlmöglichkeit ist quasi unausschöpflich. Okay. Ja. Also... Ist nur eine Person, oder? Das kannst du selber entscheiden. Also, ich würde sagen, aber eine Person, die tatsächlich vielleicht irgendwie Stress macht deswegen. Du kannst aber auch sagen, das ist nur 50 Euro, 50 Dollar. Und das ist dein Cousin, der ein Arschloch ist, ja? Der sie wiederhaben will aus Prinzip. Oder du kannst sagen, es sind 10.000 Dollar für dein Studium. Ja, ist auf jeden Fall fürs Studium. Ist auf jeden Fall fürs Studium. Ja, also ich bin ja erst 22, aber ich hatte einen Freund von ein paar Jahren und der ist schon was älter. Oh. Und der hat dir das finanziert? Der hat mir das finanziert, genau. Ich schreibe mal Sugar Daddy auf. Ich würde es jetzt nicht Sugar Daddy nennen wollen, aber... Nur damit ich es kurz zusammenfassen kann. Okay, das ist der Ben. Und Ben hat mir damals sehr, sehr viel Geld geliehen, wo er eigentlich gesagt hat, das ist geschenkt. Und jetzt kriege ich richtig viel Stress, weil er all das wiederhaben will. Habt ihr euch getrennt? Und wie viel? Ja, wir sind mittlerweile getrennt. Das war... Für mich war das nichts Ernstes, aber das Geld habe ich damals sehr gerne genommen. Und jetzt will er das, warum auch immer, alles wiederhaben. Er hat es eigentlich überhaupt nicht nötig. Und wie viel kann ich dir tatsächlich gar nicht genau sagen. Aber er setzt mich auf jeden Fall unter Druck. Ach so, und wie setzt er das gegen mich ein? Wir hatten damals einen gemeinsamen Hund. Und den hast du und er will den Hund wiederhaben? Oh Gott, ich... Instant Tränen. Ja. Wie heißt der Hund? Das ist jetzt wichtig zu wissen. Mathilda. Nein. Nein, nennen wir sie Tilda. Tilda. Ja, nur Tilda. Tilda, weil sie dünn und blass ist. Wie Tilda Swinton. Oh Gott. Entschuldigung. Weißt du, wenn ich mir vorstelle, wie würde Tilda Swinton als Hund aussehen, dann sehe ich irgendwie ein Borsoi vor mir. Ja, nehme ich. Borsoi. Wie wird Borsoi geschrieben? B-O-R-Z-O-I. Eigentlich ist das ja ein russisches Wort. Also halt, wie man jeweils in dem Land kyrillisch umschreibt. Okay. Borsoi. Fünftens. Du fühlst dich etwas kränklich. Was hast du und was hast du dagegen getan? Ich habe das Gefühl, dass es gegen mich verwendet werden wird. Nein. Also ich glaube, alles was schlecht ist, ist sowas wie Nasenbluten, offene Wunden und alles, was mich irgendwie... Da steht etwas kränklich. Also so ein offener Bruch oder so würde, glaube ich, mehr als etwas kränklich sein. Ich dachte eher an so... Alles, was mich zu Invaliden macht. Ich dachte eher so Kopfweh oder Halsschmerzen oder leichtes Fieber. Ich habe neuerdings eine Allergie, die mir vorher noch nicht untergekommen ist. Und zwar gegen Tilda. Nein, warte. No. Wir haben zwei Charaktere bekommen. Okay, Allergie. Oh, zwei Charaktere. Allergie ist ein häufig aufkommendes Thema heute. Allergie. Haben wir alle Allergien? Scheiße, hat das jeder gesagt? Nein, nicht jeder. Allergie und zwar hat es zu einem juckenden Ausschlag in meiner Brustregion geführt. Das Ding ich heute auch hochgeschlossen trage. Ja, das juckt manchmal, aber es ist auch wirklich nicht wild. Also es ist wirklich gar nicht schlimm. Okay, was hast du dagegen getan? Dann nichts oder Creme oder... Ich bin Studentin, also könnte ich mir irgendwelche Medics leisten. Nichts? Natürlich nichts. Nee. Okay. Aber es ist auch wirklich nicht schlimm, ne? Also es ist wirklich nicht dramatisch. Du hast aber gehört, dass... in dem Institut jemand im Labor arbeitet, der sehr gutes Gras verkauft, das eigentlich bei allem helfen soll. Exakt, ja. Frage Nummer sechs. Der Chef, der dich eigentlich hasst, das muss dann wohl Jonathan sein, der die Studentenzitung leitet, will heute Abend mit dir reden. Worüber und warum? Nicht über die Fußballmannschaft. Okay. Die ist quasi auch für ihn jetzt nicht so unglaublich wichtig. Er sucht einen Nachfolger und will mir direkt klar machen, dass er nur meinen Rat möchte, weil ich werde es nicht werden, obwohl ich quasi die direkte Nachfolge wäre. Und zwar gibt es da einen, äh, aus, ein Zweitsemestler, äh, den, ähm, mir fällt immer nur Kevin ein, ist ganz furchtbar, ne? Dann heißt er Kevin. Nein, der heißt nicht Kevin. Wieso? Was ist das Problem mit Kevin? Nein, er heißt Kevin und, äh, Kevin wäre für ihn die perfekte Nachfolge. Also, das möchte er mir heute Abend mitteilen und möchte da quasi durch die Blume einmal meinen Rat haben, aber eigentlich möchte er mir nur sagen, dass ich es nicht werde. Okay. Und die siebte Frage. Wie heißt du? Ich heiße Mary mit Y. Mhm. Ach, der Nachname, ne? Die meisten, die meisten Leute in den USA haben Nachnamen, ja. Ja. Scheiße. Mary, ich, ähm, ja. Scheiße ist aber ein unterbildender Nachname. Nee, ich. Entschuldigung, ich hab versucht, das nicht zu sagen. Scheißen. Ähm, ich heiße Mary Smith. Wir haben schon Smith dabei, oder? Nein, wir haben eine Stuart, einen Meier und einen Fleischhacker. Let me guess who's Fleischhacker. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass du das erraten wirst, ja. Ah, okay. Damit ist auch Mary Smith fertig. Ihr habt alle eine Fähigkeit, wo ihr tatsächlich keine Probe drauf ablegen wirst. Was kann eine Journalistin oder was kann Mary? Ich bin ja Journalistin im Studium. Also ich, äh, also ich kann sehr gut, ich hab eine Auffassungsgabe und Beobachtungsgabe hab ich auf jeden Fall. Du bemerkst Dinge. Ja, ich bemerke Dinge. Mhm. Ich kann mir gut Dinge merken. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist bei der, ich weiß nicht, worauf wir stoßen. Ähm, ja. Ja, ansonsten muss ich nicht viel können. Okay. Ich bin nur zum Beobachten da, um ganz ehrlich zu sein. Gut. Ähm, sportlich bin ich eigentlich auch nicht sonderlich. Das sind alles super Voraussetzungen. Du hast schon abgeschlossen, ne? Ja. Wir können alles immer noch ändern. Wir werden alle sterben, oder? Ist irgendjemand, ist, ist, macht es, ich bin die Letzte, die jetzt hier sitzt. Ja. Macht es Sinn, mir noch irgendwas anzudichten, dass du das Gefühl hast? Ja, natürlich, es ist alles offen. Ich kann sehr gut Volleyball spielen. Hm. Ich bin, also, so generell bin ich jetzt nicht so unglaublich. Bist du eigentlich Sportstudentin? Nein, 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 nein. Ich bin Journalistin, aber ich will das auch werden. Aber ich habe früher Volleyball gespielt, auch ziemlich gut. Also, ich war in allem scheiße, ne? Ich war wirklich ganz, ganz furchtbar. Aber Volleyball, Volleyball konnte ich immer spielen. Volleyball war wirklich sehr, sehr gut. Also, wenn du... Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Entweder in so einem Bogen werfen musst oder mit Schwung über irgendetwas drüberhauen. Das kannst du nicht machen. Oh, das ist mir wirklich nützlich? Ja, dann möchtest du es können. Das kann wirklich nützlich sein. Ja, das finde ich großartig. Du wärst überrascht, wie viele Horror-Rollenspielrunden damit enden, dass irgendjemand am Ende einen Molotow-Cocktail schmeißt und dann feststellt, dass er nicht werfen kann. Ich bin sehr enttäuscht, wenn kein Bonobo drin vorkommt. Ich möchte ein Bonobo schmeißen. Weißt du, wie groß Bonobos... Okay, okay. Ich bin auch stark. Es sind ja keine echten Bonobos. Es ist keine Tierquälerei, wenn es nur in unserer Fantasie stattfindet. Oh ja, es ist kein veganes Pen & Paper. Kein veganes Pen & Paper. Beziehungsweise, das klären wir jetzt gleich. Jetzt können alle nämlich reinkommen und sich in ihre Plätze setzen und dann machen wir die letzten Präliminaria. Also die Dinge vor dem eigentlichen Losgehen vor der Grenze. Ihr dürft kommen! Miss Stewart, Herr Meier, Herr Fleischhacker. Bitte. Hast du gespielt? Ins Krankenhaus, danke. Wir haben bei dir noch nicht gesagt, was die Sache ist, die du kannst, ohne eine Probe abzulegen. Du kannst Leute einschüchtern. Doch, hattest du mir gesagt. Weil du gemeint hast, dass das sonst zu stark ist. Also alles kämpfen zu können, wäre zu krass. Ja. Wunderschön. Ihr und eure Charaktere. Wunderschön. Allesamt. So. Ach, hier rein. Habt ihr ein Gefühl dafür, was das für Leute sind, die ihr spielen werdet? Boah. Ist auch nicht nötig. Meistens entwickeln sich die Charaktere im Spiel erst in der Aktie. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich glaube, rechts von mir hat... Du wackelst jetzt schon so viel, ne? Wir haben da einen Jenga-Turm. Hm? Wir haben einen Jenga-Turm hier stehen. Ja. Sei vorsichtig beim Wackeln. Okay. Sollte die Hände vom Tisch lassen. Ich bin leider unglaublich gut darin, Dinge zum Umfallen zu bringen. Warnung vorneweg. Ich auch. Oh. Eine umwerfende Persönlichkeit. Ich würde dir sagen, high five. Aber dabei würde ich mit dem Ellenbogen schon wieder was vom Tisch hauen. Wir machen jetzt noch kurz eine Sache, mit der wir ein bisschen drüber reden, wie wir spielen wollen. Und das sind so ein paar allgemeine Fragen. Erstmal, Gegröße, Blut, Knochenbrüche, Tod, Kannibalismus, Gehirn. Alles okay für euch oder Dinge davon lieber nicht? Alles super. Alles super. Lieben wir. Also Splatter schon moderner Hardcore-Slasher-mäßig. Was ich nicht spielen werde, ist Gewalt gegen Kinder. Und Gewalt gegen Tiere würde ich auch gerne rauslassen. Aber gewisse Leute hier haben sich gewünscht, dass Bonobos geworfen werden. Hast du gerade Orr gesagt, weil du Gewalt gegen Tiere möchtest? Worum geht's? Ich hab eine Backstory. Es geht darum, was für uns okay ist in der Story. Welche Story? Ja, ich fürchte, er ist schon ein Charakter. Wir haben ihn verloren. Die Bonobos, die angeblich in ihren Laboren gequält werden. Also zumindest Tierversuche sind Teil der Story. Das kann man jetzt schon mal einswanderen. Das sind Affen. Das sind enge Verwandte der Schimpansen. Das sind die, die sehr viel Sex haben und mit uns sehr eng verwandt sind. Woher weißt du das? Weil ich sehr gerne Natur-Dokus höre. Ich find Affen hässlich. Ich hab's jetzt gesagt. Tatsächlich geht das vielen Leuten so, weil die so einen Uncanny Valley-Effekt haben. Die sind uns zu ähnlich, um süß zu sein. Ich find auch Menschen nicht sonderlich schön. Jetzt hab ich's gesagt. Ja, ist ja auch ein Rettungsrat in der Rolle. Dass ich Affen nicht mag, ist, glaub ich, kommen. Okay. Gegröße, Gewalt. Schreibst du das gerade auf? Ich schreibe Gegröße und Gewalt auf. Und ich schreibe auf, Tierversuche und Gewalt gegen Tiere bis zu einem gewissen Grad ist in der Story enthalten. Ich schreibe das. Okay. Oder möchtest du das nicht? Doch. Ich hab's ja reingebracht. Ah! Aber alle hier können sagen, können Veto einlegen, ne? Okay. Also was... Der Chat leider nicht, sorry. Wir haben was gegen Bonobos. Nein! Wie gesagt, Gewalt gegen Kinder, nehm ich raus auf jeden Fall. Was niemand überraschend wird, keine sexuelle Gewalt. Ich mein, es soll um Zombiesblätter gehen. Eine Frage, die ich immer gerne auch geklärt haben möchte vorher, weil ich da auch blöde Erfahrungen gemacht habe, ist, spielen wir gegeneinander oder spielen wir miteinander? Oh, das ist ne gute Frage. Erfahrungsgemäß spielen wir nämlich gegeneinander und es ist gut, das vorher zu wissen. Ja, das find ich sehr gut. Gegeneinander spielen ist also okay. Jemand anders von der Leiter treten, um sich zu retten, sich gegenseitig ankacken. Das ist doch für dich okay, Nico? Das ist okay. Warum spielen wir, wenn wir nicht gegeneinander spielen dürfen? Beim letzten Mal gab's die Fragen nicht. Alles gut, alles gut. Das wird meistens tatsächlich nicht gemacht, aber ich finde es gut, das einmal zu zeigen, dass das durchaus Dinge sind, über die man sich vorher unterhält. Ist es für uns okay, zwischendurch abzuschweifen oder wollen wir richtig konzentriert drin sein? Und welchen Tonfall wollen wir für das Spiel? Wie albern darf es sein? Wie ernst soll das sein? Echt? Wie es für jeden Fall ist. Wie der Flow kommt. Ja. Go with the Flow. Go with the Flow. Irgendwelche Themen, die ihr gerne sehen wollt? Bonobos. Zombies. Das ist abgemacht. Tod? Magic Karten? Okay. Sammeln. Irgendwelche Themen, die ihr auf keinen Fall drin sehen wollt. Yu-Gi-Oh. Nee, war Spaß. War Spaß. Ich schreib das jetzt knallhart auf. Dann. Na gut. Ja. Keine Fallenkarten heute. Ich hab nie Yu-Gi-Oh gespielt. Das ist das Einzige, was ich weiß. Das war richtig. Das gibt Fallenkarten, oder? Ja. Das macht Spaß. Ich hab auch Smile bekommen. Ich find das gut. Deswegen spielst du jetzt Magic? Nein, ich hab gegen Max gespielt. Weil sie dann nie auf Smile bekommen. Ich spiel beide. Ich hab gegen Max gespielt und das, wo ich gegen ihn fast gewonnen hätte, hat er nicht in sein Video genommen. Aber das, wo er mich fertig gemacht hat. Ich nehm gar nicht. Wer ist Max? Sehr schön. Ja, ja. Schön, schön. Es gibt manchmal auch für Runden, gerade wenn man Horror spielt, durchaus auch, dass es so Fragebögen gibt. Da gibt's verschiedene Systeme dafür, wo man zum Beispiel dann auch so Sachen drinstehen, halt wie das klassische Gewalt gegen Kinder, aber zum Beispiel auch Verletzungen an den Augen, Fingernägeln. Alles frei, alles frei. Gewalt in Beziehungen sind auch manchmal Dinge, die da drinstehen. Alles gut. Schwangerschaft, solche Dinge. Nicht, dass das jetzt heute vorkommt, das sind nur Beispiele, die ich nenne. Ich würde sagen, taucht gleich. Was hast du vor? Kevin, oh nein, warte. Hast du deine Familie schon vergessen? Dazu kommen wir auch noch. Was hab ich vor? Das Setting heute ist sehr offen in dem Sinne, als dass es gibt Startpunkte, es gibt andere Figuren, die eine Agenda haben und es gibt so Eskalationen, also Dinge werden passieren, durch die Sachen immer schlimmer werden. Aber ihr könnt daran sehr viel ändern und ihr habt sehr freie Hand, wo ihr hingeht und was ihr macht. Das heißt, also ich passe mich daran an, was ihr tut. Wir müssen nicht drüber nachdenken, oh, das, was ich jetzt gerade mache, bringt das vielleicht die Story oder ist das vielleicht das, was gar nicht gewollt ist? Es gibt eigentlich nichts, was da nicht gewollt ist. Wir werden irgendwo immer ans Ziel kommen. Das Ziel ist nämlich idealerweise, dass wir alle Spaß haben und am besten sogar noch die Leute, die zuschauen. Deswegen machen wir das Ganze und deswegen sollten wir auch immer schauen, dass wir so Spaß haben. Wir werden eine Pause auch einlegen, zwischendurch eine Pinkelpause. Die ist dann auch immer ein guter Moment, um so eine Rückmeldung einzuholen. Was ist gut? Wovon hättet ihr gerne mehr? Was sollen wir lassen? Solche Sachen. Und das allerletzte, was wir jetzt machen, ist, bei Dread fängt man mit diesem Turm an, aber für jede Person, die wir eine weniger sind als fünf, die spielen. Ich zähl also nicht. Eins, zwei, drei, vier. Werden zum Start schon drei Steine rausgezogen und oben drauf gelegt. Wer möchte das denn machen? Das ist jetzt so die Fingerübung zum Einstieg. Um das ein bisschen auszuprobieren. Ihr könnt frei wählen, welche ihr rausziehen wollt und oben drauf legt. Und wenn er jetzt einstürzt, gibt es noch kein Problem damit. Ich hätte gesagt, dadurch, dass ich eingeladen habe, würde ich meine anderen drei Spiele nie einziehen lassen. Das ist aber lieb von dir. Total. Wer möchte auf keinen Fall anfangen? Okay, alle sind bereit. Genau, und jetzt quer und zu denen oben drauf legen. Ich komme da ja, glaube ich, ich komme da nicht dran. Wunderschön. Kommst du da dran, Nico? Wie ist denn das eigentlich? Es gibt ja so mehrere... Muss ich mich direkt... Also der erste Stein, den ich berühre, muss ich auch rausziehen? Nein, du kannst dich auch umentscheiden zu einem anderen Stein. Du darfst immer nur eine Hand benutzen, darfst die Hand aber wechseln. Und du kannst auch sagen, du gibst auf, dann gelingt dir die Probe einfach nicht. Und du kannst sagen, du gibst generell auf, du kannst sagen, mein Charakter opfert sich, um die anderen zu retten und dann reißt du den Turm absichtlich ein. Das ist ja großartig. Das muss ein Twitch-Moment werden, ne? Ja. Okay, aber noch nicht jetzt. Noch nicht umschmeißen. Es geht auch um keine Getränke, keine Pillendosen. Wenn ich das gewusst hätte... Berührt, der wackelt. Berührt. Ja, aber man darf... Man darf den Stein... Nein. Max hat seine eigenen Regeln, die gelten halt nur für Max. Das ist okay. Ihr habt jetzt beide nur auf der Seite genommen, ne? Ich darf aber auch aus der Mitte nehmen. Natürlich darfst du auch aus der Mitte nehmen. Na, auf. Na, gib auf, gib auf, gib auf. Aber das ist auch ein... Ein guter Start. Ein guter Start. Kannst dir auch aufstehen. Weiß nicht dran. Kannst du wieder reinschieben? Nee. Nein. Du bleibst jetzt so. Nee? Nee. Das muss jetzt so bleiben. Haben wir so dramatische Musik bei jedem Roll? Ja, gibt's Musik wenigstens? Ich weiß das nicht. Dramatische Musik. Mir war gerade am Tisch. Ich darf nicht lachen. Wenn ich den Tisch berühre. Was passiert eigentlich, wenn du, warum auch immer, das Ding zum Einsplissen bringst? Das geht dann nicht. Da wird er wieder aufgebaut. Und zwar genauso, wie er vorher stand. Von der Spieler. Nee, er wird dann wieder aufgebaut und dann wird eine bestimmte Anzahl an Steinen rausgezogen. Diese Eventualität ist tatsächlich in den Regeln mit... Also, es gibt auf jeden Fall, wenn er einstürzt, wird er neu aufgebaut und dann wird halt eine bestimmte Anzahl an Steinen rausgezogen, um darzustellen, dass man schon ein Stück gespielt hat. Auch wenn einer von euch ausscheidet durch umgefallenen Turm. Das heißt, dass euer Charakter mehr oder weniger raus ist. Aber es gibt ja gerade in einem Zombie-Setting immer Möglichkeiten, noch mitzuspielen. Ansonsten machen wir einen neuen Charakter. Gut. Dann fangen wir jetzt an. Versuchen wir, uns in die Charaktere reinzudenken und auch in das Setting. Und das Setting ist ein relativ trüber Herbsttag. Es ist noch so eine Letztwärme liegt in der Luft, aber die Bäume haben schon lange angefangen, die Blätter abzuwerfen. Und vor allen Dingen ist alles schon ziemlich feucht in dieser Stadt. Wir hatten gesagt, mehr oder weniger, es ist eine Stadt in den USA. Rostock. 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 Und morgens tritt. Die Chefin der Tagschicht der Tagschicht der Security, Carol Stewart. Die hat natürlich ihren kleinen Puck, mit dem sie den Mitarbeitereingang aufbiebt und reingeht. Flore mit einer Wandfarbe, die wahrscheinlich mal weiß oder so Eierschalenfarben war und mit der Zeit immer mehr in ein trauriges Grau und Ocker abgeglitten ist. Und graumeliertes Linoleum auf dem Boden beherrschen den Eindruck. Es riecht nach Reinigungsmitteln und Desinfektion und du hörst das Radio im Raumlaufen, dem Frühstücks- und Aufenthaltsraum für die Leute, die gerade Pause haben und die Leute sich da unterhalten. Eigentlich ein Tag wie jeder. Das ist die Frage, machst du kurz eine Pause im Frühstücksraum oder gehst du direkt vorne im Empfang, wo deine Station normalerweise ist? Ich habe einen Coffee-to-go mit und würde tatsächlich direkt vorne hingehen und schauen, was heute ansteht. Mal schauen, wie die Nachtschicht so verlaufen ist, ob irgendwas passiert ist. Erstmal Stimmung abchecken und dann potenziell danach vielleicht noch ein Frühstück holen, aber erstmal jetzt nach vorne gehen mit meinem Kaffee. Ich habe nicht so gute Laune, ich habe extrem schlecht geschlafen und habe gar keinen Bock, heute hier zu sein und freue mich einfach nur aufs Wochenende. Du hast eben noch die Tür aufgehalten für jemand anders, als du reingekommen bist. Das haben wir eben in der Folge festgelegt. Sarah, die auch kurze Danke sagt und dann Termin mit Dr. Mac. Ihre Hand bleibt kurz länger auf deiner liegen. Wo es sich dann umdreht in ihren Ballerina-Flights, in Richtung Aufzug geht, wo es hochgeht zu den Büros von den Chefärzten. Und wie läuft Kara Stewart? Wie kommt sie da rein? Sie hat ihr Sakko an, mit den Ärmeln hochgekrempelt. Ja, also soll ja professionell alles aussehen, ist ja auch anständige... Ist die Technik alles gut. Auch soll ja auch alles anständig aussehen, aber trotzdem ein bisschen ligerer ist es auch einfach viel zu warm für diese langen Ärmel. Ich bin sehr genervt davon und fühle mich, ich bin stark und mache viel Sport und ich fühle mich sehr eingeengt damit. Und ich habe schon so ein bisschen so und ich war im Fitnessstudio unterwegs gegangen drauf und marschiere durch den Raum. Ich bin nicht die Art von Person, die anderen ausweicht beim Gehen. Ja. Warum auch? Du siehst im Vorbeigehen eine von den Oberschwestern, die gerade mit anderen sich unterhält, Gabriela, die im Pausenraum ist und dir kurz zunickt. Und dann bist du schon vorne bei einem Empfang, wo dich mehrere traurige und verstaubte Palmen erwarten, die da in großen Kisten stehen. Und vor allen Dingen auch Jessie, die den Empfang morgens unter ihrer Ägide hat und gerade den Übergabe macht und auch hochschaut. Guten Morgen! Morgen! Hi Carol! Maxwell ist gerade auf Toilette, der ist gleich wieder da und kann eine Übergabe machen. Aber alles ereignislos heute Nacht gewesen. Ja, hat ja noch zwei Minuten Zeit, schön zu hören. Ja. Gut, was macht die Katze? Es geht hier wieder besser. Also, wir haben jetzt so Tropfen bekommen, die sollen auf jeden Fall helfen gegen die Verdauungsprobleme. Aber anständige Tropfen, nicht so ein Hokus-Pokus-Scheiß. Was ist Hokus? Homöopathie-Scheiße? Schon ordentliches Tropfen, oder? Was ist das Problem mit Homöopathie? Alles gut. Viel Glück. Dort, Homöopathie, geht die Tür auf und hereinkommt der Chef des Labors. Ein Deutscher. Ja. Ein bisschen spät, ein bisschen gehetzt. Er hätte eigentlich schon vor einer halben Stunde da sein sollen. Hallo. Morgen. Guten Morgen. Jessie, auch so. Ja, und dann bemüht sie sich mit deinem deutschen Namen Fleischkauer. Fleischacker, ja. Fleischacker. Guten Morgen. Hans-Joachim. Guten Morgen. Ja, wir kennen uns. Ja, ja, ja. Ja, wir arbeiten beide hier. Wir arbeiten. Schon ein bisschen länger. Ich auch. Ja, sind sie gut angekommen? Gut durch den frühen Verkehr gekommen? Durch den Verkehr. Sind sie gut durch den Verkehr gekommen? Ach so, ja. Ja. Super. Ja. Der Verkehr ist gut, ja. Super. Naja, und sonst, was gibt's? Oh, der Katze geht's besser. Welcher? Meiner. Sie haben eine Katze. Oh ja. Mimi, wollen Sie Fotos sehen? Nö. Äh, ja. Später. Okay, in der Mittagspause. So, was steht an? Ähm, Sie haben heute ein paar Studenten? Ja. Wegen den Laborscheinen? Ah, ja. Die sagen, Sie haben sie immer noch nicht ausgefüllt? Das kann ja gar nicht sein. Fleischhacker, Sie müssen Ihre Papiere rechtzeitig abgeben. Ja, dann muss ich, mach ich. Sehr gut. Können Sie einen Moment hier vorne bleiben? Ja. Dann, 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 ähm, weil das letzte Mal, als Sie sagten, mach ich, haben wir sie danach nicht finden können im Gebäude? Das war ja wegen einer anderen Geschichte. Ja. Wegen der ausgefallenen Antenne auf dem Dach. Da musste ich nachschauen. Da war ja, weil der, der... Mr. Fleischhacker, Sie wissen, dass wir ein, ein... George war ja nicht da, der Hausmeister. Der hat im Keller die Emanuela, äh, ge, äh, Dings. Ist auch, egal. Er hat was mit Emanuela? Die haben die Dings gesucht, die, für die Tropfen. Was für, für... Bleiben Sie einfach hier, Mr. Fleischhacker, okay? Ja, na klar, na klar, klar, klar. Sie lehnt sich zurück, schaut an ihm vorbei und so in Richtung von Carol. Wollen Sie, wollen Sie sich vielleicht hinsetzen? Oh, ich stehe gut. Super, dann stehen Sie gut. Äh, wann, wann kommt jetzt, also ich hab damit nichts zu tun, ne? Also wer muss da jetzt... Durch die Tür kommt rein ein adrettgekleideter Herr mit einem Rollkoffer. Ein Einstecktüchlein und einem charmanten Lächeln, nehm ich auch an. Und direkt dahinter quasi klemmt sich noch in dasselbe Abteil von der Drehtür. Wie sieht unsere Journalistin denn aus? Äh, naja, also ich bin 20 Jahre alt, das heißt, ich bin entsprechend halbmodisch gekleidet, äh, habe eine Brille auf und habe eine Korshose an, die entsprechende Geräusche von sich gibt. Schub, schub, schub. Äh, exakt und habe eine kleine Tragetasche dabei, ähm, wo ein paar Stifte drin sind und einen Block dabei. Mhm. Gut. Ja, du merkst doch, dass jemand sich bei dir einfach mit reingemogelt hat. Äh, Entschuldigung, was soll das jetzt hier? Ich hab auch einen Termin. Hallo, Mary. Sie sehen nicht aus, Sie sehen nicht aus wie jemand, der einen Termin hat. Doch, 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 ich komm, äh, von der, von der Hochschule hier. Nebenan. Mit einem Fwop wird euer Abteil in den Empfangsraum, in die Empfangshalle des Krankenhauses mehr oder weniger reingespült. Entweder läuft ihr jetzt raus oder ihr werdet in die nächste Runde mitgenommen. Also, ich, äh, drängel mich an ihn vorbei, nach vorne, um gerade noch so mit reinzukommen. Du riechst, Gras. Die Sabine hat wieder ein Labor, ach, die Tür aufgelassen, glauben Sie es? Ja, ist unfassbar. Also, das muss auch wirklich mal auf, wir brauchen eine neue Lüftung, es geht nicht. Wie bei uns im Wohnheim? Nee, die Sabine, die hat die Tür aufgelassen. Ja, wir brauchen eine neue Lüftung, sag ich doch. Oh mein Gott. Ein Bild fällt von der Wand. Ich wusste, dass das hier älter ist. Ich hab... Wissen, mit meinen Nerven ist es heute eh nicht so gut, wegen meiner Katze. Und dann das. Oh nein, das ist das Bild von... Können Sie das bitte, können Sie das lassen, bitte? Das ist Eigentum des Krankenhauses. Ja, ich würde das, ich würde das einfach einmal, ich würde das einmal nehmen. Bitte geben Sie mir das. Das war doch kein Arzt. Bitte, ja, das ist in Ordnung, bitte geben Sie mir das. Haben Sie, haben Sie, äh, Unterlagen, wer sind Sie denn? Was machen Sie denn hier? Mary, ich hab, ich hab einen Termin, ich habe, ich komm von der Hochschule. Ja, haben Sie, haben Sie einen Bescheid ausgedruckt, dass Sie hier sein dürfen, weil das ist keine öffentliche... Ich hab den, ich hab den irgendwo, ja, ja, ich hab den... Ja, wo ist der? Ich kann Sie hier nicht lassen, wenn Sie hier keine Genehmigung haben. Ich habe eine offizielle Genehmigung bekommen. Ich habe, bin angemeldet über meine Hochschule. Gut, dann ist es los. Ich hab eine Mara im Empfang, die kennst du ja schon, die merkt sich vor so, hey, Mr. Meyer. Hey, Jessie, hey. Ähm, die Dr. Mac ist gerade noch beschäftigt, ihre Frau ist gerade zu Besuch gekommen. Ja. Es ist okay, wenn ich Ihnen erstmal einen Kaffee anbiete und Sie einen Moment warten? Hm, ja, aber ich find selbst rein. Sie können mich auch reinlassen, kein Problem. Das kann ich natürlich, aber sie ist gerade noch beschäftigt. Ich mein, ähm, sie greift durch den Tisch und holt so ein Badge raus. Damit kommen Sie auf jeden Fall schon mal nach oben im Fahrstuhl. Siehe ich das? Ich finde Sie sicher zurecht, ja. Das siehst du, ja. Die Sabine sollte dringend mal eine Einordnung erhalten, wie Türen, warum die in den Laboren geschlossen bleiben sollten. Ja, ich schreib mir das sofort auf. Sie sind die Beste. Ja. Ich werde mit ihr reden, ich werde das im nächsten... Ich hab meinen Termin. Halt, nein, 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 stopp. Wir werden hier nicht einfach Leute durchlaufen lassen. Ich brauch von Ihnen bitte Unterlagen, dass Sie hier sein dürfen. Das ist, das ist aber, das ist Mr. Meyer von Nearo Farm. Das ist, freut mich sehr, das ist mir scheißegal. Mir geht es hier um die Sicherheit, um die Sicherheit von allen. Sie bewegen sich bitte hier nicht weg. Das muss erstmal geprüft werden. Haben Sie auch Unterlagen mit? Natürlich nicht, aber es geht mir auch sehr um Ihre Gesundheit. Sie wirken sehr gestresst. Ich hab da was dabei. Brauchen Sie ein paar Pillen vielleicht? Das würde ich an Ihrer Stelle wegpacken. Sie sind offensichtlich Pharmadozent völlig in Ordnung, aber bitte laufen Sie mit Ihren Tabletten nicht einfach so frei hier rum. Das passt schon, der Hajo weiß Bescheid. Was ist denn da drin? Äh, Nia, Nia, Ralo, Ralo, das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, wer, zu wem kommt er denn? Ähm, er hat tatsächlich einen Termin bei Dr. Mac, aber der ist rausgerade gekommen. Ja, dann rufen Sie sie an. Ist doch Ihre Arbeit, ich kann Sie ja leider alleine nicht durchlassen. Okay, warten Sie einen Moment. Ja, ich bin gleich für Sie da. Alles gut, kein Stress. Kein Stress, es tut mir leid, Mr. Mayer. Ich kann mir vorstellen, es ist sehr stressig, so ein Alltag, ja. Es ist ausgesprochen stressig mit ihr, mit der Welt. Wenn die Tür offen bleibt. Waren Sie im Urlaub? Ja, Hawaii. Sie sehen so braungebrannt aus und so entspannt. Ja. Es steht Ihnen gut. Dankeschön, soll ich öfter machen, ne? Ja. Dazu müsste ich aber halt jetzt da rein, damit ich öfter in Urlaub gehen kann. Äh, ja. Ähm, oh, Dr. Mac? Ja, ähm, Herr Mayer ist hier. Ja, von Nia Rofa. Aha. Aha. Weswegen sollte ich hier warten? Da sind doch so Unterlagen, die Sie unterzeichnen. Ach ja, ja. Ja, fünf Minuten. Das geht in Ordnung, aber nur fünf. Ich schicke ihn dann gleich hoch, Dr. Mac. So, also, was ist das mit dem ... Und in dem Moment wird mit ziemlichem Schwung die Tür neben der Drehtür aufgeschlagen und mehrere Leute schieben eine Trage herein, auf der eine Person liegt. Da sind auch direkt schon Infusionen und dergleichen dran gehangen und alles Mögliche an Gerät und Taschen von den Rettungssanitätern liegt mit auf dem Bett, die da eigentlich reingehen. Und hinterher laufen zwei Leute in Security-Outfits. Also, tatsächlich ernstzunehmende Security-Outfits. Hallo? Im Sinne von, dass die einheitliche Jacken mit Logos haben und schwere Arbeitsschuhe. Aber das ist nicht unsere Security, also ich kenne die nicht. Nein, nicht deine Security, aber sie tragen tatsächlich auch Waffen im Holster. Und haben Käppis und einen Knopf im Ohr und dergleichen, die hinterherlaufen mit einem Abzeichen, mit einem Kreis, der sich fast schließt. Der aussieht wie so eine Zen-Zeichnung oder irgendwie sowas in der Art. Kenn ich das? Sagt mir das irgendwas? Möchtest du angestrengt nachdenken oder ist dir das egal? Ich würde angestrengt nachdenken. Ja, dann zieh doch mal einen Stein. Es darf natürlich nicht aus der obersten Schicht sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir würfeln? Oh, ich zitter, das ist zangweilig. Oh Gott. Ouroboros Security. Okay. Gehört zu einem, so einer größeren Gruppe von Firmen, die alles mögliche anbieten unter dem Ouroboros-Label. Ouroboros Transport, Ouroboros Security, Ouroboros Imports. Das sind die von Ouroboros Security. Was machen die denn hier? Keine Ahnung, wie er das weiß. Das Bild fällt erneut von der Wand. Jesse zuckt zusammen. Mr. Meyer, ist ihr vielleicht von den Lea-Ralto-Nicks? Ja, natürlich, klar. Bedienen Sie sich. Ich würde auch einen. Die gehen aufs Haus. Danke. Welches Haus? Mein Haus. Sie haben ein eigenes Haus, Mr. Meyer. Sie sind hier gut situiert. Entschuldigung. Kannst du vielleicht mal abchecken? Ja. Sorry. Die schieben den vorbei. Und du hörst auch, es kommt jetzt auch ein Arzt aus der Richtung. Kennst du den? Den kennst du. Okay. Dr. Flynn. Der ist tatsächlich schon länger hier. Ah, Dr. Flynn. Der Gabi läuft. Hallo, Herr Flaschager. Haben Sie meine Proben bekommen? Ich bin beschäftigt. Läuft dann dir vorbei nach vorne. Und die Rettungssanitäter geben auch direkt durch. Schönen Tag noch. Du hast ja scharfe Ohren. Das heißt, du hörst, ähm, war tatsächlich heute für eine Einweisung hier. Es gab aber auf dem Weg tatsächlich einen Unfall. Deswegen, wir haben ihn trotzdem erst hier gebraucht. Das hat offensichtlich Priorität. Der Name des Patienten. Die Reagenz. Kevin Umeyer. Kevin Umeyer. Das ist ein Name, den du kennst. Den hast du vorhin sehr mal festgelegt. Ja, den kenn ich. Ja, den kenn ich. Aber es gibt ein schnelles, getuscheltes Gespräch. Und dann wird er in Richtung der Aufzüge geschoben, während der Arzt nebenher läuft. Und dann kurz stehen bleibt zu Jesse. Ich brauche ein volles Team. Ich komme mit, klar, kein Problem. Mr. Fleischhacker, nicht Sie. Bitte nicht Mr. Fleischhacker, sagt er zu Jesse. Explizit. Und inzwischen stoppen. Oder. Okay. Und so schnell als möglich. Mach doch Spaß. Sind sicher nur überkommst. Er zieht einen Badge heraus, das eine ganz andere Farbe hat als deines. In blauen, in hohen und in gelben Streifen. Und marschiert ebenfalls zum Fahrstuhl, schaltet den damit frei und dann verschwinden sie. Die beiden Security-Leute bleiben unten stehen und lümeln herum. Haben Sie noch so ein Bonbon? Natürlich. Gerne. Schmeckt ganz gut. Ich nehme es Lila. Wo ist denn jetzt Frau? Dr. Mac, das waren doch jetzt fünf Minuten. Oh. Jesse, hattest du nicht gesagt, fünf Minuten? Wir können die Leute hier nicht alle im Eingangsbereich stehen lassen. Wir sind hier nicht am Bahnhof. Meine Zeit ist sehr kostbar, okay? Ich werde auch schon gestresst hier. Mensch. Ich kann warten. Alles gut. Da haben Sie doch was gegen. Also es sind vier Minuten, aber Sie können jetzt gleich, wenn der Fahrstuhl wieder freigegeben ist, können Sie hoch. Vielen Dank. Gibt es dafür, hat Dr. Mac zugestimmt, dass das in Ordnung ist? Dr. Mac hat gesagt, er soll in fünf Minuten hochkommen. Er soll einfach hochkommen. Das wird schon passen. Okay. Na gut. Was mache ich mit dir? Ich kann mich auch einfach im Hintergrund halten. Also ich brauche alles gut. Also ich bin ganz unkompliziert. Zu wem musst du nochmal? Ich hatte generell einen Termin hier. Einen generellen Termin? Ja, exakt. Ich wurde eingeladen, um einen Bericht zu schreiben für unsere Studentenzeitung. Das ist also, wo ihr mich einsetzt. Das ist euch überlassen. Wir haben keine Vorgaben, keine Vorschriften. Wir sind da komplett offen drin und wollen einfach so wenig wie möglich stören hier. Einer von der Security kommt zwischen euch an die Theke. Entschuldigung, kann ich ein Glas Wasser haben oder sowas? Danke. Haben Sie irgendwo eine Kanteine oder einen Snackautomat oder sowas? Wir haben den Gang runter, gibt es einen Snackautomaten und da gibt es auch einen Kaffeeautomaten. Aber da ist kein Wasser. Da könnten Sie sich einen Kaffee runterdrücken, wenn Sie einen Kaffee wollen. Was ist denn los mit dem Patienten? Sonnenstich, wa? Ähm, das ist, äh, ich weiß nicht, ob es auch Befugt sind. Weil wenn Sie ja hier, muss ja wichtig sein, wa? Oder? Das ist schon richtig. Ist alles okay mit Ihnen? Ähm, also, um ehrlich zu sein. Nehmen Sie sich. Ich muss mir irgendwas eingefallen haben. Jetzt lassen Sie. Was ist das? Das wird schon helfen. Vertrauen Sie mir. Ich gebe es mir so ein bisschen, ein bisschen schlecht. Vielleicht, ich esse, ich versuche erst was im Magen zu bekommen und dann esse ich sie und er legt sie auf die Theke. Alles klar. Aber vielen Dank. Aber denken Sie an mich. Das ist doch auch immer. Klar, Mann. Ist doch nicht auch wegen der Pandemie, die ansteht, wa? Gibt ja schon, ich bin ja in dem Magazin drin, gibt ja schon die ersten, äh, Vorfälle in, in Costa Rica, ne? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Das ist ja Europa, das passt schon. Das klingt sehr spannend. Was ist das für eine Pandemie gerade? Ja. Kann mich das aufnehmen, stört dich das? Filmen ist hier verboten. Filmen ist hier nicht erlaubt. Sie können. Also, die Genehmigung reicht nicht, um hier zu filmen. Schreiben ist okay, Filmen ist nicht erlaubt. Fotos? Nein. Also, weil das, das sah ja interessant aus. Ich bin ja. Er geht von dir weg in Richtung des Neckautomaten. Ich gehe hinterher. Ich gehe auch hinterher. Weil die Symptome waren ja auch sehr ähnlich wie von den Berichten. Was für Symptome waren das so? Ich versuche mich zu erinnern, was für Symptome wohl der Mann auf der, äh, Liege hatte. Der sah in erster Linie aus, als wäre ein Autounfall gewesen. Hm. Ja. Warum lachen Sie alle jetzt? Es ist doch eine berechtigte Frage. Die ersten Symptome sind Nesselsucht. Mhm. Ja, muss ich eins von den, den Sandwiches, die da schon seit mehreren Tagen sind, um sind raus, wickelt das aus. Meisten, ähm, Schleudertrauma manchmal. Er wirft mehr Geld an. Ja. Und dann Brechreiz. Der sah ja ganz schön mitgenommen aus. Glauben Sie, der junge Mann schafft das? Ich bin kein Arzt. Ich habe keine Ahnung. Er holt einen Schokoriegel raus, wickelt den aus, fängt an zu essen. Sie sind ganz schön hungrig. Geht's Ihnen gut? Ähm, um ehrlich zu sein, mäßig, glaube ich, haben irgendwas eingefangen. Oh. Lassen Sie mich erst mal mit Ihrer Tablette in Ruhe, okay? Dass das Wetter war. Ja. Ich schweiß von der Stirn. Ich nehme immer die, äh, 43. Was ist das? Dublo. Was ist Dublo? Keine Ahnung. Schokolade drin, ne? Wirft noch mehr Geld ein. Krieg ich auch ein? Ist ein bisschen trocken. Wirft noch eins ein, holt es raus. zieht es dann weg und stopft es sich auch noch hinterher. Entschuldigung, ich weiß auch nicht. Alles gut. War ja nur... Ich kann mir auch selber ja später einkaufen. Später, nachher. Ja. Bin grad nicht so gut bei Kassel. Also, ich weiß nicht genau, was der hat, aber der sollte ohnehin hierher geliefert werden und dann gab es bei dem Transport, gab es einen Unfall. Geht's Ihnen denn gut? Sie wirken echt sehr gestrescht. Soll ich mal horchen? Stress? Setzen Sie sich mal... Das hilft gegen Stress, vertrauen Sie mir wirklich. Das hilft gegen Stress? Ja. Nehmen Sie bitte die Kamera runter. Sie ist gar nicht an, alles gut. Setzen Sie sich... Auch wenn sie ausgeschalten ist. Ich möchte diese Kamera hier nicht noch einmal sehen, Mist. Oh, die ist sehr schwer. Ich kann die ganz schlecht irgendwo... Ich kann sie dann abnehmen, Sie können sie nachher wiederholen, wenn sie wieder rausgehen. Kein Problem. Das ist ein Erbstesstörer, Mama. Ich bin ja quasi auch Arzt. Nein, alles gut, ich packe sie weg. Wenn Sie wollen, setzen Sie sich mal hin und wir machen ein paar Proben. Tests. Okay. Was für Tests? Hinsetzen fühlt sich eigentlich ganz gut an. Lässt sich auf so einen Stuhl fallen. Oh, kommen jetzt neurologische Tests? Nein, nein, nein. Ich wende mich an Jessie. Jessie, hol sofort einen Arzt. Ich glaube, da stimmt was nicht. Ja, ja. Ich würde jetzt voll aufs Knie hauen. Ja. Was? Du haust dir voll aufs Knie mit an. Der tritt nach dir. Oh, da funktioniert ja noch alles. Was zur Hölle, Mann. Herr Fleischhacker, können Sie ein bisschen erzählen, was Sie jetzt so machen? Also der Patient fühlt sich gerade recht unwohl und davon ist auszugehen, dass wenn Reflexe nicht mehr da wären beim festen Schlag auf den hinteren Bereich der Kniescheibe, dann müssen wir uns Sorgen machen. dann ist nämlich potenziell Ehek. Dann ist nämlich potenziell Ehek. Ehek? Sie sagen es. Das ist aber gefährlich. Er greift sich in den Mund und holt etwas kleines Blutverschmiertes aus. Hoppala. Ist das Ihr Zahn? Ja, das ist eine... Okay. Jessie, haben wir vielleicht irgendeinen Aufenthaltsraum, der gerade frei ist, dass wir dieses ganze Schauspiel aus dem Flur rausbekommen? Ja, die C5. Die C5 ist frei. Kommen Sie mal bitte mit in die... Können Sie noch aufstehen? Äh, ja. Dann kommen Sie mal bitte mit in die... Ich helfe ihr, ich helfe ihr. Alles gut. Danke, er lehnt sich bei dir auf die Schulter. Jetzt. Heiß, tatsächlich. Ziemlich heiß. Ich glaube, er hat Fieber. Naja, bringen Sie... Bleiben Sie mal bitte weg. Wir wissen nicht, was das ist. Bleiben Sie mal bitte weg. Sie auch, Mist. Bitte gehen Sie mal einen Schritt nach hinten. Und ich schüttel den von mir um den Arm um sie gelegt. Ich werfe den Arm wieder weg. Wissen Sie, was der Terminkant für heute... Der kann auch warten. Ich gehe besser. Sind das noch Ihre Weisheitszähne? Äh, Ihre Milchzähne, wa? Nein. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 34. Dann haut das nicht hin. Das haut nicht hin. Nein, das haut wahrscheinlich nicht hin. Aber... Ich möchte die Person so schnell wie möglich in diesen Aufenthaltsraum schieben. Bei mir ist das nicht geheuer. Und ich finde es nicht gut, dass wir Aufmerksamkeit erzeugen. Jetzt ist aber was los hier. Da liegen eine ganze Reihe Schränke, in denen verschiedenste Sachen wie Papiertücher oder sonst irgendwas alles drin liegen, die man halt in großen Mengen braucht. Klo rollen. Lässt sich auf die Liebe fallen. Und sackt dann da so ein bisschen in sich zusammen. Danke. Ernst, darf man im Krankenhaus kochen? Wie kochen? Das riecht nach... Hähnchen, oder? Nach Brathähnchen. Hier kocht niemand Hähnchen. Jesse, ruf mal einen Arzt, bitte. Ja, habe ich schon. Ist gleich jemand da. Aber die meisten sind gerade in einer Notfallsituation. Ich könnte das machen. Ein richtiger Arzt, bitte. Habe ich auch schon vor. Hören Sie mal. Lassen Sie mich mal da ran. Ist gerade schwer, jemanden zu erreichen. Also, Dr. Mac erwartet Sie jetzt oben. Okay, danke. Vielen Dank. Also, ich gehe jetzt in den Raum, wo der ist. Du rufst den Fahrstuhl mit deinem Pettin. Und der geht auf. Und der ist von innen mit Blut bespritzt. Ich würde in den Raum gehen zum Patienten gerne. Hilfe! Blut! Das ist aber Blut! Ich renne sofort hinterher, schaue mich um. Ich nehme die Kamera kurz hoch, lasse sie wieder senken. Was sehe ich sonst noch in dem Raum? Blutspritzer. Und da würdest du sagen, das sind auch irgendwie, ist das Stoff? Nee, das sind Haare, die da im Blut an der Wand kleben. Einen Handabdruck, auch ein Blutiger. Da fehlt aber ein Finger. Der kleine Finger fehlt. Und vor allen Dingen, welche an der Tür. Aber niemand mit drin. Mir wird kurz schrummrig. Ich notiere mir, was ich sehe. Oh mein Gott. Jessie, komm, tack, 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 tack. Mit Ihren Stöckelschuhen. Ich würde mitlaufen, wenn ich das Hilfe gehört habe. Das heißt, ich lasse dich jetzt zurück. Gott, Gütiger, was ist denn? Ähm... Ähm... Security? Hi. Cameron, machen Sie was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir nehmen an, die Spülung gehen und dann kommt Maxwell, ähm, Maxwell Lucas, dein Kollege von der Nachtschicht, raus. Der rückt gerade noch die Hussesricht. Was? Was ist los? Maxwell, du hast heute nicht frei. Aber ich muss gleich meine Tochter vom Kindergarten... Schau in den Lift. Oh, shit. Hol, hol bitte, hol Absperrband. Wir müssen, wir müssen das absperren. Wir wissen nicht, ob das kontaminiert ist. Hier darf niemand mehr rein. Ähm... Jessie, schließ die Türen. Wir müssen alles abriegeln. Wir wissen nicht, was hier passiert ist. Niemand darf raus. Niemand, der jetzt im Gebäude ist, darf dieses Gebäude auch noch verlassen, bis wir wissen, was los ist. Okay. Carol, was passiert jetzt hier? Ich habe jetzt keine Zeit für Sie, Miss. Können Sie kurz mal erklären? Ich würde mich an ihr vorbeischieben und einfach nur reden. Ist das menschliches Blut? Ist das Affenblut? Sind das Bonobo-Blut? Sagen Sie doch mal A. Äh... Du schaust rein und seine Zunge ist schwer geschwollen, hat eine tiefe Riefe in der Mitte. Du siehst, wie mehrere von den Zähnen sich lösen, aber darunter in dem Gaumen siehst du weiße Spitzen, als wäre dann so dritte Zahnreihe, die jetzt rauswächst. Oh, sie sieht mir nach einer Mandelentzündung aus. Hochaltrig. Oh. Sie brauchen dringend Antibiotika. Das hatte ich als Kind zuletzt. Brauchen dringend Antibiotika, junger Mann. Okay, können Sie mir die verschreiben? Gibt doch sicher eine Dispenserie hier im Krankenhaus. Ich würde sie in den Bereich, in die Abteilung schicken für Verschreibungen. Ja? So. Also ich selber nicht, aber das bin ich auch gar nicht zuständig. Also macht dann die Schwester... Haben Sie was zu essen? Ich... Duplo. Im Automaten. Aber sie müssten mir das Geld geben. Dann bringe ich ihnen was. Ja, 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 er kramt ihr draus und drückt es dir in die Hand. Ich kann uns das Portemonnaie einfach nehmen. Ja, 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 er drückt ihr das Portemonnaie in die Hand. Was zu essen? Gut, gut, gut. Dann würde ich jetzt erstmal gucken, wie viel da drin ist, während ich... Also noch so 20 Dollar in einen Dollar Noten und noch so ein paar kleineren Nutzen drin. Dann, äh... Strike. Verlasse ich den Raum. Noch ein Sandwich vielleicht oder so. Ja, 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 ja. Dann gehe ich zur Rezeption. Ja, Jessie ist dabei zu telefonieren und hat, ähm, einen Zettel rausgesucht. Ein weißeres Fensterfeld. Das Fensterfeld von der Wand. Richtig. Ja, das fehlt. Langsam nix persönlich. Ich habe das Gefühl, die Temperatur ist zu viel für den Klebstoff. Na gut. Ey, Jessie. Ja, ja? Jessie. Wir haben... Das Protokoll haben wir eben noch nie gebraucht. Also... Ich bräuchte noch mal Antibiotika. Ich rufe die, die... Wollen Sie einfach Dr. Joseph noch mal, äh, anrufen? Wusher brauchen Sie Antibiotika? Der Mann hat eine hocheitrige Mandelentzündung. Ja, dann soll er zu seinem Hausarzt gehen oder in die Notaufnahme nehmen an. Gute Idee. Ja. Aber er darf hier nicht mehr raus. Weil wir ab jetzt, das ist Schritt eins, niemanden mehr das Gebäude verlassen dürfen. Wieso das denn? Wieso das denn? Ähm... Ja, wieso das denn? Ich will raus hier. Oppala. Ähm, weil Carol, also Miss Stewart von der Security hat gesagt, dass wir jetzt abriegeln wegen, ähm, unbekannten Gewalt oder Krankheitsvorfall. Ja. Was für ein Krankheitsvorfall genau? Also, ich rufe gleich die Feuerwehr und die Polizei an und danach das CDC und danach können Sie Ihre Familien anrufen. So schlimm ist das nicht. Ja, aber Mandelentzündung klingt jetzt nicht so dramatisch, wenn ich da ganz ehrlich sein darf. Nee, das ist Quatsch. Da müssen Sie, Jessie, brühen Sie sich erstmal. Jessie McNamara vom St. Agatha? Oder so für mich? Ja. Ähm, wir haben hier einen Notfall. Nein, ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber hier ist Blut und... Aha. Ja, bitte. 20 Minuten? 20 Minuten? Ich sagte Notfall. Das ist genug Zeit. Okay. Okay. Ja. Ja, mach ich. Ähm, werde ich notieren. Sieg auf. Okay. Ähm, die Polizei ist gerade überfordert. Können frühestens in 20 Minuten jemanden vorbeischicken. Das kriegen wir hin. 20 Minuten kriegen wir umgesetzt. Also, wir regeln einmal ab und ich würde mich zu meinem Kollegen drehen. Ja. Wir regeln. Der steht da, der ist so ein etwas kleinerer, dicklicher, pausbäckiger Typ. Ach, ich dachte, der ist kämpft für mich. Ja, scheiße. Ähm. Du rückerst ab. Einmal, niemand soll in diesen Lift rein. Ähm, haben wir, Jesse, haben wir noch irgendeinen anderen freien Aufenthaltsraum? Nicht den, wo der bereits kranke Mann sitzt? Aber die alle in dem Gang sollten aktuell frei sein. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auf der anderen Seite vom Flur noch einen Raum. Ich möchte bitte, dass sich alle Zivilisten, die nicht hier arbeiten, in diesen Raum bewegen. Richtig. In diesen Raum gehen. Wir wissen gerade nicht, was hier passiert. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben das im Griff. Wir sind darauf spezialisiert und trainiert, auf Sie aufzupassen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ist nur eine Mandelentzündung. Was wollen Sie, Miss? Das wäre der perfekte Moment, Ihre Klinik großartig darzustellen. Können Sie bitte einfach in diesen Raum gehen. Bitte folgen Sie der Dame. Gehen Sie. Da rein. Jesse wird Ihnen was zum Trinken bringen und wird Ihnen was zum Essen bringen. Du hast doch einen Schlüssel für den Automaten. Du kriegst den doch auf. Ja, klar. Mach den auf. Marschierst du dem Automaten. Nicht, dass ich das schon... Das habe ich noch nie benutzt. Schließt den Automaten auf. Währenddessen kommt aus Raum C15 der kranke Security-Mensch wieder raus, worauf sein Kollege, der immer noch vorne an der Tür steht und bislang noch kein einziges Wort gesagt hat, aber es misstrauisch steht da. Der Dublo. Ja, Entschuldigung. Jesse, ich müsste mal an den Automaten. Ich würde hinterherlaufen und würde mir auch zwei Dublos nehmen. Ja, also der Automat ist offen. Also bin ich ein Witz. Gespart. Dann nehme ich mir da Dublos jetzt. Der kommt auf dich zu. So, hier habe ich schon mal ein. Bitteschön. Und dann fällt der gegen dich an dem Dublo vorbei, beziehungsweise es knickt so in seinem Gesicht ab und zieht dann eine Skoladenschmierspur über seine fiebrig heiße Haut bis zum Ohr. Hoppala. Hängt der an dir. Wie groß ist, reißt mich das runter oder? Du kannst dich umreißen lassen oder du kannst versuchen, dich dagegen zu stemmen. Äh, ich check das gar nicht. Also das ist jetzt ziemlich. Du landest überrascht auf deinem Rücken, liegend am Boden. Hoppala. Oh. Der liegt auf dir. Schlaf, schwer, heiß. Oh Gott, Herr Fleischhacker. Ich helfe Ihnen. Kein Problem, kein Problem. Dem Patienten geht es vielleicht einfach nur nicht gut. Ich würde versuchen, sie einzuholen. Ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass die Zivilistin da jetzt hinrennt. Bleiben Sie zurück und möchte hinlaufen, um ihm zu helfen. Ich versuche ihn, äh, runterzudrehen. Also dich unter ihm rauswinden. Und dann kommt auch Carol dazu und zieht an dem, der floppt zur Seite. Ich glaube, ich glaube, wir sollten, Herr Fleischhacker, Ihnen geht es gut? Alles gut? Klar, klar. Gehen Sie doch mal vor zu Jesse. Setzen Sie sich dort hin. Ich glaube, wir brauchen hier potenziell auch keinen Arzt mehr. Kann ich mal gucken, ob der noch lebt? Potenziell kein Arzt mehr? Wie guckst du denn, ob er noch lebt? Du siehst währenddessen, dass seine Kollegen jetzt langsam näher kommen? Die Hand in der Nähe von seiner Schusswaffe? Was passiert da? Ja, Kollege, ähm, irgendwas stimmt mit Ihrem Kollegen nicht. Kann ich versuchen, seinen Puls zu messen? Der schöne Kittel. Du presst die Hand in seiner Haut am Hals, auf der Suche nach irgendwie einer Pulsader. Was du merkst, ist, die Haut ist ziemlich heiß, fiebrig und vor allen Dingen auch so ein bisschen schwammig, so als wäre da Wasser eingelagert. Ich glaube, ähm... Und keinen Puls, den du findest. Okay, ähm, haben wir irgendwie ein Tuch oder so? Ich würde meine Jacke, ich würde meinen Sakko ausziehen und würde einfach meinen Sakko so über das Gesicht von der Person legen und würde meinen Kollegen quasi zurufen, wir brauchen auch Absperrband. Müsst du weit, möchten Sie einen Kommentar abgeben? Oh, okay, brauchen wir auch Kreide? Hol einfach das verdammte Absperrband! Ja, ja, sorry! Müsst du weit, was heißt das jetzt, dass sie... Ist der Mann tot? Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Bitte nähern Sie sich nicht, wir wissen nicht genau, was hier los ist. Sein Kollege geht an dir vorbei, ignoriert dich vollkommen und hockt sich neben den. Ey! Was zur Hölle... Jesse, ich war das nicht. Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich hab den Mann nur dort reingesetzt. Ich hab den nur... Der hatte Fieber und ich glaube, er hat viel gegessen. Geht's Ihnen gut, Herr Fleischhacker? Er ist auf den Herrn Fleischhacker gefallen. Ja, er hat mich... Er hat mich... Stimmt, das ist genauso, wie sie gesagt hat. Und jetzt ist er... Jetzt ist er tot! Jetzt ist er einfach... Er ist noch nicht offiziell tot. Sie möchten's nicht aussprechen. Er zieht das Sakko wieder von ihm runter. Prüft auch den... Den... Den Puls. Und dann neigt er sich über... Über den... Den Mund von dem, um zu lauschen, ob er Atem hat. Ah. Er legt zwei Finger auf die Unterlippe und zieht sie runter. Und er seht, dass inzwischen die meisten Zähne zumindest halb aus dem Kiefer rausgestemmt sind. Und dann nur noch so an dünnen Fäden von lila angelaufenem Zahnfleisch hängen. Und darunter tatsächlich neue Zähne aus dem Kiefer sich nach oben bewegen. Was ist... Was geht hier vor sich? Wer sieht das alles von uns? Das könnt ihr gerne alle sehen. Okay. Ich esse ein Duplo. Ja. Jesse. Ich bin der Typ auf dem Meme, der da in der Disco ihr da ins Ohr die ganze irgendeine Scheiße labert hat. Jesse. Ich war das nicht. Der junge Mann ist in mich reingefallen. Und ich ging um Duplos. Ich hab nur das Geld geliehen. Und ich wollte ihm grad das Duplo geben, aber er ist in mich reingefallen. Jetzt ist mein Kittel ganz versaut. Weil der irgendwie durch die... Seine Krankheit wohl Blutungen hat. Und das muss desinfiziert werden. Ich würde einmal in die Labore gehen. Nehme ich den Fahrstuhl. Ich geh zum Fahrstuhl. Ne, ne, ne. Der Fahrstuhl ist gesperrt, Herr Fleischhacker. Bitte. Warum das denn? Sehen Sie doch, der ist voll kontaminiert. Da werden Sie nur noch dreckiger. Bitte, bitte bewahren Sie Ruhe. Mit Kontimation kenne ich mich ja wohl besser aus. Das ist wahr, aber ich bin um Ihre Sicherheit bemüht. Das ist mein Job hier. Bitte lassen Sie mich meinen Job machen. Bitte setzen Sie sich da vorne hin. Jesse wird Ihnen ein paar Handtücher aus der Toilette bringen. Und dann können Sie sich damit die Hände waschen und reinigen. Bitte. Ansonsten gibt es noch das Treppenhaus. Während die zwei diskutieren. Dass frisch gestrichen ist und dass man nicht betreten kann. Bitte hol einfach. Ich brauche nur ein Kittel. Ich habe beim CDC eh niemanden erreicht. Sie stöckelt das runter in Richtung Klo. Während ihr diskutiert, würde ich mich gerne umschauen, ob ich mich irgendwo zurückziehen kann, unbemerkt. Ja, du siehst, es gibt einen Aufenthaltsraum. Da läuft Musik und da kommt jetzt gerade eine Frau mittleren Alters raus, die Haare unter einem Tuch weggebunden und so eine bunte Schürze an, die auch so einen großen Wischkarren vor sich her schiebt. Ich würde Sie gerne nett grüßen und dann in die zufallende Tür hinein huschen. Ja, es ist halt so ein Pausenraum. Da ist eine Mikrowelle und ein kleiner Kühlschrank und mehrere Kästen mit Getränken. Sitz, Stühle, noch eine verloren gesangene Akte oder so. Also du siehst auf jeden Fall da den Putzplan hängen, der speziell auch ausweist, welche Bereiche gänzlich desinfiziert werden, also wirklich fumigated werden wegen gefährlichen verschiedensten Substanzen oder Ansteckungsgefahr. Und da steht tatsächlich zwischen Stockwerk 4C oder 4B. Das hast du vorhin kurz mitgehört, dass das hieß, sie sollen den Patienten nach 4B bringen. Das gänzlich, also heute Morgen irgendwann schon gänzlich gesäubert worden ist, offenbar. Oder zumindest weitere Teile davon. Gabriela kommt den Gang runter. Hey, oh, 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 oh. Das mache ich nicht weg. Nee, das soll ich so... Miss Stewart, das ist nicht mein Job. Nein, das... Da rufen wir spezielle Firmen. Ja, das ist auch gut. Wir sollten das gar nicht wegmachen, das muss auch untersucht werden. Jetzt geht's wieder los. Aber ich erreiche hier niemanden. Das kann doch nicht der Wahnsinn. Ich würde mich an Jessie vorbei... Jessie kommt wieder mit Papiertüchern in der einen Hand und mit einem Trinkbecher mit was. Sie sehen aus, als könnten Sie es brauchen. Ja, danke, danke. Die nehme ich mal. Ich trinke das ganze Becher auf X. Haben Sie noch was? Oh, ja, natürlich. Was für Spender ist da drüben? Dankeschön. Ja. Es tut mir so leid. Es ist wirklich der unglücklichste Tag, Mr. Meyer. Scheiße, sagt in dem Moment der Security-Mensch, der am Boden hockt. Ah! Sorry. Alles in Ordnung? Keine Ahnung, irgendwie ein Krampf oder sowas, ein Kiefer hat zugeschnappt. So kleine Blutfäden, die tatsächlich durch die Handschuhe, durchgebissen und offensichtlich da jetzt runter rennen und dann drüben, drüben, drüben auf den Boden. Pflaster oder sowas? Ich meine, wir sind hier im Krankenhaus. Oh, lassen Sie mich das jetzt mal... Ja, lassen Sie mich das mal anschauen. Ja. Ich mach den Verschluss auf. Ich finde meine Lupe nicht. Dafür brauchen Sie eine Lupe. Ziemlich eindeutig Bisswunden, die von scharfen Zähnen entstanden sind. Bin ich vom Fach oder Sie? Okay. Moment, ich brauche eine Weile. Ich würde mich wieder unbemerkt aus dem Gemeinschaftsraum wieder in den Flur schleichen. Ich nehme das Duplo-Papier. Du nimmst das Duplo-Papier? Ja, und versuch es, um Finger zu wickeln. So, schauen Sie mal. Dann schaut er hoch und dann packt er dich mit der blutenden Hand an deinem Kragen und zieht dich ran. Wollen Sie mich verarschen? Nein, das muss doch... Die Blutung muss gestoppt werden, oder? Sind Sie überhaupt ein Arzt? Ist das hier die Psychiatrie? Nicht direkt. Können Sie bitte beruhigen Sie sich. Ich arbeite im Labor und bin Chef des Labors. Also, bitte lassen Sie mich los. Bitte versuchen Sie... Ich verstehe Ihre Aufregung, aber wir wollen hier nicht gewalttätig werden. Herr Fleischhacker arbeitet hier für uns. Und das ist nicht in Ordnung, wenn Sie Mitarbeiter hier so angehen. So. Jesse wird gleich kommen. Jesse, wir brauchen dich. Haben wir nicht die Erste Hilfe? Ja, Jesse, komm wieder zurück. Wir brauchen einen Erste-Hilfe-Kick. Der Erste-Hilfe-Kick. Sie stöckelt wieder davon. Ich lasse mich nicht rumschubsen. Alles gut, Herr Fleischhacker. Das verstehen wir. Alles in Ordnung. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja. Na gut. So weit, so gut. Ich wurde ja nur umgestoßen. Ja, nein. Jetzt wurde ich hier gepackt von einer fremden Person. Ja, das tut mir sehr, sehr leid. Wollen Sie sich nicht... Ich bin es ja gewohnt. Mit mir kann man es ja machen, ne? Nein, niemand möchte das mit Ihnen machen. Das ist hier nämlich der Alltag bei uns. Das wissen Sie ganz genau. Was ich hier immer... Ja. Ich muss das hier immer mitmachen. Ich verstehe das, Herr Fleischhacker. Ich verstehe, das ist alles in Ordnung. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Sie können leider nicht nach Hause gehen gerade. Doch, ich gehe zur Tür. Sie wissen, das geht nicht. Die Tür ist tatsächlich verriegelt. Ich gehe durch den Keller. Der Keller ist auch verriegelt. Herr Fleischhacker, bitte. Ich gehe zum Treppenhaus. Komm, setzen Sie sich. Jesse bringt Ihnen gleich noch einen Kaffee. Nein, es reicht. Jesse schlägt er mit dem ersten Hilfekasten. Jeden Tag. Ja, ich verstehe das. Es ist auch wirklich sehr... Ich gehe weiter zum Treppenhaus. Sie wirken gestresst. Du bekommst eine Tablette in deinen Kopf. Sie sollten was dagegen nehmen. Du, geh direkt weiter. Irgend so ein Typ hier schmeißt die Tablette nach mir. So, ich gehe jetzt ins Treppenhaus. Ich glaube nicht, dass das hilft. Ich glaube nicht. Hier ist auf jeden Fall der erste Hilfekasten. Jesse baut ihn auf. Ich gebe das jetzt auf. Ich kann den Platz nicht verlassen. Das heißt, wenn er zum Treppenhaus geht, dann muss ich ihn ziehen lassen. Ich bleibe trotzdem in der Nähe des Geschehens, weil mir ist das nicht geheuer mit dem Security-Dude. Und du siehst dann jetzt auch, dass gerade eine kleine Truppe von Studenten am Eingang eingetroffen ist, die von draußen dran rütteln und dann Fragen die Gesten machen. Ich winke ihn zu. Kenn ich die? Oh ja, ja, ja. Manu, mit dem bist du in der Volleyball. Oh, Manu. Also. Hi. Ist das ein gebischtes Team? Ansonsten ist es eine Manu, die in deinem Volleyball-Team ist. Hi. Ach, das sind Studenten, Studis von mir. Super. Noch mehr von Ihnen. Das ist ja toll. Ich wusste nicht, dass... Also ich war nur angemeldet. Ich weiß nicht, ob Manu angemeldet ist. Weiß ich nicht. Aber es ist eine ganze Liebe. Na, wenn Sie das sagen. Sind ja draußen. Alles gut. Du gehst in den Keller runter, wo auch dein Labor ist. Trapp, 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 trapp. Der wunderschöne Waschbeton, der hier in den 70ern irgendwann mal eingebaut wurde. Die Lampen an den Wänden sind auch wahrscheinlich seither nicht ersetzt worden. Frechheit, riesig, frechheit. Andauern. Ding, 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 pling. Wenn sie angehen... Mit mir kann man es ja machen. Mann, 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 Mann. Und als du die Tür zu den unterirdischen Laborteilen öffnest, öffnet sie sich dir entgegen und auf der anderen Seite steht tatsächlich Dr. Mack, die Chefärztin. Oh! Mit einem kleinen Koffer in der Hand, die sich etwas überrascht anschaut. Oh! Mr. Fleischmacker? Nee, Hans-Joachim. Alles gut. Bin doch der Hans. Geht doch Hansi. Sie arbeiten hier im Labor, hm? Richtig? Ja, na klar. Ich bin der Chef des Labors. Wir kennen uns. Naja, ich wollte eh gerade Feierabend machen. Feierabend? Ja, ich versuche ein bisschen meinen blutverschmierten Umhang so unangenehm nach hinten zu halten. Ja, ich mache Feierabend. Wieso? Ist es ein bisschen früh? Heute gibt es nicht so viel zu tun. Übrigens, die Sabine, die lässt immer die Tür offen zu Labor 6a. Die klauen meine Ehrenmaierkolben, aber ich bin dran. So, ich will da mal weiter. Was haben Sie hier in den Koffer? Nichts mehr. Okay. Sie macht sich daran, die Treppe hochzusteigen. Warum die Chefärztin die Treppe nimmt und nicht den Aufzug, ist dir etwas unklar? Nicht mal ein Problem, ne? Also dann rübergehst. Dein Labor ist links, da sind die ganzen Sechserlabore. Und rechts sind die, für die du nicht zuständig bist. Die brauchen eine höhere Sicherheitsfreigabe. Das sind die, wo tatsächlich auch mit Tierversuchen gearbeitet wird und wo sich die Tierstelle befinden. Und du siehst aber, dass die Tür gerade erst mit so einem leisen... Dabei ist es, in ein Schloss zu fallen. Die war also gerade noch offen. Ja, dann würde ich da mal kurz rein stolpern mit dem Fuß der Zwischenstellen. Also, wenn du schnell genug sein willst? Mhm. Das ist kein Problem. Das war nicht der Jenga-Turm. Diese Geräusche sind sehr beunruhigend, die man gleichzeitig halt mit dem Jenga-Turm rummacht. Okay. Hoppala! So ein Zufall. Du hast gerade eben noch so die Fußspitze und dann die Hand dazwischen bekommen. Du siehst aber auch, dass da ein kleines Licht jetzt blinkt, das immer schneller wird und darauf wartet, dass der Kontakt am Schluss wieder hergestellt wird. Ja, geh schnell rein. Das ist hinter dir Zufall. Ja. Eigentlich die gleichen Linoleum-befließten, traurigen, grauen Gänge wie sonst überall. Gleich unbequem ausgeleuchtet. Und mehrere Türen, neben denen jeweils so Boards mit Zetteln dran irgendwie fast gehangen sind. Und von weiter unten hörst du... Ach, die Pornopores. Kollegen hier haben sich noch ihn verwirrt. Ja, Spaß. Ich geh mal zu diesem Board. Schau mir das mal an. Da steht drauf, dass da zwei Testobjekte, beziehungsweise Testtiere drin sind. Die haben nur Nummern, also fünfstellige Nummern. Und darunter siehst du, dass zuletzt tatsächlich Dr. Mac das Labor betreten hat. Da muss man immer ein Zeichen reinzugehen und rauszugehen. Aber du siehst, dass drinnen auch gerade noch einer von den Technikern hier aus der Tierforschungsabteilung drin ist. Mario. Mario, gut. Er hat eine höhere Sicherheitsfreigabe. Mario hat alle Erlenmeinerkolben, die er braucht. Ja, ja, ja. Ich hab Mario schon länger auf dem... Ich kenn den. Die Mac arbeitet lieber mit dem immer zusammen. Ja. Außerdem hat er eine Magic-Runde, eine regelmäßige. Der hat die Power-Nein, ja. Und der besitzt die Power-Nein. Zu der du nicht eingeladen bist. Ich weiß, ich weiß, der besitzt die Power-Nein. Das sind die neun stärksten Magic-Karten. Hat er gesammelt von der Außer-Beta, äh Alpha. Ja, weil sein Vater reich ist. Es ist nicht so, als hätte er damals schon Magic gespielt. Der hat sie sich nachträglich getauft. Ich mag Mario nicht. Der dreht dir aber aktuell noch den Rücken zu. Ah, ich seh den. Ja. Arbeitet er gerade noch an was? Räumen Sachen weg? Du siehst, dass er da irgendwie einen Tupfer, blutige und dergleichen zusammenräumt und dann in einen Container mit Bio-Hazard reinwirft. Und hinten zwei große, schummrig ausgeleuchtete Käfige, in denen zwei schwarzhaarige Affen sitzen mit dunklen Gesichtern. Von denen einer an den Gittern rüttelt und dabei diese Geräusche macht. Kommt mir das alles komisch vor oder ist das Laboralltag? Also, dass mit Affen geforscht wird, ist sehr selten auf jeden Fall. Das wusstest du auch vorher nicht so richtig. Und dass nur einer da ist und dass tatsächlich die Chefärztin einfach vorbeikommt, um irgendetwas damit zu machen, ist auch unüblich, würdest du sagen. Ja. Also, mir ist das alles sehr unangenehm. Ich bin jetzt in irgendwas reingeraten und ich war irgendwie so automatisch mit der Tür und ich war jetzt noch ein bisschen sauer, dass die Meck immer noch nicht, obwohl wir seit Jahren ja zusammenarbeiten und ich ihr zuarbeite. Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich mit der Situation umgehen kann. Deswegen würde ich einfach zu Mario gehen. Ja. Oh, Mensch, Mario. Oh, ja, ja. Marius, äh, Mario. Nee. Herr Fleischhacker, das ist überhaupt nicht Ihre Beteiligung. Wie sind Sie denn hier drin? Gar kein Problem. Die Frau Dr. Meck hat mir hier jetzt die Freigabe erteilt. Ich wollte auch direkt wieder gehen. Okay, er haut den Deckel auf den Biohazard-Eimer, dreht sich dann zu dem Affen und fress sie, okay? Woran wird denn hier gearbeitet? Wir haben sie, glaube ich, nicht die Freigabe, Herr Fleischhacker. Ehek? Geht ja wieder um, ne? Ehek? Nein. Nein, wir arbeiten hier nicht an Ehek. Was denn sonst? Ja, verschränkt die Arme und schaut dich an. Was? Warum wollen Sie das wissen? Sie sind doch da drüben beschäftigt mit ihren... Aber man tauscht sich doch aus unter Kollegen, oder nicht? Nee, muss auch nicht wissen. Alles gut, ich würde dann wieder gehen. Du siehst, dass der Affe von hinten eine Hand ausstreckt und mit gebleckten Zähnen sein Gesicht gegen die Gitterstäbe gleichzeitig drückt, während Mario vor ihm steht, dich anstarrt, einen etwas abschätzig und die Arme verschränkt hat. Dem Affen scheint es ja nicht so gut zu gehen, wa? Ja? Wieso? Naja, der wirkt ein bisschen aggressiv, oder? Und in dem Moment, wo er sich umsitzt, umdreht, packt ihn der Affe hinten an seinem albernen Haarschöpfchen, das er zieht, Ja, der hat so ein Schwänzchen. Um zu verdecken, dass er eine beginnende Glatze hat, zieht ihn nach hinten und beißt ihn in die Schulter. Mario schreit, zappelt, versucht sich von den Gitterstäben wegzustemmen und reißt sich dann... Ah, fuck! Oh, Mario, ich, ich, ähm... Aus dem Weh, du Arsch! Mmh! Und er stürmt aus dem, dem, aus dem Laborteil raus und den Gang runter, während er sich die Hand dagegen presset. Dann gucke ich mir jetzt mal die Notizen an, was da, äh, woran da gearbeitet wurde. Du siehst, dass, ähm, also die einzigen Notizen da sind, dass die, die Probe, mit der gearbeitet wurde und mit der die Affen infiziert wurden, nur den Codenamen Kevin hat. Das ist höchst unwissenschaftlich. Was ist Kevin? Naja, ich nehme mal den Bottich mit. Ja, der Affe kreicht dich an, rüttelt immer noch an Gitterstäben und spuckt. Ruhig, ruhig, Kevin. Spuckt Teile an Haut und Fleisch. Die ist ja widerlich. Der Mario aus der Schulter gebissen hat. Ist ja widerlich. Ich nehme den Bottich, kann ich mir vielleicht zu Hause mal in der Laube angucken, was hier, was hier geforscht wird. Dann gehe ich jetzt eigentlich aus dem Raum. Mhm. Du siehst so eine Tröpfchenspur, Blutspur in Richtung vom Fahrstuhltreppenhausbereich. Ja. Hier oben, während er unten seine eigenen Eskapaden hat und jetzt gerade den Biohazard einmal klaut. Ja, der Security-Mensch kriegt von Jesse jetzt die Hand verbunden. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich habe da auch nicht so viel Erfahrung mit, aber das hier ist auf jeden Fall für die Desinfektion. Und während der Tote neben ihr am Boden liegt oder mehrere Schritte entfernt am Boden liegt. Ich würde mal gerne versuchen, meinen Chef anzurufen. Darf ich das? Geht das? Oh, ja, natürlich. Ich stelle mich an mein Handy. Ja? Meier, Sie haben doch sicher gute Nachrichten für mich. Wie sieht es aus mit einem neuen Vertrag mit St. Agatha? Ja, der Vertrag, das läuft tadellos. Oh, sehr gut. Die Mac steht auf dich. Wer? Dr. Mac, Chefärztin. Ja, 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 ja. Chef, Chef, es gibt ein paar kleine, klitzekleine Komplikationen. Ich hätte da eine Frage, weil das so nicht im Verkäuferhandbuch steht. Ähm, es steht alles im Verkäuferhandbuch. Da musst du nur nachlesen. Aber warum geht es denn, Quentin? Ähm, sicher, dass da wirklich alles drinsteht, auch wenn wir gerade hier in Quarantäne sind? Moment, Moment, was? Quarantäne, Sie haben richtig gehört, ja? Nee, das geht gar nicht, du hast heute noch zwei weitere Termine. Ich kann ja nicht raus. Hm. Hier sterben Leute. Jetzt scheiß mal auf die Dreckspillen, Herrgott, noch mal. Nia Raltonix ist ein hervorragendes Mittel, das unter anderem auch durch Stresssymptome, die Sie gerade leiden, beruhigen kann und lindern kann. Und es ist außerdem auch das Mittel, das Ihren Arsch bezahlt. Also, Mr. Meyer, ich will nie wieder sowas wie Scheißen Sie auf die Pillen aus Ihrem Mund hören. Scheißen Sie auf die Pillen! Aufgelegt. Dein Handy klingelt sofort wieder. Ja? Mr. Meyer, haben Sie mir etwas zu sagen? Hier sterben Leute. Sie verstehen nicht. Sie wollen sich also nicht entschuldigen. Was? Nein! Mr. Meyer, ich fürchte dann, sind Sie wegen schädlichem Verhalten für den Ruf des Unternehmens gefeuert. Sie können, wenn die Quarantäne aufgehoben ist, Ihre Sachen abholen im Büro. Gefeuert? Und die Proben, die Sie dabei haben, müssen Sie selbstverständlich wieder mitbringen von die Herald-Tonics. Nee! Aufnehmen wir wieder hören! Scheiße! Das klingelt direkt wieder. Ich schmeiß das Handy irgendwo weg. Ich schmeiß in die Ecke. Nehm dir, klackert, ein Handy an die Wand. Kto! Ich steck's ein. Mhm, großartig. Ich bin völlig überfordert mit der Situation. Ich bin nicht darauf geschult, dass ich so lange eine Situation händeln muss. Ich bin darauf geschult, Sachen ruhig. Also, ich rede out of character. Ach so. Um einmal quasi... Bin ich erst. Also, ich bin, ich fang an, auch langsam nervös zu werden und würde gerne mich an den hinteren Bereich, also an die Rezeption bewegen und würde gerne selber mal irgendwas hat, hieß das vorhin, dass noch was angerufen wurde, ich glaub der eigene Sicherheitsservice oder sowas, was war das? Nee, die CDC, das Center for Disease Control. Ja, genau. Die würde ich gerne nochmal anrufen, weil, einfach nochmal probieren, weil Jessie, keine Ahnung, Jessie macht ja nichts offensichtlich die ganze Zeit. Ja, die ist gerade dabei, dem Psycho mit den Menschenhänden zu bitten. Ja, genau, macht ja nichts, also ich würde gerne dort nochmal anrufen. Wahlwiederholung. Und du hörst eine grauenhafte Version von Greensleeves, die vor sich hin klempert und zwischendurch eine leiernde Stimme von Bundy, der sagt, dass gerade alle Leitungen belegt sind und du mit dem ersten Menschen verbunden wirst, der für dich frei ist. Kann ich das auf Lautsprecher schalten? Ja. Dann schalte ich's auf Lautsprecher und leg den Hörer daneben hin. Aus dem Augenwinkel siehst du die Jacke von dem Security-Menschen da liegen und halt den Blutfleck. Aber der Typ, der da lag, nicht mehr. Wie? Der kann doch nicht weg sein. Das ist keiner von uns bemerkt. Du seid alle gerade irgendwo anders beschäftigt gewesen. Du hast gerade ein Handy eingesteckt. Er hat einen Nervenzusammenbruch und schmeißt mit Handys durch die Gegend. Jessie und der Security-Mensch beschäftigen sich miteinander. Maxwell ist dabei, vorne an der Tür, während er versucht mit den Studenten zu kommunizieren, gelbes Flatterband anzubringen. Er ist im Keller verschwunden. Maxwell, wo ist die Leiche? Äh, die Leiche liegt da hinten, sagt Maxwell. Nein, die liegt hier nicht. Wie bitte? Okay. Du hörst schmerzende Geräusche aus der Richtung des Essensautomaten, der offen ist. Dann, als du so ein bisschen um die Ecke schaust, dass da jemand halb gehockt davor steht und drin wühlt und sich die Dinge in Mitverpackung in den Schlund schiebt. Hey, sie! Security-Dult! Er schaut hoch. Es ist alles in Ordnung bei Ihnen? Er steht auf. Hallo? Er steht angespannt da, als würde er sich auf irgendetwas vorbereiten, wie ein Turner, kurz vor seiner großen Vorstellung. Habe ich in meinem Leben jemals schon Zombie-Filme gesehen? Kommt mir das verdächtig vor? Oder bin ich einfach... Also, du hast sicher schon Zombie-Filme gesehen. Das ist eine alberne Scheiße. Okay. Ja, aber... Entschuldigen Sie, ist alles in Ordnung. Wir dachten, es würde Ihnen nicht gut gehen, aber offensichtlich scheint es Ihnen ja wieder besser zu gehen. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen? Ich würde so einen Schritt auf ihn zugehen. Er neigt sich vor und beginnt in eine Richtung zu gehen, mit etwas steifen Bewegungen erst. Hey, sie! Hallo? Können Sie... Warten Sie mal. Bitte bleiben Sie... Und dann geht Ihnen ein Sprint über. Bleiben Sie stehen! Habe ich irgendwas, wo ich noch nicht greifen kann? Ähm, ja, das Telefon, eine Zierpflanze, die Jacke auf dem Boden. Ich greife nach der Jacke. Und ich würde... Ich bin bereit für einen Stierkampf. Er rennt auf dich zu, seine Arme hängen dabei einfach nur runter, während er auf dich zusprintet, bemerkenswert schnell, nach vorne gelehnt und tatsächlich den Kiefer vorgeschoben, so als wäre das, wo der dich als erstes erreichen will. Und die Lippen zurückgezogen, in einer seltsamen, auch unmenschlichen Geste, fast bis zur Nasenspitze hochgerollt und darunter siehst du sehr kleine, dreieckige, nadelscharfe Zähne. Und dann versuchst du ihn in die Jacke einzuwickeln und zur Seite zu kleben? Ich möchte die Jacke... Er hat die Hände hinten, ne? Nein, die Hände schlackern einfach so runter. Das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Let's go. Ich würde mit der Jacke versuchen, vor allem sein Gesicht so wegzuwickeln, damit er mich nicht beißen kann und in, also, ja, oh Gott. Ich weiß. Hast du Stress? Ich wollte nur fragen. Ich habe Stress. Sicher? Nein. Den? Okay. Also, ich muss Hände wechseln. Ich darf nicht beide gleichzeitig benutzen. Wir müssen jetzt oben die Reihe fertig machen und dann warten wir noch ein, zwei Sekunden, ob es fällt. Ich muss halt ein bisschen schieben, weil das zu eng ist. Weil Saboteure erst rechts und links gelegt haben. Boah. Ja, du wickelst ihn in die Jacke ein und du hörst einen Schmatzen. Und tatsächlich, wie er anfängt, auf deine Jacke herumzukauen, als er dann an dir vorbei taumelt und geradeaus über den Boden schlittert, auf seinem eigenen Blut, das da eine kleine Lache gebildet hat, ausrutscht und dann wie ein Seestern mit allen Gliedmassen von sich gestreckt durch den, über den glatten Boden, frisch gewinert, rutscht. Im Hintergrund hörst du Gabriela schreien. Ist Gabriela in die Richtung, in die er gerade rutscht? Ja. Oh nein, dann so leid, Gabriela. Leute, wir müssen zum Treppenhaus. Alle zum Treppenhaus, sofort zum Treppenhaus. Und ich würde zum Treppenhaus vorlaufen und würde Jesse am Arm packen und mitziehen. Zum Treppenhaus, los, 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 schnell. Ich renne hinterher. Der Security-Mensch schaut sich auch erst verwirrt um und dann zieht er die Waffe, als er den Kollegen sieht, der wird dann in der Kämpfe sehen. Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich habe gar nichts mit ihm gemacht. Sie haben das mitgeschleppt, was auch immer dieser Mensch hatte, den Sie hier mit reingebracht haben. Sie haben uns alle gedummt. Einfach weg hier. Und ich würde einfach zum Treppenhaus laufen. Was zur... Mal schauen Sie mich jetzt an. Wir sind alle mitgerannt. Ja. Du auch? Ja. Du rennst auch mit. Dann ist er derjenige, der so halb tänzelnd, halb rückwärtsgehend hinter euch herläuft, während sein Kollege jetzt die Jacke in Fetzen sich vom Gesicht zerrt. Gabriela, kommen Sie schnell, kommen Sie doch! Gabriela lässt ihr Putzzeug stehen und kommt ebenfalls hinterhergerannt. Mit weit aufgerissenen Augen. Ja, Kopftuch fängt an, nach hinten zu rutschen und dann seid ihr im Treppenhaus. Du hörst im Treppenhaus zahlreiche Schritte. Läuft ihr nach oben oder nach unten? Da, wo ein Ausgang ist, du bist Security-Mensch. Ja, ich überlege gerade... Also die Ausgänge sind nicht im ersten Stock. Ja, aber ich weiß ja... Doch, Feuertreppe? Warte mal. Ja, es gibt Feuertreppe. Aber ich weiß, wo was ist, ne? Und vor allem habt ihr das Gebäude abgeregt. Das bedeutet, ich möchte auf gar keinen Fall runter, weil ich weiß, dass unten Labore sind. Ich weiß, dass unten Sicherheitstüren sind, an denen wir nicht vorbeikommen, ohne entsprechend... Oder komme ich durch? Nur in den Tierlaboren. Nur in den Tierlaboren. Ich komme überall durch, das heißt, wir können runter. Weltklasse, dann laufen wir runter. Ja. Die Tür fliegt auf, als du gerade mit deinem Biohazard-Eimer vorbeiläufst und die gesamte Truppe kommt in den Gang hineingestürmt, mit weit aufgerissenen Augen. Oh. Herr Fleischhacker, wir müssen wieder zurück. Wir müssen wieder... Ist egal, was Sie da gerade haben. Nehmen Sie es mit und wir müssen wieder zurück. Wir müssen runter. Schnell, schnell, schnell. Ja, ich wollte ja eh zum Parkplatz. Super, laufen Sie voraus zum Parkplatz. Ich mache das in meinem Tempo. Bitte, wir haben jetzt keine... Nein, ich möchte das bitte nicht. Was ist in dieser Box drin? 30 Zentimeter Privatsphärenabstand. Alles klar. Wenn Sie schnell genug sind, halte ich 30 Zentimeter zu Ihrem Abstand, aber bitte laufen Sie voraus. Ich kann Sie nicht hinter mir laufen lassen. Bitte machen Sie die Türen vorne auf und... Das ist doch albern. Nein, es ist gerade sehr wichtig. Ich gehe in meinem Tempo. Was ist in der Box drin? Aus meinem Labor... Was für ein Labor? Was interessiert Sie das? Wer sind Sie überhaupt? Sag mal, haben Sie in den letzten Minuten aufgepasst, was da gerade passiert ist? Passen Sie mal auf, wie Sie reden. Ich bin der Chef dieser Labore hier. Mich würde das mehr interessieren. Können Sie mir ein bisschen was über den Koffer erzählen? Nein, ich habe keine Zeit. Ihr habt alle schon genug. Ich möchte jetzt zum... Ich gehe jetzt zum Auto. Wir nehmen euch, geht eine Tür auf von der kleinen Küche, die hier unten auch bei den... Nicht Küche, aber Aufenthaltsraum, der hier unten bei den Laboren ist. Und ihr seht noch einen anderen Labortechniker, der sich einen dicken Haufen Verbandsmaterial gegen die Schulterpresse rausschaut. Und was ist los? Sind die auch alle von Affen gebissen worden, oder was? Affen? Bobo Boos? Affen? Das ist eine Redewendung. Können Sie mir mehr über Ihren Biss erzählen? Ähm... Wir sind... Fleischhacker, wer sind die Leute? Ist mir völlig bumpe. Sind das deine Studenten? Die sind hier einfach eingedrungen, die werden hier mitgeschleppt von der Security. Ist auch nicht mein Bier, ich gehe zu meinem Auto. Wurden Sie gebissen? Wurden Sie gebissen? Antworten Sie! Ja! Aber es war ein Affe. Es war... Dann verbinden Sie das, kommen Sie mit. Oben ist nicht mehr sicher. Wir haben alles abregeln lassen. Wir müssen auf jeden Fall diesen Raum verlassen. Wir erreichen gerade niemanden von der solchen Schutzkontrolle. Und die Polizei wollte schon vor einer halben Stunde hier sein. Es ist allerhandschiff rot. Können Sie mir sagen, wie viele Affen hier sind? Ich glaube nicht, dass ich Ihnen diese Informationen geben darf. Aber das heißt, es sind mehr als einer. Ich gehe die ganze Zeit schon zu meinem Volvo. Sehr gut, ja. Also ich bin schon weg, ne? Weil ich fühle mich gemobbt. Ja. Du marschierst mit deinem Eimer davon. Ja, und der hat auch so einen Hinkel, habe ich gemerkt. Also du bist ja außenrum gegangen, aber du weißt, es gibt halt eine Tür, wo man auch jetzt quasi durch den Keller zur Parkgarage kommen kann. Die ist nur halt mit einem Alarm gesichert. Ja, ich habe ja einen Chip. Ich komme ja immer zum Fahrstuhl, äh, zum Parkplatz. Ich frage es, warum bist du dann darüber nicht reingekommen? Deswegen. Da muss irgendwo ein Grund dafür sein. Moment, ich wollte vom Eingangsbereich runter zum Parkhaus. Egal. Du hast einen Chip, es wird nur irgendwo ein Alarm ausgelöst, wenn du die Tür öffnest. Normalerweise geht man da nicht durch. Ach so, aber wo gehe ich normalerweise zum Auto? Ja, außenrum, durch den Haupteingang. Ach so. Du bist ja durch den Haupteingang reingekommen. Und der ist abgesperrt. Ja, aber ich wollte ja gehen. Ich dachte, ich wollte ja gehen. Deswegen die Lösung mit der Tür, die du zwar öffnen kannst, aber dir einen Alarm auslöst, aber von der du weißt, dass sie da ist. Ja, das mache ich nicht. Ja. Mir wird klar, dass du einen Alarm auslösend wirst und bleibst mitten im Gang stehen. Ja, dann gehe ich. Aus dem Treppenhaus hört ihr zwei Schüsse? Ich, Schüsse? Ja. Aus welchem Treppenhaus? Über uns quasi. Über uns quasi. Oh weia. Äh, es haben wir... Oha. Und dann kommt der Security-Mensch durch die Tür und haut dich mehr oder weniger beinahe von den Füßen. Hält dich dann aber noch in letzter Sekunden fest. Oh. Okay. Okay, okay. Was ist passiert? Warum wird hier geschossen? Weil mein Kollege mich angegriffen hat. Deswegen wird hier geschossen. Angegriffen? Und dem Typen, der mit der Mandelentzündung... Mandelentzündung? Wieso greift er sie an? Sie glauben, das ist eine Mandelentzündung? Sah da noch aus. Du mit deinen scharfen Augen siehst, dass sich hinter ihm in dem schlecht beleuchteten, so mit flackernden Lichtern beleuchteten Treppenhaus etwas bewegt. Da hinten ist noch irgendwas. Ist, äh... Ich glaube, da hinten ist noch ein Affe. Haben Sie einen Affen mitgebracht? Einen Affe? Er dreht sich um, mit Bleich, macht ein paar Schritte rückwärts, shit, 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 shit. Der sieht den anderen Security-Menschen wieder aufgestanden. Der hat zwei Löcher in der Brust, klar, also richtig schön Center Mars getroffen, sauber geschossen, der jetzt aufsteht und wieder relativ entschlossen, den Kopf etwas schiefgelegt, aber nach vorne starrend auf die Tür zuläuft. Ach du, das ist ein Zombie! Der Security-Mensch geht rückwärts und damit bist du die Person, die am nächsten an der Tür dran steht. Das ist ein Zombie! Ich versuche auch noch, nach hinten zu gehen. Ja. Geht das? Ja, du kannst nach hinten gehen. Ich drehe mich um und fange an zu rennen. In welche Richtung? Na, in die Entgegengesetze. Wir sind noch unten, wir sind noch... Also ihr seid unten angekommen, rechts ist eine Tür, die abgesperrt ist und links könnt ihr den Gang runter. Ja, dann... Ab durch den Gang. Ab durch den Gang, den Gang. Beziehungsweise, wenn wir vorne sind, wo sind die anderen gerade? Die sind einfach ein paar Schritte den Gang weiter runter. Aber er sowieso, weil er ja davon ab ist und du hast Gabriela und Co. Da haben sie Gabriela und Maxwell da ein Stück runtergeschoben. Und dann renne ich in den Gang rein. Wir rennen zusammen in den Gang. Gut. Der erste Security-Mensch mit den Löchern in der Brust springt regelrecht durch die Tür. Also er springt gegen sie, worauf sie aufklappt und er rutscht dann halb so, als er nicht richtig die Kontrolle über seine Gliedmaßen in den Gang. fängt sich wieder und fängt an, in eure Richtung zu rennen. Und also wirklich sprintend wie ein Hochleistungssportler. Aber Moment mal, ist er jetzt an den anderen vorbeigerannt? Nee, er ist... Tür, ihr. Ihr weicht von der Tür zurück, er kommt rein und er läuft jetzt auf euch zu. Wir rennen weiter. Ich bin in Schockstarre. Du bist in Schockstarre, du bleibst stehen. Die rennen auf dich zu, rennen an dir vorbei. Habe ich einen Chaser? Ich würde sagen, das können wir quasi vom Glück abhängig machen, ob du einen Chaser hast. Oh mein Gott. Und ihn zum Einsatz bringst. Ich hasse alles. Ich hätte gern einen Würfel. Ich hätte gern einen Würfel. In der Vorbesprechung sagte sie, das klingt cool, jetzt bereut sie es schon. Oh mein Gott, oh mein Gott. Musst du den jetzt nehmen? Ich glaube schon. Du kannst dich auch noch umentscheiden. Aber dann wird es... Oh mein Gott. Der wird immer fester. Du bist die einzige Person, die kämpfen kann. Du darfst jetzt nicht sterben. Ach, ich versuche, wenn dann, ne, euch zu retten gerade. Im Zweifelfall habe ich einfach keinen Taser. Das ist dann euer Problem. Lass mich nicht mit diesem Arzt alleine. Zombie. Ja, du sagst Zombie, als möglicherweise dieser auf dich zurennt. Und dann gibt es ein leises Knallen. An dir sind auf einmal neben dir zwei dünne Drähte gespannt. Und dann gibt es so ein knackendes Geräusch. Und der Zombie fällt zu Boden und liegt zuckend da, als 10.000 Volt mit sehr wenig Ampere durch ihn geschossen werden. Schlägt mit den Armen um sich. Wie lange hält denn so ein Taser? Also normalerweise sollen wir den nur ganz kurz lassen. Ja, aber ich kann den laufen lassen, oder? Ein bisschen länger. Ich würde den auf jeden Fall laufen lassen. Wie wirken die denn bei Zombies? Also vor allen Dingen, der zuckt tatsächlich wie wild und schlägt um sich. Ihr könnt jetzt Abstand gewinnen und weiterreden. Herr Fleischacker steht immer noch da mit seinem Eimer in der Hand und starrt auf den, während der zuckt. Das riecht ein bisschen verbrannt. Hm, Hühnchen. Ich glaube, ich, dadurch, dass ich jetzt merke, dass wir ein bisschen Zeit gewonnen haben, würde ich mal Herrn Fleischacker einfach jetzt mal gegen seinen Willen versuchen mitzureißen, damit er mit wegrennt. Ja, du bist an der Schulter gepackt. Jetzt kommt er nicht mit, Herr Fleischacker! Ja, Herr, Herr. Ich merke, dass ich mir eingenässt habe. Trägst du deine dunkle Hose, oder sieht man es? Sieht man. Das sieht man, gut. Okay, darum kümmert sich Gabriela vielleicht später, aber jetzt... Was? Gabriela riecht sich um. No puedo más, no puedo más. Aber jetzt erst mal los, ja. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Ja, und der Security-Mensch geht nach vorne und schießt noch ein paar Mal in den Körper von seinem Kollegen und dann ein letztes Mal, er stellt sich zu überwinden, aber dann in den Kopf und dann läuft er mit euch raus. Sehe ich, dass das Viech aufhört zu existieren, nachdem es in den Kopf geschossen wird? Ja. Okay. Also, das Zucken hört auf jeden Fall sofort auf. Zombies muss man in den Kopf schießen. Was? Das kommt an dir vorbei. Der wird deutlich sportlicher und schneller als du. In den Kopf war gut. Okay. Das ist nicht der Einzige dann. Wir haben eine Apokalypse jetzt. Apokalypse? Ja. Apokalypse? Ja. Zombie-Apokalypse. Wohnt ihr hinter dem Mond, oder was? Das ist doch alles schon mal gehört. Das ist doch nur ein Film oder so. Ja. Das ist doch offensichtlich. Alle Charakteristiken eines Zombies hatte dieser Mann nun vereint. Er hatte ein heftiges Fieber und möglicherweise Drogen genommen. Und sie haben ihn umgebracht? Also, ich meine, Notwehr ist schon okay, aber. Ich würde meinen... Ihr seid an der Tür angekommen, die... Ich möchte meinen Elektroschocker wieder mitnehmen. Kann man die mehrfach benutzen? Muss man das wieder reinschaffen? Du brauchst ja jedes Mal eine neue Kartusche. Habe ich noch eine Kartusche? Ja. Großartig. Dann würde ich den mitnehmen und den anderen nachlaufen und das zurücksetzen. Und den anderen nachlaufen. Und ich sag gar nichts. Dann steht ihr vor der Tür, die rausführt in Richtung von der Parkgarage. Und in der Ferne hörst du ein Uhuh. Und jenseits der verschlossenen Tür. Sollten wir... Auf der anderen Seite des Zombies. Okay. Das tut uns Hobbies. Sollten wir also... Wie ist jetzt der Plan, Carol? Ja, wie ist der Plan? Sie sind für die Sicherheit verantwortlich, oder nicht? Wir dürfen auf gar keinen Fall das Gelände verlassen. Weil was auch immer hier gerade drin ist, darf nicht nach außen gehen. Aber ich denke, wenn wir uns in ein Auto setzen und das Auto absperren und in der Tiefgarage bleiben, dann sind wir offiziell noch auf dem Gelände und können dort ausharren, bis Verstärkung kommt. Das wirkt für mich gerade sicherer, als hier im Flur stehen zu bleiben. Aber haben wir nicht hier unten Labore, die wir absperren können, fix, die viel sicherer sind als ein Auto? Ich meine, wirkte dieser Zombie, als würde er kein Auto überwinden können? Oh, Moment. Da muss ich ran. Hi, Jo. Ja, Schatz? Hi, Jo. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Ich habe gerade eine Notnachricht bekommen, dass dein Puls sehr hochgegangen ist, auf fast 170. Hi, Jo. Das war nur wegen dem Marios. Mario. Wir haben uns gestritten. Ach, dir wieder Stress miteinander. Ja, ist aber schon vorbei. Ah, Jo, du musst doch mehr auf deinen Blutdruck und deine Gesundheit achten. Ist schon vorbei, alles gut. Ja, wann kommst du heute Abend nach Hause? Jetzt gleich. Ich mache eher Schluss. Ich habe mir... Du machst eher Schluss, Häschen. Das musst du mir aber früher sagen. Wollte ich ja jetzt. Nur hier ist ganz schön was los. Also, hier ist eine Zombie-Apokalypse. Du bist ein spaßiger, kleiner Geselle, mein Hajo. Ja, du, ich lege auch... Aber jetzt mach keinen Unsinn. Kannst du, wenn du nach Hause kommst, auf dem Weg noch Milch mitbringen? Mach ich. Danke, Hasiputzi. Wir sehen uns gleich. Du brauchst wahrscheinlich nicht länger als eine Dreiviertelstunde dann jetzt vom Krankenhaus zu mir. Nö, ich nehme jetzt den Volvo. Selbst wenn du noch einkaufen fährst. Gar kein Problem. Gut, dann erwarte ich dich in einer Dreiviertelstunde. Okay, tschüssi. Bis dann, Schatzi. Hab dich lieb. Ich dich auch. Mach keine Umwege. Meine Frau. Mir würde einfallen, dass ich mich vielleicht auch bei Menschen melden könnte. Ich würde auf mein Handy schauen und eine SMS an Sarah schicken und einfach mal schreiben, alles gut. So ganz kurz, ohne Smiley, einfach nur, you okay, Fragezeichen. Sie schreibt zurück, alle sind es komisch. Ich sitze bei ihrem Büro, sie ist nicht wiedergekommen. Oh, die ist noch oben im Büro. Alles okay bei dir? Weißt du irgendwas? Ich würde zurückschreiben, ähm, bleib drin, not safe, sperr die Tür ab, lass niemanden rein. Du kriegst dann kurz darauf eine Sprachnachricht. Oh mein Gott, was, äh, Carol, was ist los? Warum soll ich die Tür absperren? Ist das irgendwie ein Terroranschlag oder sowas? Oder ist das eine Übung? Ich mach mir wirklich Sorgen, Carol. Also, ich weiß. Ähm, das wirst du nicht sehr zu schätzen wissen, aber auch um Alison, aber natürlich auch um dich. Ähm, ich würde nur zurückschreiben, kann, kann nicht reden. Stay safe, vertraue niemandem. Und dann würde ich das Handy wieder wegstecken. Okay. Also, ich gehe zu meinem Volvo. Mhm. Die, du öffnest die Tür mit deinem Chip, daraufhin gibt's ein, mm, 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 das durch die große Parkanlage halt. Entspricht das wirklich den Sicherheitsvorkehrungen, jetzt diese Tür hier und diesen Alarm auszulösen? Mir ist nicht wohl dabei, etwas Verbotenes zu tun. Wollen Sie gebitzen? Bisher nicht. Ja, also. Mario, der sich eurer Gruppe auch angeschlossen hat. Ich wurde gebissen, aber von einem Affen. Ich würde einmal in den, in den, also in den, zur Garage rausgucken und einfach mal reinschauen, ob ich dort irgendwas erkennen kann, ob sich dort irgendwas bewegt, quasi, da wo die Autos laufen. Also, stehen, laufen, hoffentlich laufen sie. Carol. Carol? Ja. Schade, nicht Carol. Siehst du schon ein bisschen eine Karen, ne? Ich würde zu Carol gehen. Äh, Carol auf ein Wort. Mhm. Ähm, der Mario. Kleines Grüppchen steht so beiseite. Also, Zombies werden halt gebissen, äh, beißen und dann werden die Gebissenen auch zu Zombies. Wie geht's Ihnen? Und ich glaube, die Affen hier, an denen geforscht wurden, an denen geht das aus. Aber ist Ihnen heiß oder so? Haben Sie Hunger oder so? Und der Mario wurde gebissen. Das heißt, er wird nach Inkubationszeit voraussichtlich in... Wie hieß denn die Affe? Sie sind doch der Meier, oder? Sie sind doch der Meier, oder? Ja, genau. Meier. Ja, machen Sie das. Der muss weg. Ich fahr jetzt. Sie können nicht fahren. Eure Stimmen hallen auch in dieser großen Parkanlage. Sie können nicht fahren. Ich fahr sehr wohl. Ich kann Sie nicht fahren. Das ist so laut. Kommen Sie bitte zurück. Nein, ich geh zu meinem Volvo. Maxwell zieht seinen Taser. Müssen wir ihn aufhalten, Carol? Nein, 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 nein. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Äh, Jessie, bitte halten Sie Fleischhacker auf. Äh, und ich würde... Ähm, ich... Das ist genug. Ich gehe jetzt. Jessie, komm, hinter dir hergestöckelt. Herr Fleischhacker! Ach, ähm, Carol hat gesagt, sie soll sie aufhalten. Ich weiß nicht genau wie, aber... Nehmt Ihnen den Schlüssel ab! Oh, ähm, sie grabscht nach deiner Hand und versucht, Ihnen den Schlüssel wegzunehmen. Ja, ich versuche den auf jeden Fall zu halten. Das ist ja mein Schlüssel. Ihr seid der Wild am... Hin und her zu püren. Während gestritten ist, würde ich zurück in den Gang gehen. Mhm. Also ein paar Schritte zurück einfach. Oh Gott. Oh ja. Oh, da lebt jemand gerne gefährlich. Okay. Aber sauber. Kompliment auch an die Technik, die sofort immer umschalten, wenn jemand mit seinem Hintern die Kamera blockiert. Finger weg! Ich habe es versucht, Carol. So eine Frechheit wurde euch schon genug gescholten von euch allen. Ich mache euch jetzt nicht mit. Ihr wollt es ja nicht mal wahrhaben hier mit dieser Zombie-Apokalypse und ihr verhaltet euch so, als würdet ihr unterm Stein wohnen. Ich gehe jetzt... Ey, ich fahre jetzt nach Hause. Ihr ist nicht sicher, es ist alles versorgt. Dieser Mario wurde übrigens gebissen und wird gleich auch ein Zombie. Ihr seid doch alle blöd bescheuert. Der Security-Mensch fällt um. Oh nö. Ich würde den Security-Mensch gern untersuchen und nach seiner Waffe greifen, weil der hat doch bestimmt eine Waffe. Der hat eine Schusswaffe, ja. Ja, ich würde die Schusswaffe nehmen. Mhm. Und würde... Ich glaube, wir sind zu laut für die Regie. Ich würde... Wir. Ich würde die Schusswaffe nehmen und würde erstmal überprüfen, ob sie geladen ist. Er hat mehrere Schüsse schon daraus abgefeuert. Die Sicherung ist wieder an, aber in dem Magazin sind noch Schüsse drin. Müsstest natürlich es rausholen, um zu checken, wie viel. Ich renne jetzt zu meinem Volvo. Ich würde gerne in seinen Taschen suchen, ob ich noch mehr Schuss finde. Solange er da noch liegt. Er hat tatsächlich an dem Gürtel noch ein zweites Magazin. Das nehme ich. Ja. Super. Jetzt habe ich Schuss. Großartig. Und wenn du dann tastest, schließt sich eine Hand um dein Handgelenk. Von ihm? Ja. Und er schaut hoch, öffnet den Mund und so schmatzend lösen sich die Zähne voneinander. Die Zähne kleben mehr oder weniger aneinander und reißen sich dabei dann einer nach dem anderen mit faserigen Fleischresten aus seinem Kiefer los, während er leise in der Kehle gurgelt. Und dann... Die Zähne tatsächlich rückwärts in seinen Rachen saugt, wo sie auf der Zunge liegen. Okay, ich weiß nicht, wie viel Schuss ich habe. Das heißt, ich habe... Wie groß ist denn die Waffe? Ist das... Hat die Gewicht? Die hat sicher ein bisschen Gewicht, oder? Natürlich. Die hat schon einiges an Gewicht. Das ist eine mittelschwere Pistole. Großartig. Die knall ich ihm Vollgas auf die Nase. Also du schlägst ihn? Ich schläg ihn. Schlag ihn. Schlag ihn. Oh nein, ich will nicht schon wieder. Einige Leute hier. Warum schießen sie nicht? Weil ich weiß, wie viel Schuss ich habe. Probieren. Ja, aber dann verballern ich es. Genau, das eine Mal, wo ich dann da ziehen muss, geht's schieß. Die ersten drei sind tabu, ne? Das ist tabu. Nee, nur die oberste... Die oberste geschlossene Geschichte ist tabu. Oh, ich spiele kein Lender, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich könnte auch immer sagen, ich versage freiwillig. Nein. Ich versage nicht freiwillig. Hoppa, lange. Du schlägst ihn, du pisst, du whipst ihn mehr oder weniger, schlägst zu und sein Kopf wird nach rechts gerissen mit einem Knacken und dann dreht er den ganzen Oberkörper, um den Kopf wieder auf dich auszurichten. Aber ich habe mich vielleicht losgerissen dadurch. Ja, aber er klappt hoch und versucht, also wie ein Akrobat, wie im Spinnenlauf, irgendwie seinen Körper aufwärts zu biegen, um auf die Beine zu kommen, ohne dass er offensichtlich richtig weiß, wie man seine Gelenke und seine Körperteile benutzt. Okay, wir sind noch im Flur. Er läuft zum Auto. Ja. Mario ist auch im Flur. Nee, also die meisten von euch sind tatsächlich in der Parkgarage schon drin, beziehungsweise so halb in der Tür. Ist Mario in der Parkgarage? Ja. Und er schaut jetzt da, oh shit, oh shit, oh shit. Äh, oh Gott, 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 was tue ich, was tue ich, was tue ich? Und den Menschen, siehst du, Fleischhacker? Ich bin Richtung seines Volvos laufen. Auf hohen Stelzen quasi so zu meinem Volvo. Äh. Ich renne zu Dr. Fleischhacker und rufe etwas zu laut in der Tiefgarage. Dr. Fleischhacker! Ich ignorier das. Denken Sie, denken Sie ernsthaft, dass das jetzt nicht einfach weggehen wird, wenn Sie wegfahren. Das wird sich ausbreiten, das wird die ganze Stadt heimsuchen. Ich höre ihm gar nicht zu. Ja. Herr Dr. Fleischhacker! Ja, ich höre jetzt nicht hin. Du bist kein Doktor, aber das ist sehr nett von ihm. Du bist an der Tür von deinem Auto. So, ich mache auf, setze mich rein, mache den Motor an. Ja. Du siehst, dass Fleischhacker dabei ist, rauszufahren in deiner Hand, eine 9mm Pistole. Neben dir, Mario, der sagt, wird das noch mit mir passieren? Wird das noch mit mir passieren? Jessie, die weinend mitten in der Parkgarage steht und sagt, ich habe versucht, den aufzuhalten. Und der Security-Mensch, der sich jetzt langsam so in einer halben Drehung irgendwie nach oben auf die Beine windet und dabei mit Speichel und Blut vermischt, klackern die Zähne aus der Sicht. Der hat auch seinen scheiß Kontaminationseimer noch mit, ne? Ich kann den nicht fahren lassen. Ach du Scheiße. Hey, du weißt doch gar nicht, was das für ein Eimer ist, oder? Doch, man hat ja gesehen, dass da ein Kontamination-Dings drauf ist und ich habe ja noch gesagt... Hast du das gesehen? Ja, ich habe ja sogar gesagt, egal, was sie da haben, darum geht es gerade nicht. Wirkt nicht so, als ob du darauf geachtet hättest, wenn du sogar schnell sagst, egal, was das ist. Habe ich es gesehen? Ja. Man muss aber zu sagen, dass fast alles mit einem Biohazard-Symbol versehen wird. Okay. In der Labor. Biologische Proben enthält er. Ja gut, dann ist das egal. Ja, dann konzentriere ich mich auf den Zombie und würde auf den zählen und würde versuchen, ihm ins Gesicht zu schießen. Also auf den Security-Dude. Ich will mich ja nicht wieder hoch... Let's go! Irgendwie spiele ich mit mir selber Jenga. Kann das sein? Kannst du auch sagen? Nein. Wir sind einfach alle zu useless. Nein. Nein. Das sieht gut aus. Ja, aber das ganze Ding ist schon so schief. Da ist es wundervoll. Das ist richtig. Sehr schön. Oh mein Gott. Du schießt mir ins Gesicht, dass sich auch mehr oder weniger trichterförmig nach innen umstülpt und hinten dann die Reste davon aus dem Schädel geblasen werden, woaufhin ihr einfach zusammenknickt und umfällt. Cool. Dann möchte ich jetzt mein Magazin aufmachen und gucken, wieviel Schuss ich noch drin habe. Was jetzt? Du hast jetzt noch acht Schuss. Okay. Und noch das extra, was ich habe, ne? Oder? Das ist mit 15. Das ist gar nicht so schlecht aus. Du, mit deinen scharfen Ohren, hörst ein leises Knacken, nachdem, also sagen wir mal so, nachdem sein Gesicht und die gesamte Schädel-Formation umgestaltet worden sind von dem Security-Menschen, ist ihm auch der Knopf von seinem Funk aus dem Ohr gefallen. Darf ich das, komm ich da dran? Wie weit bin ich weg? Ja, kommst du da dran. Dann nehm ich das. Du musst das zwar so über Reste von ihm steigen, die über den Boden versprüht sind. Dann würde ich versuchen, das einzusammeln und mir ins Ohr zu stecken. Ja, dann fimmst du das an dich. Du hörst dann. Machen Sie Meldung. Ich wiederhole, machen Sie Meldung. Ende. Ich schau mich um, ob es irgendjemand mitbekommt. Ich bin noch, ich gucke noch, kommt entsetzt dem Dr. Fleischer gerade zu, wie der mit seinem Volvo und quietschenden Reifen jetzt rausfährt. Nicht sehr sicher. Gleichzeitig wechselt mein Blick immer zwischen ihm und Mario, weil ich immer noch sehen will, und ob er halt schon anfängt zu rutschen. Mario hat Schweißperlen auf der Stirn stehen und rote Flecken im Gesicht und der Rest von ihm ist treiblich. Ja, geil. Was ist geil? Nichts ist geil. Aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin noch ein bisschen ratlos. Währenddessen kann sie in Ruhe dem zuhören. Antworten. Ich antworte nicht. Okay. Ich hab's nur im Ohr. Ähm, hat der Security Dude Fesseln oder so? Miles, bitte geben Sie Meldung. Over. Ksch. Miles, hier lockt in der Zentrale. Bitte melden. Over. Ksch. Hat der Security Dude Fesseln oder irgendwie irgendwas? Also Handschellen? Sip-Tice. Sip-Tice, okay. Hat er am Gürtel. Dann würde ich mir die Sip-Tice holen. Mario, ich, ich werde dir, du siehst, was hier gerade passiert, wir werden dir nichts tun, aber wir müssen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Wir wissen nicht, ob sich das, ich werde dir jetzt die Arme verbinden. Nein. Doch, das werden wir jetzt machen, sonst musst du hier bleiben. Wir lassen dich zurück, wenn du... Wo wollte denn... Entweder, entweder wir sperren dich drin in eine der, in eine der Laboren ein, oder wir nehmen dich mit, aber dann müssen wir dir jetzt die Hände verbinden, weil... Aber ich hab Menschenrechte. Ja, und wir wollen überleben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gerade noch über Menschenrechte sprechen. Kreischende Reifen, ein Polizeiwagen kommt von rechts angeschossen, als du gerade die Rampe aus dem... Ah, so weit bin ich schon. Ja. Ah, so weit wollte ich noch nicht sein, wenn's geht. Ach so, sondern... Echt? Und jetzt einmal checken, wie die Gruppe so steht. Ja, was? Die haben sich da, also die stehen da, Leiche, dann stehen sie ein paar Versammelt rum. Sie hat ein paar Schritte zurückgemacht und schaut gerade verdächtig, unschuldig in der Gegend rum. Und sie redet auf den Maxwell ein, den anderen, nee, auf Mario ein. Und Maxwell, Jesse und Gabriela stehen in einer kleinen Gruppe zusammen und murmeln untereinander mehrere Schritte entfernt. Ja, und da Mario gerade angeschuldigt wird und... Was mache ich? Und du starrst ihm hinterher, einzeln, einsam. Man könnte fast glauben, so in Zeitlupe. Also, ich würde davon ausgehen, dass der Mario, der ja gerade angeschuldigt wird, hier irgendwie sich fesseln lässt, dass er zurückweicht. Ja. Er hebt die Hände und weicht von ihr Schritt für Schritt zurück, wenn sie mit den Zipteis in der Hand hinterher geht. Oh Gott. Ich würde ihn voll umbrettern. Wen jetzt? Mario. Der Arsch auf dem Labor, der offensichtlich gebissen wurde. Ich springe zurück. Ja. Achso, du probierst noch, ne? Du bist noch gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde meine Hände weg. Oh, der. Oh, das ist riskant. Oder vielleicht. Oder er ist gut. Er hat das Gefühl, dass du hier. Oh Mario, mein Schatz. Gucken wir mal, wer die Power nein kriegt, wenn du tot bist. Mit einem. Ein Wolf von dir vorbeigeschossen. Mario stand gerade eben noch da. Dann ist für so einen Sekundenbruchteil das Auto und Fleischhacker am Steuer. Und dann knallen beide links an die Wand. Mario wird in der Mitte zerdrückt und klappt nach vorne. Und dann explodiert dir der Airbag ins Gesicht. Ich bin ohmächtig, oder? Er drückt. Nicht zwingend. Zumindest hast du ein lautes Klingeln und keine Luft. Und Schleudertrauma. Und drückst den Airbag von hier weg. Ist nach leicht angebranntem Pulver. Und jetzt kommt die Polizei. Ja. Draußen. Polizei vorfährt und anhält. Mario klappt. Klatsch. Der hat ein hohen Geräusch. Auf deiner rauchenden Motorhaube zusammen. Ich steig aus. Ich habe euch allen Gefallen getan. Ihr wollt ja nicht hören. Wir sind hier nämlich in einer Zombie-Apokalypse. Und der Mario wurde gebissen. Wer gebissen dingst, der beißt dann auch nämlich. Und da hilft auch kein Gezahnke. Und am besten steigen wir jetzt ein und fahren. So. Wurde ja keiner gebissen, oder? Du schaust dich in einer Runde um. Und wirst du im Ohr. Hier ist die Hünlock aus der Zentrale. Wir brauchen Meldung. Kevin Jumeier ist als Patient Zero eingestuft worden. Wo befindet er sich gerade und in welchem Zustand? Bitte Meldung machen. Habe ich das, sehe ich das Mikro irgendwo? An dem Runden? Ne. Also das ist ja alles quasi ein Ding. Ne, ich antworte nicht drauf. Gut. Gabriela, Jessie. Gabriela sagt, ich bin nicht gebissen worden. Maxwell steht da, oh mein Gott, oh mein Gott. Und Jessie macht nur... Es sollten sich jetzt alle ausziehen, damit wir einander vertrauen können, dass keiner gebissen wurde. Gabriel macht einen Schritt nach vorne und haut dir ins Gesicht. Apokalypse oder nicht, das lasse ich mir nicht gefallen. Das hat mir getan. Was glauben Sie, wie es Mario geht? Ich fahre. Das habe ich nicht verdient. Ich hätte direkt fahren sollen, dann werden die jetzt alle schon tot gebissen ohne mich. Bei der, wo ist er denn? Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist Mario jetzt? Wo ist denn er? Ist er nicht mehr da? Nein. Du hörst... Unter dem Auto. Da liegen seine Beine. Ja. So, ich brauche jetzt sie. Nur die Beine und ein sehr großer Blut. Sie haben ja eine Pistole, Sie haben ja eine Pistole. Ja, ja, beruhigen Sie mich. Der kriecht hier irgendwo rum. Das ist jetzt so ein halber Zombie, kenne ich aus Dings. Left 4 Dead. Sie müssen den jetzt erschießen. Mit der Pistole. Wir sollten alle zurückgehen. Das ist hier nicht sicher. Wie ist es mit der Polizei? Kommt die noch? Oder ist das... Die haben angehalten und du siehst, dass da Leute jetzt ausgestiegen sind und anfangen eine Barriere aufzubauen vor dem Ausfahrt. Entschuldigung, Entschuldigen Sie, Officer. Weiten Sie 100 Meter Abstand. Ja, das ist schon klar, aber wir sind... Niemand von uns wurde gebissen. Wir sind... Bitte, bitte, wir brauchen Ihre Hilfe hier. Ich fange an, mich auszuziehen. Ja. Officer. Gut, dass Sie da sind. Dieser Wissenschaftler. Und unter dem Auto kommt etwas hervorgeschossen, das auf seinen Händen läuft und er Gedärme hinter sich herzieht und mit einem schnappenden Mund versucht, dein Bein zu erwischen. Was tust du? Ähm... Ich würde versuchen... Mein Bein will er, ne? Ja. Ähm... Ich würde versuchen, das wegzutreten. Oh Gott. Schön. Ich sag doch, lass wieder reingehen. Ich höre ja niemand. Ich wollte es mir spannend machen. Genau, das war Absicht. Ja. Oh Gott. Ey, voilà. Du trittst mehrfach dagegen und das Ding rutscht an dir vorbei auf seinen eigenen Innereien und den Flüssigkeiten, die ausdringen und kommen glitschen, so drei Meter entfernt von euch beiden zu liegen. Stemmt sich dann langsam wieder hoch auf den Händen und dreht sich in eure Richtung um. Ich ziehe mich aber mal zurück in den Gang zurück, weil wir sollten alle reingehen. Hier ist es nicht sicher. Hören Sie... Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Hören Sie auf die Studentin. Oh, danke schön. Haben die Polizisten... Sind die bewaffnet? Ja. Ja, und die haben auch gesagt, wir dürfen nicht näher als 100 Meter dran und die reden nicht mit mir. Ja, aber die würden doch wahrscheinlich sehen, wenn wir von sowas angegriffen werden, oder? Ja, auf jeden Fall, aber sie werden auch auf uns schießen. Sie reden hier nicht. Du gehst? Genau, ich gehe jetzt nackt auf die Polizei zu. Arme ausgebreitet. Sir, bleiben Sie 100 Meter entfernt stehen. Schauen Sie! Ich dreh mich. Ich wurde nicht gebissen. Ich bin selbst Wissenschaftler. Ich muss dadurch. Margarete wartet. Ich gehe weiter auf die zu. Ich weiß... Bleiben Sie stehen. Nein! Bleiben Sie stehen. Nein! Drehen Sie um und gehen Sie zurück. Aber ich wurde doch nicht gebissen. Herr Fleischhacker, Herr Fleischhacker, Sie kennen doch die ganzen Videos von Polizisten. Machen Sie das nicht. Ich will nicht, dass Sie auf Sie schießen. Bitte, bitte bleiben Sie. Bleiben Sie hier. Wir müssen warten, bis die Verstärkung kommt. Ich möchte einen Anwalt... ...ruflich zur Polizei. ...hört hinter euch glitschende und klonende Geräusche und seht dann wie etwas paddelnd, wie eine laufende Ente mit seinen Händen ausgespreizten Fingern klatsch, 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 sich über den Boden auf Sie zu, marschiert der Oberkörper von Mario. Habe ich freies Schutzfeld? Ja. Ich schieße auf den Kopf. Nur für mein Verständnis. Hier ist der Gang. Wir zwei sind hier vor. Also hier ist der Zombie und die stehen noch hinten dran. Dann paddelt der auf eure drei Begleitungstruppen zu, also auf Mariela, äh, Gabriela, auf Jesse und auf deinen nutzlosen Kollegen Maxwell. Großartig. Ich schieße auf seinen Kopf. Also nicht auf Maxwell. Nicht auf Maxwell. Ihr seid mit dem Gangquass recht, ja. Äh, ich will das nicht. Oh mein Gott. Ja, ist nur Maxwell, alles gut. Äh, acht, acht. Einer muss irgendwann mal sterben. Aber not on my watch. Wie viel Schuss hast du? Bitte? Ja, ist gut. Jetzt macht die mich nach. Ja, sorry. Ich habe gesehen, das hat bei dir so gut funktioniert. Oh Gott. Alles gut bisher. Ja. Ein Schuss oder zwei zur Sicherheit? Nee, ein Schuss. Nur ein Schuss. Ein Schuss auf ins, in den Kopf. Ja, reißt den rechten Kiefer, das Ohr in der gleichen weg. Das Ding rutscht noch ein bisschen voran und liegt dann still. Gibt nur so gurgelnde Geräusche. Oh Gott. Können wir jetzt bitte uns zurückziehen? Ich würde mich noch einmal kurz zu den Officers umdrehen. Officers, ich bin, ich bin die Chefin der Sicherheit hier drin. Äh, Carol Stewart. Bitte, bitte kontaktieren Sie den CEO. Der wird Sie darüber in Kenntnis setzen, dass ich hier die Sicherheitschefin bin. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen evakuieren. Du siehst, wie der in sein Funkgerät reinspricht. Aktuell sollen wir jeden aufhalten, der sich einem Ausgang des Gebäudes nähert misst. Das tut mir leid. Wir, wir bleiben, wir bleiben in, wie, wie, wie heißen die, äh, Laborräume, in denen Fleischhacker arbeitet? Gibt's irgendwie eine Beschriftung? Einfach nur in den Labors. Äh, wir warten in den Labors, wir, wir schließen uns dort ein, bitte holen Sie uns, bitte vergessen Sie uns nicht. Wir schließen uns dort ein, wir gehen in Quarantäne, bitte vergessen Sie uns nicht. Du, der, der du deinen Nudistenmarsch in Richtung Polizei hingelegt hast, mit deiner, deiner anschwellenden Wange von Gabrielas Ohrfeige und einer blutenden Nase von dem Airbag, der sich in deinem Gesicht geöffnet hat, siehst, wie sich hinter den Polizisten die Straße eine Gruppe von Leuten entlang bewegt, sprintet, rennt, eine, eine wilde Mischung an verschiedensten Leuten, du siehst den, den Obdachlosen, der immer eine Ecke weiter, da, da, äh, du hattest den Typen, der da Hotdogs verkauft, äh, 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 nehmen Sie die Hand runter, nehmen Sie sofort die Hand runter, äh, 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 und dann wird der Pedazist von hinten angesprungen und zu Boden gerissen. Faschaka! Ich bin wieder geschockt, ich kann gar nichts machen. Geräusche wie von, von jemandem, der, also so, so Streichhölzer, knack, 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 knack zerbricht und, und gleichzeitig Stoff zerreißt. Wie weit ist er von mir entfernt? Zehn Schritt oder so. Dann würde ich in Sprinten in einem Arm packen und würde zurück zum Flur, zu den anderen zwei. Du packst den Fleischhacker. Nein! Du weigerst dich mitzulaufen? Es hört sich nach einer ganz, nein, nein, aber es hört sich nach einer ziemlich schweren Aktion an, so alles so. Wehrst du dich dagegen? Nö. Mit gezogen zu werden, dann kannst du ihn einfach mitziehen, ja. Er stolpert barfuß an dir vorbei, rutscht einmal beinahe in dem Gegröße aus, das von dem Security-Menschen übrig geblieben ist und von Mario. Wir kommen an meinen Klamotten vorbei und ich würde die gerne mitnehmen. Das ist sehr nett von dir. Halt! 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 Oh Gott! Man muss Prioritäten setzen, offensichtlich, scheinbar. Wir werden ihn nackt ertragen müssen. Nein, nein. Nein, nein, nein. Oh Gott! Wir werden ihn nackt ertragen müssen, aber sterben beim nächsten Zug. Halt! Halt! Mit hochgerissen. Und dann stolpert ihr alle, auch begleitet wieder von eurem Triplet, Maxwell, Gabriela, Jesse, zurück in den Flur. Die Tür fällt hinter euch zu. Ich ziehe meine Hose an. Der Alarm hört auf. Mit Klappern, weil da ja sein Leatherman dranhängt. Ja, und ich merke auch, die ist nass. Ja, zieht Fleischhacker wieder seine Hose an, die so einen feuchten Fleck hat. So. Ja, dann... In der Ferne schreien die Affen. Kann man die Tür, also schließt sie selbst wieder ab, sodass auch niemand mehr aus der Tiefgarage reinkommen kann? Das müsstest du testen. Würde ich gerne, ja. Ja, die ist abgeschlossen wieder. Gut. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen kurzen Moment zum Verschnaufen. Möchten sie raus? Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Und dann hörst du von der anderen Seite die Tür aus und... Bloße Hände, die das Metall trinken. Haben Sie nicht was von Laboren, Abschließbar und so, Sicherheits... Hier muss es doch irgendwelche Katakomben geben, wo man sicher ist mit den Affen zusammen. Das hier ist Amerika, gibt es hier keinen verdammten Safe Room. Okay, also... Panic Room. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie schlimm es gerade draußen ist. Ich weiß, wir wollten eigentlich hier unten bleiben, aber vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir uns nach oben bewegen würden, wo wir Fenster haben, damit wir schauen können, wie die Situation in der Stadt ist. Oder Fenster, wo andere reinkommen können. Ich schaue auf mein Handy. Sarah schreibt, ich habe Schüsse aus Richtung der Einfahrt der Garage gehört. Ist das okay? Ich schreibe zurück, wo bist du? Immer noch im Büro von Alison. Dann schreibe ich zurück, bleib da, wir kommen. Und stecke mein Handy wieder weg. Wir gehen ganz nach oben. Wir gehen ganz nach oben. Es gibt eine Feuerleiter. Damit kommen wir schlimmstenfalls raus. Feuerleiter? Wir müssen schauen, was draußen los ist. Sie wollen doch nicht hier unten mit den Affen unter der Erde sterben, ohne zu wissen, was draußen los ist. Es ist hier drin doch wohl mal viel sicherer und oben sind doch schon Infizierte. Und wollen Sie dann anfangen, Stäbchen zu ziehen, wen wir als erstes essen, wenn es hungrig wird? Carol, ich muss Ihre Kompetenz hier wirklich einmal anzeigen. Sie können ja gerne hier unten bleiben. Das ist ja kein Problem. Ja, ich möchte absolut hier unten bleiben. Das ist eine absolute Schnapsidee. So sagt Maxwell, jetzt nicht dreist werden, das ist die Chefin der Security. Maxwell? Ja? Sie haben doch auch Kompetenzen. Unabhängig Ihrer Chefin, wie würden Sie die Situation jetzt bewerten? Ähm. Abgefuckt? Oh mein Gott. Ich bin hier wohl die Erwachsenste von allen. Oben sind doch schon Infizierte. Ja, wollen Sie gerne hier und kuscheln Sie mit Ihren Affen, wenn Sie das so unbedingt wollen. Da sind einige. Viel Spaß. Und Sie sind Security-Chefin? Ich würde einfach an ihr vorbeigehen. Sie verliert die Faszin. Sie wird verrückt. Schaut sie euch an. Und würde Fleischhacker mitziehen, würde mich zum Pharma-Jungen, dessen Namen ich vergessen habe, weil es mich... Quentin! Quentin! Quentin, kommen Sie mit oder bleiben Sie bei der Studentin? Machen Sie uns wenigstens die Labore auf, damit wir uns irgendwo aufwärmen können. Ach, jetzt brauchen Sie doch noch Hilfe. Oh mein Gott, wie alt sind Sie? Sie sind doch die Chefin von dem Ganzen hier. Von dem Ganzen hier? Dann hätte ich das nicht genehmigt. Ruhe! Und ich würde einfach weitergehen und den ignorieren, während der da hinten schreit. Aber die Maxwell auf jeden Fall. Jetzt sei mir mal alle ein bisschen weniger gestresst. Vorsicht der Tisch. Ruhe! Wir müssen einen klaren Kopf bewahren. Sonst Zombie. Also, wo ist es sicher? Wir haben einen Ausbruch auf dem Overpass in der Nähe des Krankenhauses. Wir brauchen dringend Augen auf den Patient Zero-Codenamen Kevin. Was ist der Overpass? Das ist, wenn so die amerikanische Autobahn, die einmal quasi über eine Stadt drüber geleitet wird. Das ist einfach nur eine große Straße in der Nähe. Also ja, aber nur ich durch meinen Ohren, ne? Also es ist ein komplettes System. Ich kann auch anfangen, aber es ist nur im Ohren, ne? Ja, okay. Ich mach nichts. Gut. Alle bis auf Carol stehen jetzt da und schauen dich an und scheinen zu erwarten, dass du irgendwas Wichtiges sagst. Außer wir sind, jetzt werden wir doch alle mal ein bisschen ruhig. Ich wurde mitgezogen. Ich hab ihn mitgezogen. Der hängt an mir. Stopp, stopp, stopp. Schon ein bisschen ruhiger. Jetzt kann man besser nachdenken. Kalt so. Ich merk schon. Maxwell tippt sich so mit dem Taschentuch aus von der Stirn. Ich merk schon. Ja, alles viel klarer. Ja. Also, wo ist nun? Wohin nun? Ich kenn mich hier nicht aus. Das hängt davon ab, wo sie... Also, da ist die Parkgarage. Nein. Wir haben eine Leichenhalle. Sie sind witzig. Sie haben guten Humor. Sie werden es noch weit bringen. Okay. Naja, im Erdgeschoss sind vor allen Dingen Verwaltung. Die Aufnahme- und Aufenthaltsräume. Und dann hier sind die Labors. Nein. Dann sind die Patientenräume. mehrere Stockwerke drüber. Und dann die Büros von den Ärzten. Büros. Die Büros. Da ist meist niemand. Dann gehen wir... Alle hassen Büros. Wir gehen zu den Büros. Okay. Durch das komplette Gebäude einmal. Ist das wirklich die schlauste Idee? Also, er ist sehr ruhig und kompetent. Also, erscheint er mir zumindest gerade. Als Pharma-Referenz. Okay. Ich schließe mich der Mehrheit an. Er hat es weitergebracht als du. Ich schließe... Ich bin 22! Ich schließe mich der Mehrheit an. Aber ich möchte hier einmal noch mal meinen Protest ausbringen. Und die Meinung von allen hier hören. Weil das absolut absurd erscheint. Einmal durch das verseuchte Haus hier zu laufen. Ja, aber wissen wir denn, dass es verseucht ist? Sagt Gabriella. Ja, wir kommen gerade von der Verseuchung von oben. Ja, aber die sind doch jetzt alle in den Kopf geschossen worden. Und was ist mit dem Rest der Belegschaft? Die alle Kontakt hatten? Dass da oben war die Eingangshalle. Die abgesperrt ist, weil ich sie gesperren habe lassen. Ja, aber sie kamen ja von dort oben irgendwo. Stehen wir noch da? Nee, wir sind ja... Wir sind schon im Treppenhaus. Achso, ich bin einfach weitergeraufen. Ihr sterbt schon. Nee, nee, Fahrstuhl. Nee, wir stehen zum Fahrstuhl. Ein blutiger Fahrstuhl. Also, ich war komplett geschockt. Schock meines Lebens. Ist alles schlimm. Dein Handy klingelt. Für mich ist alles schlimm. Und so langsam, während ich da mitgeschliffen werde, komme ich wieder... Ja, dein Handy klingelt vor allen Dingen auch. Oh, Moment. Ich bleib kurz stehen. Bisschen genervt. Hallo. Hallo, seine Putsi. Ich kann jetzt ganz schlecht. Hier ist eine Zombie-Apokalypse. Ja, sehr lustig. Bist du schon auf dem Weg zum Supermarkt? Ja. Ja, wir brauchen nämlich auch noch Worcester-Sauce. Sagt man das so? Worcester? Worcester? Wichester. Du weißt schon, welche Soße. Wichester, du bist so schlau. Weißt du, dass er verheiratet ist? Kenne ich die Frau? Ja. Darf ich versuchen, das Handy aus der Hand zu ziehen? Also, der Supermarkt hat zu. Ich muss zu den anderen. Gib mal ganz kurz her. Gib mir mal die Margarete ganz kurz. Margarete, ich geb dich kurz weiter, ja. An wen? Hallo, Margarete. Wer ist da? Carol von der Security, Sie kennen mich. Ja, ich kenne Sie. Mach doch gerne auf Lautsprecher. Ja, ja, ich kann, ich mach gleich. Was machen Sie denn mit meinem Mann? Carol, ich möchte, ich möchte bitte, sind Sie gerade drinnen? Befinden Sie sich in Ihrem Haus? Ähm, ich bin in unserem Garten. Ja, bitte gehen Sie sofort hinein. Wir haben einen... Also, Sie haben hier gar nichts zu sagen. Nein, wir haben einen Ausbruch. Ich weiß genau, was für ein Typ Frau Sie sind. Wir haben einen Kranken... Ja? Ich steh nicht mal auf Männer. Okay, alles gut. Was? Wir haben einen Krankenhausausbruch. Es ist nicht sicher. Es gibt eine Krankheit, die sich gerade in der Stadt verbreitet. Bitte gehen Sie hinein. Gehen Sie ins Haus. Es ist nicht sicher. Sperren Sie alle Türen zu. Verschließen Sie die Fenster. Oh, Margarete, ich hab dir schon gesagt, wir haben eine Zombie-Apokalypse. Aber, was hast du mit meinem süßen Hajo? Ich passe auf ihn auf. Ich sorge dafür, dass er nach Hause kommt, aber Sie müssen ganz... Mein Hansi machen Sie. Gehen Sie in den Keller. Versprechen Sie mir, dass Sie auf... Ja, ich... Und versprechen Sie mir, dass Sie nicht auf Männer stehen? Margarete, bitte gehen Sie ins Haus. Ja, ist ja gut. Haben Sie Konserven? Haben Sie irgendwas zum Essen? Nehmen Sie Wasser mit? Nein, Hajo wollte einkaufen. Haben Sie Wasser? Ja, aber keine Milch. Bitte nehmen Sie das Wasser in den Keller. Sperren Sie sich ein und verhalten Sie sich ruhig. Und nehmen Sie einen Eimer mit. Pinkeln Sie in den Eimer. Betätigen Sie auf gar keinen Fall das Klo. Bleiben Sie unten, bitte. Es ist ein Notfall. Und dann gebe ich das Handy zurück. Also, Ihre Survival-Tipps sind echt noch... Wir sind gar nicht in der Nähe, glaube ich. Wir sind weg. Also, Margarete, wie ich schon meinte, der Supermarkt hat es so. Das ist besser so. Ich melde mich. Tschüssi. Weißt du, dass deine Kollegin eine Lesbe ist? Das ist das Letzte, was du hörst. Sie sind Lesbe? Jesus. Cool. Oh Gott. Ja, super. Können wir jetzt vielleicht uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren? Ja. Ich schaue ganz... Wir sind schon im Treppenhaus. Sonst hätte ich keinen gar nicht mehr um die Ecke kommen. Wir sollten den Fahrstuhl nehmen. Ich glaube nicht, dass wir den Fahrstuhl nehmen sollten. Warum nicht? In der Treppe können doch ganz viele Leute... Ja, aber... Der Fahrstuhl bringt uns sicher von einem Ort in den anderen. Da, wo wir hinwollen. Aber wir wissen ja nicht, was hinter der Tür ist. Und wir können nicht nach hinten ausweichen. Das funktioniert. Glauben Sie mir. Lass uns bitte... Wir rufen den und horchen. Sie haben doch eine Pistole. Ja, aber wenn wir hochfahren, bevor sich die Türen öffnen im Stock. Ich habe nicht so viel Schuss. Wir wissen nicht, wie viel da ist. Wir sollten uns einfach langsam im Treppenhaus nach oben bewegen. Wie bei Feuer. Nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Einfach langsam das Treppenhaus hoch. Wir schaffen das. Okay. Gut. Dann lassen Sie uns einfach gehen. Und ich würde mich ganz kurz durchatmen. Was ist mit den anderen? Ein Mantra zu mir selber sprechen. Und dann... Die kommen schon klar. Und dann weiter anfangen, hochzugehen. Aber Sie sind doch für die Sicherheit verantwortlich. Was ist denn mit den anderen? Das ist doch Ihr Job. Für die Sicherheit aller zu sorgen. Mein Job ist vor allem dafür zu sorgen, dass hier nichts rauskommt. Und da unten kommt nichts mehr raus. Also habe ich meinen Job in dem unteren Stockwerk auf jeden Fall erledigt. Sie wirken überfordert. Meine Rede. Maxwell. Können wir vielleicht im Labor weiter diskutieren? Ich fühle mich hier auf dem Gang einfach nicht wohl. Die anderen zwei sind ja schon weg. Und wir können die Entscheidung vielleicht einfach nur drinnen treffen, dass wir uns wenigstens irgendwo einschließen können, falls jetzt noch was aus dem Gang oder so kommt. Mhm. Ich habe hier meinen Security-Badge. Ja. Macht den nächsten Raum neben euch auf. Das sieht ziemlich unaufregend aus tatsächlich. gekachelte Tische lange mit Regalen drüber, die voll sind mit Fläschchen, Pipetten, Handschuhe, Spendern, Krimskrams. Lustigen kleinen Aufklebern wie das Sequenzier-Kit. All you need is Gloves. Mit grinsenden Handschuhen und kleinen Noten daneben. Da Carol nicht mehr bei uns ist, würde ich von allem einmal ein Foto nehmen. Einmal alles. Dann hört leise das Bandschleifen in deiner Kamera. Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber finden Sie nicht, dass wir gerade wichtigere Probleme haben? Ich bin die Jüngste hier. Ich bin kaum erwachsen. Ich glaube, das Problem solltet ihr lösen. Also, okay, wie erkläre ich dir das jetzt am besten? Wenn es schlecht läuft, wirst du keine Story zu erzählen mehr haben. Ich habe das Gefühl, du bist kurz vorm Durchdrehen. Kann das sein? Nein, ich bin bereits drüber. Ich hätte hier Pillen für dich. Oh, danke schön. Hm, besser. Ja, klärt das ruhig mal. Ich schaue mich nur ein bisschen um. Maxwell, Maxwell, sollen wir jetzt wirklich hier drin bleiben? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich hat meine Chefin gesagt, dass wir hochgehen. Eigentlich müsste ich machen, was Sie sagen, weil sie die Chefin ist. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Das ist es. Ja. Maxwell, das ist Ihr Moment. Das ist mal Ihr Moment, zu zeigen, dass Sie was drauf haben, dass Sie Initiative zeigen können. Also, unser Leben hängt jetzt vielleicht an Ihnen. Ist nicht sehr heldenhaft, in einem Labor zu bleiben, oder? Ich glaube es auch nicht. Aber sicher. Ich gehe da raus und schaue, wo die anderen hingehen und ob ich einen sicheren Ort finden kann. Wer kommt mit? Wo genau wollen Sie denn hin? Hoch in die Büros, haben Sie gesagt. Ja. Da sind wenige Leute. Haben Sie gesagt? Haben Sie gesagt, ja. Die haben ja eigene Bäder. Haben Sie? Cool. Ja, bei den Chefärzten ja, die haben eigene Toiletten. Umso besser. Gibt es hier nicht einen Bereich, der einfach eine Sicherheitstür hat? Weil Büros sind normale Bürotüren. Ja, rüber zu den Tierstellen und zu den Labors, wo mit Tieren gearbeitet wird. Das ist eine Sicherheitstür. Na also, Sicherheitstüren. Alles, was wir brauchen, sind Sicherheitstüren. Wir kommen hier nicht raus, weil draußen sind die... Dass ich das, dass ich das... Was sagen denn die anderen? Sie wollen zu den Tieren. Haben Sie Mario gesehen? Die sind doch eingesperrt. Ja, das hat Mario auch gedacht. Ja, dann haltet euch halt... Also, jeder... Das lernt man ja im Zoo mit fünf Jahren, dass man nicht zu nah ans Gehege rangeht. Ich weiß nicht. Maxwell. Seien Sie vernünftig. Wir brauchen eine sichere Tür, hinter der wir warten können, bis wir hier rausgeholt werden. Weil wir werden das hier nicht retten. Okay. Wir werden das hier... Ich werde das hier sicher nicht retten. Also, wie gesagt, Sicherheitstür haben wir drüben bei den Tierlabors. Also. Folgt mir. Er macht die Tür wieder auf und hat seinen Taser gezogen. Wir bleiben dicht hinter dir, Maxwell. Okay. Geht vorwärts, bis er an die Sicherheitstür kommt. Biebt die auf. Macht die Tür auf. Schnell, 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 schnell. Wir rutschen schnell rein. Was sehen wir? Einen wehren Linoleumgang. Häßlich. Stille. Die ganze Zeit immer wieder Affenschreiten gehört, aber jetzt ist Stille. Hinter euch fällt die Sicherheitstür ins Schloss. Oh. So, okay. Die hier sind so leicht nicht auf. Ha. Cool. Das heißt... Ein Punkt führt das. Ja. Wir haben also jetzt gerade keinen Ausweg nach hinten. Dann weiter geht's. Ich kann die wieder aufmachen, aber ich dachte, wir wollten auf dieser Seite der Sicherheitstür sein. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Gabriela und Jessie schaut euch auch auf. Aber das ist die einzige Sicherheitsstür oder gibt's noch eine sichere, sichere Tür im Labor? Nein, in den normalen Labors nicht. Es kann sein, dass von dem Büro der Chefärztin die Tür ist, glaube ich, vielleicht noch verstärkt. Aber da bin ich mir nicht sicher. Und die ist wo? Ja, oben. Was ist das für eine Security, ey? Da hast du nichts zu gebrauchen. Also... Die andere hast du diskreditiert. Ich hab eigentlich schon gekündigt, okay? Warte kurz. Was? Ich bin für diesen Job nicht gemacht. Ach. Merken wir. In einer Woche übernehme ich den, 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 ähm, den Tamales-Wagen von meinem Cousin. Den was? Tamales. Mehr guten. Ich schaue mich um, sehe ich irgendwo einen Fluchtplan an der Wand hängen? Ja, natürlich. Oh Gott, sehr Dank. Der sagt, dass man das Treppenhaus benutzen soll. Und dann im Erdgeschoss den Hauptausgang benutzen. Aber da ist mit Sicherheit auch ein Lageplan. Ja. Was nehmt denn da drauf? Mehr oder weniger das, was dir Maxwell auch schon gesagt hat. Ja. Hier unten Labors, dann Erdgeschoss, Verwaltung und so etwas. Dann mehrere Stockwerke, Patienten, Trakte und dann irgendein Büros. Aber in welchem Linoleumgang stehen wir denn gerade? Auf dem Weg zwischen Büro und Treppenhaus quasi? Ja. Also, naja, nein, ihr seid in dem Linoleumgang, im Keller. Ja. In dem Bereich mit den Tierlaboren. Ja. Ihr müsstet wieder durch die Sicherheitstür, um zum Treppenhaus zu kommen. Ich hab's ja gar nicht gesagt. Was denn? Du hörst einen Scharren hinten im Gang. Oh ne. Ja. Also eventuell kommt ein Bonobo um die Ecke, geschlurft. Einer seiner Arme schleift nur hinter ihm über den Boden. Ach, meine Story. Mit dem anderen und den beiden hupft er etwas ungeschickt in eine Richtung. Ja, ich glaube, wir sollen dann doch wieder auf die andere Seite der Sicherheitsstür. Endlich hörst du mir mal zu. Dankeschön. Was ist das? Maxwell macht mir die Tür wieder auf. Maxwell tüttelt mit seinem... Er hat gleichzeitig den Taser in der einen Hand und versucht dann mit seinem Sicherheitsbatch irgendwie rumzumachen und kommt dann nicht so ganz zurecht. Während der Affe jetzt anfängt, in eure Richtung immer schneller zu rupfen und dann mit so langen Sätzen und jetzt auf einmal auch seinen sichtlich gebrochenen Arm nach vorne schleudert und den wie Krallen einsetzt, wie Spikes, um sich vorwärts zu ziehen. Ich versuche, Maxwell die Karte zu entreißen. Ja. Ach. Das wird nix. Ich hab alle geprüft. Ich hab erst einen gezogen. Ich hab alle geprüft. Oh, den untersten hast du nicht geprüft. Ja, aber verschiebt das Ganze. Selbst. Okay. Selbst Kiba ist nervös. Denkt immer dran. Ein Zug ist dafür draufgegangen, dass Kleidung gerettet wurde. Das ist wirklich nasse Kleidung. Ja, du reißt mit dem Flack auch dann direkt ganz das Badge ab, drückst das auf den Türverschluss, die biebt und geht auf. Hat es offen lassen? Ja. Ja, dann raus, raus, raus. Wir stimmen alle raus. Maxwell dreht sich um, steht da in Heldenpose und will seinen Taser abfeuern und dann springt ihm der Affe ins Gesicht und drückt mit ihm mehr oder weniger die Tür zu hinter euch. Ja, Kursade. Rennen. Blut spritzt. Ihr seht noch eine Affenhand, die tief ins Haar gefasst hat und das mit einem guten Stück Haut einfach von seinem Schädel abreißt und ihn mehrfach immer wieder von innen gegen diese Sicherheitstür schlägt. Okay. Ja, ich fang an zu rennen in Richtung Treppenhaus. Ja. Jesse und Gabriele auch. Surprising. Ja. Erst mal rennen. Ach Mann. Gut. Hier geht das Treppenhaus hoch. Bitte sing nicht, das klingt, als würdest du uns töten lassen. Es ist still, bis auf die Lampen, die hin und wir so kling, 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 kling machen. Wir brauchen einen Plan. Kommt an einer Tür vorbei, wo jemand von drinnen mehrere Tische gegengeschoben hat, um sie zu verrammeln. Dann kommt ihr an einer Tür vorbei, die blutbespritzt ist. Und dann seid ihr auf der Ebene mit den Büros. Carol. Also, ich habe viele Filme geguckt, in denen es um Zombies geht. Und auch viel mich belesen. Wir sind in einer Situation, wo wir nicht wissen, wie überhaupt die Lage außerhalb dieses Krankenhauses ist. Deswegen gehen wir doch gerade nach oben. Aber wir wissen, dass die, die dieses Krankenhaus absperren sollten, schon überrannt wurden. Genau. Deswegen müssten wir eigentlich schon jetzt davon ausgehen, dass zumindest dieser ganze Block schon, dass der Drops ist gelutscht. Ja. Oh, hier ist ein Hund. Halt sie! Dementsprechend. Also, ja, wegen mir. Als ihr die Tür öffnet zum Bürobereich, seht ihr den Bürohund. Oh, nein, 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 nein. Hund ist, äh, nicht, äh, packen, packen Sie den, packen Sie bitte den, packen Sie den Hund bitte weg. Das ist ein, ein, ein freundlicher Labrabäume-Schlingen. Ja, ich habe eine Allergie. Ein gelber. Ja, sie auch. Achso. Ja, aber ich habe nicht so doll. Wie kommt der jetzt aus der Tür? Ihr seht ja auch mehrere Bürotüren den Gang runter offen stehen. Ah, wir sind schon im Gang. Ja, ja, ihr seid auf der Ebene angekommen, wo die Büros sind. Ah, ich dachte, wir bleiben erst mal im Treppenhaus. Das könnt ihr auch, dann seht ihr nur durch die Tür den Hund mehr. Und besprechen die Lage. Ja. Mit einem freundlichen Grinsen. Mhm. Super. Ja, der kommt ja nicht durch. Ah, da ist die Tür noch zu? Die Tür ist zu. Wir stehen doch im Treppenhaus. Vorsicht, Vorsicht. Also, wir sollten... Nee, nur um mal, um das Bild mal zu Ende zu malen. Ja. Um uns herum ist alles vermutlich schon verseucht und überlaufen. Ja. Dementsprechend wird uns hier niemand abholen und retten. Genau, genau. Was ist unser Fluchtplan? Also, der erste Plan ist, ich würde gerne in das Büro von Dr. Mac. Warum? Weil es eine Sicherheitstür hat, weil es Wasser hat, weil es vermutlich Nahrung hat, weil wir Sarah dort finden, die noch lebt. Und dann können wir durch das Fenster nach draußen schauen und können erst einmal schauen, wie die Lage ist und wie weit wir kommen müssen. Aber diese Information haben wir ja schon alle. Wer ist Sarah? Wir, Sie kennen Sarah, die Frau von Dr. Mac. Ah. Ja. Und wir gehen dann erst mal hin. Und Sie haben Kontakt. Ich habe einen Kontakt. Sie hat mir vorhin geschrieben, dass sie noch... Ja, dann kann die ja uns sagen, wie da die Lage ist. Ja, aber... Ist ja super. Aber sie ist ja... Haben Sie eins... Schreiben Sie, rufen Sie doch mal an. Wir gehen doch da jetzt hin. Es ist doch gleich keinem Lohn. Ja, aber vielleicht ist Sarah tot und da sind überall Zombies und brauchen wir da nicht hin und uns in Gefahr bringen. Rufen Sie doch mal an. Mit einem Krachen wird mehrere Stockwerke weiter unten eine Tür aufgestoßen und dann hört der Trampe, 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 Trampe. Ja, wir sollten jetzt hier rein. Wir sollten jetzt hier rein. Wir sollten jetzt hier rein. Ach nee, ich bin überfordert, nicht du. Äh, 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 ähm. Vielleicht findet Hajo jetzt auf einmal auch die Ruhe im Stress. Nee. Also, ich meine, er hat die Ruhe im Stress, hat er gerollt in seiner Tasche dabei, aber das bräuchte einen Moment. Die Ruhe im Stress. Okay. Ähm, ich... Was ist der Zeitpunkt? Der Hund ist auf der anderen Seite von der... Ja, der hat sich da jetzt hingesetzt und schaut Erwartungen mit einem Erwartungsbeugnis ganz neulich entgegen. Oh, scheiße. Als nichts passiert, steht er wieder auf und hört das Klack, Klack, Klack von seinen langen Nägeln auf dem Linoleum-Boden, als er wieder in die andere Richtung tappt. Und ich höre im Treppenhaus das Sachen. Okay. Ähm, oder... Scheiße, 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 scheiße. Oh, okay. Äh, das sind... Das sind... Okay. Wir wissen nicht, ob sie gebissen wurden. Ähm, auf die andere Seite der Tür. Tür zumachen. Erstmal warten, bis sie hier sind und erstmal schauen, ob sie gebissen wurden. Dann haben wir eine Tür zwischen uns und den anderen. Okay? Okay. Du bist allergisch gegen den Hund, aber nicht so stark allergisch, oder? Ich hab nur leichte Allergie gegen die Tierhaare. Okay, ich hab eine richtig harte Allergie. Der Hund muss ganz dringend von mir wegbleiben, sonst musst du schießen. Okay. Super. Ich würde die Tür aufdrücken. Der Hund am anderen Gang dreht sich um, richtet die Ohren auf. Oh Gott. Fleischhacker Richtung Hund schieben und Tür hinter mir zu. Äh. Kümmer dich um den Hund, bitte. Bleib. Bleib. Ja, du hältst ihm die Hand entgegen und er stößt mit der Nase feucht dagegen und schaut dich dann erwartungsvoll an. Sitz. Streicheln Sie den Hund. Hunde mögen das. Sitz. Er setzt sich hin. Streicheln Sie den Hund. So ist gut. Beruhig dich auch irgendwie ein bisschen, wie der Hund dich anschaut mit deinen karamellfarbenen Augen. So, wie ist jetzt die Lage? Ihr rennt die Treppe hoch? Ja. Jesse sagt, noch ein, noch ein höher, noch ein höher. Und dann lauft ihr mehr oder weniger gegen die Tür und sieht auf der anderen Seite Carol stehen. Wissen wir, auf welchem Stockwerk wir sind? Ja, das, also Jesse hat gesagt, hier, das, hier sind die Büros. Aber welchen Stockwerk sind wir denn? Das ist das vierte. Okay. Ist noch eins darüber? Ja. Okay. Wissen wir, was darüber liegt in dem oberen Stockwerk? Da sind noch ein paar andere Büros. Sag mir, dass es ein Flugzeug oder einen Helikopterlandeplatz auf dem Dach gibt. Es gibt einen Helikopterlandeplatz auf dem Dach. Das weiß ich. Das weiß ich. Großartig. Wir haben einen Fluchtplan. Kann jemand fliehen? Oh Gott. Also, erstmal braucht es doch vielleicht einen Helikopter. Ich will ja nichts sagen. Wir haben nur einen Platz. Wir haben nur einen Landeplatz. Wir haben nur einen Helikopter. Kein Helikopter. Nein, das ist... Scheiße. Da wurde er in den falschen Ecken gespart. Also, ich stehe jetzt hinter der Tür, ne? Ja. Okay, bevor wir da jetzt... Auf der anderen Seite seht ihr Carol mit der Waffe in der Hand und mehrere Schritte den Gang runter. Fleischhacker, die Hände gehoben und vor ihm ein Hund. Hallo Carol. Wir sind wieder da. Was ist denn hier los? Okay, wartet kurz, bevor wir da jetzt reingehen. Wo ist Maxwell? Bleib. Der ist nicht da. Wo ist Maxwell? Der ist unten. Das ist... Bleib. Okay, also bevor wir da jetzt reingehen, vielleicht eine wichtige Nachricht. Hier auf dem vierten Stock liegt der Kevin. Nein. Der Kevin, der ist jetzt im zweiten Semester bei uns. Und der Kevin, der wird wahrscheinlich der Nachfolger von der Studi-Zeitung. Und aber das ist auch alles eigentlich gar nicht so wichtig. Wo ist Maxwell? Der ist unten. Tot. Der ist tot. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der Kevin ist der wahrscheinlich dieser Patient Null, der vorhin gekommen ist und der liegt hier auf dem Stockwerk und ich weiß nicht, ob ich wirklich hier reingehen will, weil da fühle ich mich jetzt nicht so wohl bei. Woher wissen Sie das? Zwischen Stockwerk 4B. Hast du gehört vorhin. 4B und 4C. Ja, aber wir sind im Stockwerk 4, oder? Ja. Ich weiß nicht, was C und B ist, aber wir stehen auf 4. Mhm. Wo ist 4B und 4C? Also ich weiß nur 4, ne? Ich weiß durch dich nur 4, okay. Es gibt Zwischenstockwerke, die man aber nur mit den Freischaltkarten von den Chefärzten erreichen kann. Das heißt, es ist nicht das gleiche Stockwerk? Nein. Aber wo sind wir denn jetzt genau? Also weiß ich, wo wir sind? Du weißt, dass du jetzt vor Stockwerk 4 stehst. Also keine Ahnung, was C oder B, da sind keine Buchstaben dran. Okay, ja dann passt das schon. Okay, aber bei den, also ich kann mir herleiten, dass er nicht in den Chefbüros sein wird, oder? Nein. Das heißt, ich kann davon auch, ich werde wissen, dass er nicht hier liegt, vermute ich mal. Okay, das ist, also hier sind keine Patientenräume. Das ist nicht, also 4. Stock, gibt mehrere Varianten, hier gibt es keine Patientenräume. Wurde jemand von euch gebissen? Maxwell, aber der ist hinüber. Noch jemand? Nein. Nein. Ich schaue zu Jessie. Nein, nein. Okay. Gabriele, ich auch nicht. Sie sollten sich ausziehen, die Leute. Nur um sicher zu sein. Sagen Sie den Perversen, das bekommt ihr nicht zu sehen. Zeigt mir mal bitte, ich möchte bitte eure Hälse sehen. Ich möchte eure Arme sehen, ich möchte bitte eure Beine sehen. Okay. Na, ob das reicht? Ja, das wird schon, das wird schon reichen. Okay, und dann würde ich die Tür aufmachen und würde sie reinlassen. Der Hund springt auf, freudig, wedelt mit dem Schaum. Oh, so süß! Pack den Hund weg! Er kommt fröhlich an dir vorbeigetrabt zu den Menschen, die sich so freuen, ihn zu sehen. Du spürst, wie deine Schleimhäute alle anfangen anzuschwellen. Ich habe eine Epi... Ich habe... Ja, wir haben eine Epi... Ja, wir haben eine Epidemie. Wir haben eine Epidemie. Und ich schaue zu dem Pharma-Referenten in der Hoffnung, dass der das checkt. Der ist gerade mit dem Hund beschäftigt. Kann ich doch mal in meinem eigenen Epi-Pen... Du bekommst auch deinem eigenen Epi-Pen. Ja, wir finden scheiß korbiert. Dann kann ich den ruhig, wenn ich die Tablette nehme. Ich würde nach meinem Epi-Pen fassen und würde mir den selber einmal spritzen. Okay. Ah, sie haben eine Allergie. Okay. Die ist aber doll. Super. Und dann würde ich einfach losgehen und Richtung Dr. Max Office gehen und schweißgebadet und sich durchgeschätzt. Das ist auch ein geschmackvolles Kleines. Metallschildchen dran. Dr. Alison Mack. Ich würde dagegen hämmern. Sarah! Sarah! Dumm von der anderen Seite. Ja? Wer ist da? Ich bin's. Ich bin's. Sarah. Mach auf. Bitte mach auf. Carol? Alles okay? Bitte mach auf. Ja, ja, ja. Klack, 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 klack. Dann öffnet sich die Tür und ihr seht die Ehefrau von Dr. Alison Mack. Relativ zierlich gebaut. Dunkle Haare, dunkle Augen. Bisschen verheult sieht sie aus und bestresst. Die direkt auch Carol um den Hals fällt. Okay, alles gut. Wurdest du gebissen? Was? Du wurdest nicht gebissen, oder? Oh mein, Barney ist der liebste Bürohund aller Zeiten. Oh mein Gott, bitte. Dieses Scheißvieh. Alles gut, bitte. Geh wieder rein. Die Leute sind okay. Kommt mal bitte, kommt mal bitte alle. Jetzt schnell, wir müssen vom Flur runter. Und ich würde sie vorsichtig wieder in den Raum reinschieben und erstmal gucken, ob es gibt da ein Sofa oder sowas, wo ich mich kurz ersetzen kann. Da gibt es ein sehr schönes Echtledersofa, ein altmodisches und mehrere dazu passende Sessel, einen schweren Eichenschreibtisch, teure Kunst an den Wänden. Gibt es in die andere Tür, kommt man irgendwie da raus? Es gibt eine Tür zu einem Badezimmer und es gibt einen Balkon. Großartig. Und ich möchte, dass alle reinkommen und ich würde gerne das schwere Ledersofa vor die Eingangstür schieben. Wenn alle rein sind. Wir sind drin. Ich helfe dabei. Ich gehe zum Balkon und würde jetzt einpiefen. Ja. Ja. Geht da, macht die Schiebetüte auf, geht raus, macht die Schiebetüte zu und dann sieht der wir. Eine schön dicke Tüte. Ich sehe das. Ist das dein Ernst? Aber oben ohne auch. Ja. Halt eine Hose an, die einen feuchten Fleck im Schritt hat. Und zündet sich eine wirklich wunderschön ergonomisch kegelförmige Tüte in. Ja. Jetzt weiß ich, was du vorher meintest. Ja. Prost. Ich sehe das, gehe kurz zur Tür, schäule mir an und entscheide mich dagegen, nach draußen zu gehen. Du hörst von unten auch. Vielleicht guck mal runter. Die Straße ist voll von Menschen. Die sich so dicht wie beim Black Friday aneinander drängen und gegen die Türen und die Fenster schieben. Scheiße. Ja. Scheiße. Ich denke erst mal nach. Rauchen. Hören wir das Scheiße von ihm? So ganz gedämpft. Haben sie was gesagt? Also Tür ist offen, ne? Die Tür steht noch ein Spalt offen, er ignoriert dich, schüttelt den Kopf, sein wunderschöner grauer Fokuhila wappt hin und her und lässt Rauch fahren und steigen. Lass den erst mal puffen. Steven Locke aus dem Hauptquartier. Wir haben kein Lebenszeichen mehr von unseren Agenten erhalten, deswegen ist dies eine letzte Durchsage auf diesem Kanal. In 15 Minuten werden wir das Gebäude Feuer bombardieren lassen, um Patient Zero auszuschalten. Ich werde hektisch und hole das Funkgerät raus. Und hallo? Hallo? Hören Sie mich? Doch, wir sind noch da. Wo haben Sie das Funkgerät her? Gefunden. Hallo? Hier Steven Locke im Hauptquartier, mit dem rede ich. Äh, hier ist, ähm, Mary ist hier. Hi, Mary, Sie stehen nicht auf meiner Gehaltsliste. Mary. Nein, äh, ich hab das, äh, wir haben das von, ich weiß nicht mehr, Mario irgendwas. Ich hab auch keinen Mario auf der Gehaltsliste. Ich weiß nicht, wer ihr hieß, aber ich hab das Funkgerät gefunden und wir sind hier im vierten Stock und sie müssen uns retten kommen, weil wir sind noch Überlebende und wir haben, wir sind nicht gebissen worden und es ist alles fein bei uns, aber wir sind hier quasi, äh, trappt. Okay, Mary, wir haben leider sehr klare Vorgaben, wie wir in der jetzigen Situation vorgehen werden. Wir haben noch eine Security-Frau hier. Okay. Mary, Sie klingen wie eine junge, vernünftige Frau, die noch ihr ganzes Leben vor sich hat. Ja, deswegen würde ich Ihnen gern Carol geben. Das ist ein, ein, so ein leises, auf der anderen Seite, weil Carol nicht mehr ihr ganzes Leben vor sich hat. Mary, wir können doch sicherlich wie vernünftige Leute. Wie, für wie alt hältst du mich? Wir müssen Patient Zero ausschalten und zwar idealerweise mit Temperaturen über 1000 Grad Fahrenheit. Ich fühle mich nicht qualifiziert genug dafür. Nun, Mary, davon hängt es mehr oder weniger ab, ob ich in einer Viertelstunde dieses Gebäude abbrennen lasse. Okay, kann ich sie vielleicht kurz mal auf laut machen? Ich hole so, ich fummel mir so das Ding aus dem Ohr und kennt sich irgendjemand damit aus? Kann ich das irgendwie auf laut? Ja, ja, ja. Kann ich das laut machen? Genau. Kann ich das aber laut machen? Ja, Carol Stewart hier, Chef Security aus dem... Ja, ich sehe, Sie sind die Tages-Security-Chefin von St. Agatha. Auch Nacht-Chefin, alles gut. Hier ist Steven Locke von Ouroboros. Ja. Wie, ähm, wir müssen evakuiert werden. Was brauchen Sie von uns, damit Sie uns rausholen? Sie müssen mir versichern können, Beweise liefern in irgendeiner Form, dass Patient Zero ausgeschaltet ist. Okay. Das ist Kevin. Das ist korrekt. Ich habe aufgefallen. Wir sind eine aufmerksamere junge Frau, Mary. Das heißt Kevin, äh, äh, Neumeyer. Okay, Mary. Ich kann mir vorstellen, dass jemand so engagiert ist und aufmerksam ist wie Sie, sicher eine große Zukunft auch bei uns vor sich haben könnte. Sofern Sie den heutigen Tag überstehen. Ich glaube an Sie, Mary. Ich weiß nicht, wie man irgendwas auf tausend Grad bringt. Ähm, hören Sie mal. Ich kann Ihnen noch ein bisschen mehr Zeit raushauen, Mary, indem ich meinen Vorgesetzten sage, dass jemand dran ist. Aber Sie wollen doch nicht, dass ich ein Lügner bin, oder Mary? Sie klingen wie ein Erpresser. Nein, ich klinge viel. Wir schaffen das. Herr Ouroboros, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Wie viel Zeit geben Sie uns? Ich gebe Ihnen noch anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden und dann schicken Sie einen Helikopter, der uns vom Helikopterlandeplatz abholt, auf dem Gebäude. Ich werde einen Helikopter schicken, der, so alle Bedingungen erfüllt sind, Sie vom Helikopterlandeplatz abholt. Okay, wir müssen, wir brauchen einen Beweis, wir müssen Patienten... Aber Carol, Sie sollten sich beeilen. Sie brechen gerade unten durch die Eingangstür. Was? Okay, wo ist Patient Null? Das weiß ich nicht. Ich habe 4B, 4C. Du hörst unten ein Lauf. Und dann, wie so eine Sanduhr, die man umgedreht hat, die einzelnen Körnchen anfangen zu strömen, schieben sich und drängen sich diese dicht an dicht gepackten Menschenkörper unten in den Eingang des Krankenhauses und wir gehen in eine kleine Pause. 4B, 4C. Wir sind so am Arsch. Ich verstehe nicht, warum die Affen jetzt auch sterben mussten. Das ist dein Problem. War die nicht schon genug gequält. Alter. Dem Affen geht es gut, der hat nur sehr viel Hunger. So, wir hatten gesagt, wir machen jetzt um die Uhrzeit eine Pipi-Pause. Ja, Pipi-Pause. Wir müssen kurz was trinken, kurz Luft reinholen, was entspannen. Oh, das ist stressig. Sagen, ob alles okay ist oder wir was ändern sollen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir eine Zombie-Pakalypse bekommen, die über die ganze Stadt verläuft. Ich dachte, das größte Problem wird, dass es nicht ausbricht. Ich dachte nicht, dass es einbricht. Das größte Problem ist der komische Arzt darüber. Aber wie? Der Selbstmedikamenten verschreibt hier. Sind wir schon in Pause oder sind wir noch on-stream? Ich glaube, wir sind noch on-stream. Ich habe Fragen. Für on-stream oder off-stream? Ich möchte hinterher diskutieren. Gerne. Ich habe ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Okay, dann geben wir eine kurze Pause. Machen kurz Mute. Die Regie sagt Bescheid wann und wir sind gleich wieder da. Lauft nicht weg, liebe Zuschauer. Geht gern auch aufs Klo. Und niemand wackelt am Tisch. Und niemand wackelt am Tisch. Ja, welcome back. Scheinbar mache ich jetzt hier die Moderation. Schön, dass ihr wieder da seid. Pass auf mit dem Ton. Das wurde für dich entschieden, dass du die Moderation machst. Bitteschön, Maya. Hi. Der Jenga-Turm hat nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, was rauszuziehen. Der Turm im Kreckenhaus, in dem sich die Charaktere befinden, der wird bedroht, dass er abgefackelt wird mit einem Bombardement, wenn nicht Patient Zero erledigt wird. Kevin. 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 Ja. Kevin, dein Studienkollege. Freund wäre vielleicht das falsche Wort. Aber du kennst ihn aus dem Studium. Der eingeliefert worden ist. Und gerade haben unten die Türen nachgegeben. Und haufenweise, nennen wir sie einfach Zombies, strömen gerade ins Erdgeschoss. Dass sie zumindest auf dem Balkon stehend, eine halb abgeraumte Tüte in der einen Hand, freier Oberkörper, ja, ich fang an hemmungslos zu lachen darüber. Ja. Euer Labor-Schiff. Okay. Scheint irgendwas sehr witzig zu finden. Jetzt ist er mit durchgedreht. Scheiße. Ja. Ja. Ich pisse auf euch. Ich zieh mir die Hose nochmal, also ich fang jetzt an anzudeuten, dass ich da jetzt auf die Pisse. Von oben auf die Zombies. Mhm. Ist mir wichtig. Was geht hier? Ihr hört den Labrador auf dem Flur vor dem Büro hin und her laufen und bellen. He he, so. Jetzt kriegt er mal was zurück. Ihr macht die Hose auf, auf dem Balkon. Macht er das gerade wirklich? He he. He he. He he. Ja. He he he. Wir sind dir sicher. Mein Beobachtungstrupp sagt, dass ihr sehr ungewöhnliches Verhalten an den Tag legt. Wir würden ihn sicherheitshalber einfach auf dem Balkon aussperren mit eurem Einverständnis. Nein, 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 Moment, was? Das ist absolut okay für dich, Willi. Nein, 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 nein. Alles klar. Ich geh zur Tür und drück dich weg. Nee, nee, halt. Mary, nein. Wir werden ihn nicht da draußen aussperren. Wir werden ihn dann nicht da draußen zurücklappen. Er ist dort sicher. Wir sind dort sicher. Er ist vor sich selbst sicher. Ja. Auf einem Balkon. Nein, wir werden niemanden zurücklassen. Das machen wir nicht. Was heißt ihn zurücklassen? Wir haben ihn in sicherer Verwahrung. Ist mir egal. Lass uns Kevin töten. Carol? Selber streckt die Hände. Was seht ihr überhaupt? Wir müssen hier raus. Damit wir hier rauskommen, müssen wir Patient Null finden. Hat Mac nicht mit dir über irgendwas gesprochen? Weißt du irgendwas, was hier gemacht wird? Sie... Wir haben miteinander geredet, dann hat sie eine Nachricht bekommen und hat gesagt, dass sie etwas vorziehen muss, weil es einen Zwischenfall gab und ich soll mir keine Sorgen machen. Sie käme später wieder, wenn das erledigt ist. Wann hast du das letzte Mal mit ihr gesprochen? Da. Hast du versucht, sie telefonisch zu erreichen? Ja, sie ist nicht rangegangen. Sie hat dann nur zurückgetextet, dass sie noch beschäftigt ist, das letzte Mal vor einer halben Stunde. Okay. Versuch sie nochmal zu erreichen. Okay. Jetzt zieht ihr Handy wieder raus. Okay. Wir... Jesse, bitte hol den Professor vom Balkon. Wir müssen den mitnehmen. Okay. Okay, wir müssen zu Patienten... Du weißt aber schon, dass er nur einen Master of Science hat. Er ist kein Professor. Ja, ich habe seiner Frau versprochen, dass... Egal. Hol ihn bitte einfach da raus. Ähm, wir müssen... Sie stöckelt an dir vorbei. Okay. Macht die Bekontür wieder auf. Unter eurer Verantwortung? Wir müssen... Der Fleischhacker? Die Tür ist jetzt wieder offen. Oh, sie haben gar nicht gemerkt. Ähm, nein, niemand hatte vor, sie auszusperren und ihr draußen zurückzulassen. Nein. Wollen Sie vielleicht den Hosenschlitz wieder zumachen? Schon. Oh? Ist... Erfleischhacker. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Nee, ist ruhig. Ich habe in der Kamera schon... Kommen Sie wieder rein, ja? Ja, klar. Okay. Okay. Ähm... Patient... Wo... Wir müssen Patient Null finden. Wo, wo, wo... 4B, 4C. 4B, 4C. Woher weißt du das? Das habe ich mitbekommen. Es hat auch vorher niemand mitbekommen, wer Patient Zero ist. Obwohl er durch die ganze Halle kutschiert wurde und die laut darüber gesprochen haben. Okay, ja, ja, wir haben alle verstanden. Du hast deinen Job prima gemacht. Du bekommst sicher eine super Note in deiner Universität, falls die noch steht. So sieht es nämlich aus. Das kann ich einrichten, sagt das Radiogerede. Ich glaube nicht, dass Noten gerade noch für irgendjemanden von Belangen sind. Ähm... 4B, 4C... Sie sollten fest daran glauben, dass sie eine Zukunft haben, Carol. Das sorgt dafür, dass sie auch dafür arbeiten, eine Zukunft zu haben. Das sagt meine Mama auch immer. Mit wem redet ihr denn? Ich glaube, sie will sagen, dass ihr weniger gestresst sein sollt. Oh, ja. Das kann ich... Sollten wir einen Team-Captain festlegen für diese Runde? Nicht der Doktor. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt zu tun. Ich werde Patient Null töten. Ihr könnt gerne hier bleiben und warten. Oder ihr kommt mit mir mit. Aber ich werde ganz bestimmt nicht mein Leben in die Hände von irgendeiner... Definitiv. Wir haben alle denselben Plan. Nur sie sagen schon töten und wir müssen ihn auf 1000 Grad erhitzen. Da ist nämlich schon der Unterschied. Carol, wir töten bei uns keine Patienten. Carol, Sie kennen sich doch aus. Wo kann man so einen Patienten hinbringen, damit man ihn erhitzen kann? Weiß ich nicht, Frau Schlauberger. Vielleicht sagen Sie es mir. Nee, ich bin ja keine Chefin. Ich bin eine fucking Studentin. Wohin soll ich das wissen? Dann halt doch einfach mal deinen Mund. Ja, bitte. Das finde ich jetzt aber sehr hausch. Also wir haben eine Leichenhalle. Krematorium. Mit Krematorium. Wurscht ist denn das Krematorium? Das müsste ich ja auch wissen eigentlich, oder? Ja. Ja, das ist auch im Keller, aber da hätte man nochmal durch eine andere Tür gemusst. Gegenüber quasi von der Parkgarage rein. Puh! Scheiße. Wir kommen da ja unten niemals mehr durch. Also... Vor allem, wir müssten einen Menschen, wir müssten Kevin in den Kopf schießen, dann müssten wir seine Leiche nach unten transportieren, unten erhitzen und dann müssten wir wieder hoch. auch. Es gibt keine Chance, dass wir das schaffen. Gibt das irgendeine andere Möglichkeit? Einfach in sein Bett anzünden. Das kriegt keine 1000 Grad. Hm. Wir können behaupten, dass es 1000 Grad war. Wir könnten durch... Ihr habt das Radio nicht abgestellt, Mary. Ja, weil dann jetzt wohl nicht mehr. Wir könnten... Oh. Worum geht's denn? Wir müssen eine Leiche auf 1000 Grad setzen. Mary, am besten beraten Sie sich jetzt. Wir hören uns dann in 10 Minuten oder so wieder. Ja, sehr gerne. Bis gleich. Steven Lockout. Professor, 1000 Grad. Schaffen wir das hier oben? Sie sind doch Wissenschaftler. Wen wollen Sie verbrennen? Ein Zombie. Patient Null. Wir sind in einem... Kevin! Wir haben eine Zombie-Situation. Wir müssen Patient Null unkenntlich machen. Oh, Kevin habe ich im Eimer. Wie Kevin? Was? In meinem Volvo ist Kevin. Wie Kevin ist im Eimer? Ja, aber ich habe Kevin-Proben. Im Volvo? Ja. Ist das eine Droge? Hm? Im Auto. Und... Von Mario ihm seine Forschung. Warum haben Sie Kevin-Proben? Wenn ich den Marius nicht mag. Oh, der Hund ist wieder da. Es scharret von außen an der Tür. Es scharret von außen an der Tür? Ja. Wie, die sind schon oben. Also, wir könnten... Oh, das ist der Hund. Oh, das ist der Hund. Wieso sollen wir eine Leiche verbrennen? Weil wir... Wir sind davon abhängig, damit wir hier evakuiert werden. Wir brauchen eine Evaku... Ich bin Quentin, nicht Jessie. Nein, ich bin Jessie. Aber ich bin Quentin, hallo. Hi, ich bin Jessie. Hi, ich bin Quentin. Hi, ich bin Quentin. Ich weiß. Läuft da was? Mhm. Gott bewahre. Jessie wird rot. Und dann... Und dann schaut's traurig. Okay. Wissen wir, wie man so viel Hitze erzeugen könnte? Ja. Kriegen Sie das hier oben hin? Was brauchen Sie dafür? Nö. Wir könnten ins Krematorium. Abseits vom Krematorium. Wieso? Schaffen Sie das hier oben? Mit Substanzen, die hier oben sind? Nö. Also, du hast ja tatsächlich... Du kannst behaupten, was du möchtest. Aber du kannst... Du hast ja deine Bastelfähigkeit. Ja. Aber 1000 Grad? Wir sollten ins Krematorium. Wir können nicht ins Krematorium. Äh, doch. Nein, da unten sind Zombies. Es wird überlaufen. Lüftungsschacht. Sie sollen vier Stockwerke im Lüftungsschacht nach unten. Mit einer Leise. Nicht mit vier. Äh... Wir können ihn zerteilen. Sie wollen Kevin in Einzelteile packen. In Einzelteilen im Lüftungsschacht vier Stockwerke hinunterwerfen. Einen Vollidioten mit runterschicken, der das dann da unten einzeln ins Krematorium packt und abfackelt und dann durch die vier Stockwerke Lüftungsschacht wieder hochkommt. Kein Vollidiot. Dich, Carol. Könnte ich das athletisch? Von allen hier im Raum am ehesten, ja. Ich kann Volleyball spielen. Oh mein Gott, bitte halt deinen Mund. Okay, ähm... Dann lasst uns erstmal Kevin suchen, weil wenn wir den nicht finden, dann ist sowieso alles für den Kratz. 4W4C. Okay. Ja, das weiß ich. Dankeschön. Hier drehen. Super. Und zum Kratz. Mhm. Toll. Ich würde... Wie viel Zeichen haben wir noch? Wir müssen vor allem gleich Bescheid sagen. Die rufen in 5 Minuten zurück. Okay, ähm, ich geh Kevin suchen. Ich brauch jemanden, der mitkommt. Ich kam da nicht alleine durch. Gibt es irgendjemanden, der hier noch bereit ist mitzugehen? Der Rest von euch sollte hier bleiben. Ich weiß nicht, ob das irgendjemanden, der nicht high ist. Ich bin nicht high. Ich bin ja verzweifelt. Super. Wer ist high? Ich sag's nicht gerne, aber ich glaube, ich bin deine beste Wahl. Okay. Okay, ähm, Jessie. Ja? Bitte achten Sie auf... Ihr wollt dann nur zu... Wir wissen nicht, was auf den Zwischendienst... Stombolo. Warum nehmen wir nicht alle mit? Weil wir damit potenziell zu langsam sind. Oh, ja. Ich hab gesagt, lass die mal auf den Balkon. Ja, ähm, Jessie, sie bleiben hier und, äh, Rosalia heißt die zweite, glaube ich, oder? Gabriela. Gabriela. Entschuldigung, Gabriela. Mein Stress. Ähm, sie bleiben hier. Sie passen auf Herrn... Herrn Fleisch... Hacker? Hacker auf. Hacker. Fleischhacker auf. Fleischhacker. Sie sorgen dafür, dass er bitte hier bleibt. Er soll den Raum nicht verlassen. Nein, nein. Fleischhacker. Fleischhacker. Hacker. 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 Sie passen auf Herrn Fleischhacker. Aber schreien Sie auch nicht so. Wundervoll. Und wir drei... Ich will nach Hause. ...werden runter... Bitte, bitte besorgen Sie dafür, dass er hier bleibt. Wir drei gehen nach unten. Können Sie kämpfen? Ich kann Sachen werfen. Gibt es in dem Raum irgendwas, was man werfen kann? Ja. Gibt es hier eine Küche, ein Messer oder sonst irgendwas? Es gibt eine kleine Küchenzeile, da sind Messer zum Werfen. Es gibt mehrere sehr fragwürdige Kunstobjekte, die so als Briefbeschwerer genutzt werden. Gibt das? Einstecken. Dankeschön. Ein Hammer. Er hat einen ganzen, würde ich sagen, kleinen Werkzeugkoffer in Form eines Multitools an seinem Gürtel hängen. Ne, das habe ich... Das rückst du nicht raus. Ich würde an die Küchenzeile gehen und gucken, ob ich irgendein sehr scharfes, langes Messer finde. Also es gibt da so ein, naja, es ist nur so lange ein Santoku, aber es ist sehr scharf. Kein Küchenlok oder sowas. Okay, ja, würde ich nehmen. Mhm. Find ich da auch noch eins? Und du noch ein Brotmesser, das ist gezackt. Das nehme ich. Ja. Das nehme ich gerne. Na gut. Ja, ansonsten gibt es hier schwere Holzmöbel, die man auseinandernehmen könnte. Haben wir Panzertape? Gabriela, weil als du das fragst, nickt Gabriela und greift in die Tasche von ihrem Putzküttel und hält ihr Panzertape entgegen. Okay, dann möchte ich gerne einen der Stuhlbeine auseinandernehmen und möchte gerne das Messer von der Studentin auf das Bein packen und ihr das wieder zurückgeben. Dann hat sie jetzt einen Speer. Großartig. Das ist ein Brotmesser, damit kommen sie nicht weit. Vielen Dank. Auf den Kopf. Ja, nicht auf ihren, auf den Kopf von Zombies. Ja. Carol, Sarah neigt sich vor. Du bleibst hier. Alison antwortet mir nicht mehr. Okay. Du bleibst auf jeden Fall hier. Egal, was passiert, du bleibst auf jeden Fall hier. Und wenn der Helikopter kommt, dann gehst du mit diesem Helikopter mit. Egal, was sonst hier passiert. Du musst in diesen Helikopter steigen, das musst du mir versprechen. Oh, ich würde gerne bei Gabriela bleiben. Carol? Keine Heldentaten, okay? Ne, das wird eher dreckig, das wird eher keine Heldentat, aber ja. Steig einfach, steig einfach in den Heli. Und ich würde mich losreißen. Und würde einfach losgehen. Sarah und Carol haben Händchen gehalten, ja. Die Frau von Dr. Beck. Ja, ja, ich merk das, hier betrügt jeder mit jedem. Schon okay. Ich würde das Büro verlassen und würde... Da außen steht der Labrador. Geh rein, komm, geh rein jetzt. Der trabt fröhlich an dir vorbei. Oh Gott. Und dann geh ich den Flur Richtung Treppenhaus. Ich hinterher. Ja, same mit meinem Speer. Gabriele, schau dich an. Und? Wie läuft's? Scheiße. Ja. Oh ja. Und sie? Sind ein Pothead, ha? Oh. Ja. Wo sind hier Schränke? Ich schaue mich um das Schränken. Es gibt eine ganze Reihe Schränke hier. Ja. Irgendwas, wo es danach aussieht, dass da Klamotten drin sind. Du machst dann auf und da sind Kittel, die für eine schlanke Frau geschnitten sind. Oh, perfekt. Ist zum Glück recht dürr. So. Kannst du es wenigstens halbwegs anziehen, ja. Entschuldigung. Auch mit schöner Stickerei. Chefärztin. Dr. Alice Mack. Zack. Gut. Was mache ich jetzt? Ich soll hierbleiben. Carol hat gesagt, wir sollen auf dich aufpassen. Aber um ehrlich zu sein, könnte es mir nicht egaler sein, was mit dir passiert. Ja, dann. Schaue ich mich nochmal im Raum um? Die drei verbliebenen Frauen starren dich an. Passt auf. Schaut euch doch mal an. Habt ihr schon mal einen Zombiefilm gesehen? Ja. Du hast ein Rotmesser? Ein Skalpell? Hast du? So ein Gemüse? Die sind schon raus. Die sind schon weg. Achso. Ja, Gabriela. Hast du mal gesehen, wie die in den Krieg ziehen wollen? Ist doch amateurhaft. Bei hier. Resident Evil. Oder Dead Rising oder so. Kettensäger am Arm. Pass auf, wir basteln jetzt was Schönes. So eine richtig mordsmäßige Waffe. Oder? Hilfst du mir? Ja. Super. Wir haben noch Gaffertape. Top, das neben mir. Noch eine halbe Stunde. In der Küche gibt es eins von diesen vibrierenden Fleischmessern aus den 80ern. Super. Super. Wir basteln da alles dran. Gut. Was gibt es noch vielleicht? Also, wir nehmen Stuhlbein. Als Stiel. Dann obendrauf. Was hast du noch dabei? Tape. Die Dings aus den 80ern. Was ist das? Kennen Sie nicht? Wir wollen mal mit dem Braten aufschneiden. Perfekt. Machen wir oben drauf. Machen wir eine Leitung. So, ich hole meinen Leathermane raus. Ja. Ziehe mein riesiges Leathermane, womit ich vergessen habe die ganze Zeit anzugeben, naja. Und montiere mit Leichtigkeit diese heftige Rasierklingwaffe. In einer kurzen, seltsamen Montage, bei der Sarah im Hintergrund steht und sagt, was genau? Was passiert hier? Du und Gabrielle, die den Vordergrund machen und Jesse nervös auf und ab geht, baut hier eine super Waffe zusammen. Deiner Ansicht nach zumindest eine super Waffe. So. Freunde. Mädels. Bis hierhin war es ein heißer Ritt. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, ein Herz sich zu fassen und... Ja, lass jetzt mit Ihnen, Gabriele macht die Tür. Bis später auf. Durch Rennen hast du dich hinterher. Ja. Ihr müsst irgendwie in das Zwischenstockwerk gelangen. Kommt man da übers Treppenhaus hin? Nein. Und wie kommt man denn da hin? Mit dem Fahrstuhl, wenn man die freie Schaltkarte von einem der Chefärzte hat. Ah. Der hält auf den Zwischendecks sozusagen. Das hätten wir vorhin schauen können, ob sowas vielleicht im Büro ist. Könnt ihr gerne gemacht haben? Habt ihr nicht gefunden? Ähm. Ich würde gerne schauen... Also in dem Büro von Dr. Mac auf jeden Fall nicht. Ähm. Ich würde gerne schauen, ob ich die Lifttür aufgestemmt bekomme, weil ich müsste doch eigentlich über den Liftschacht auch in das Zwischenstockwerk klettern können. Nein! Okay, ich bin aber jetzt erstmal nur am gucken, ob ich die Tür aufbekomme, ne? Ich kletter noch nicht. Ja, du kannst gerne sagen, dass du es lässt, wenn du merkst, dass es ziemlich Kraft braucht. Bitte? Aber was ist der weitere Plan? In das Zwischenstockwerk kommen. Und wir sollen da alle runterklettern? Ja. Und wenn wir Kevin dann finden und dann klettern wir über den Liftschacht wieder zurück. Dann überlegen wir uns, wie wir wieder hochkommen. Okay. Hier ist Steven Locke. Mary, bist du da? Ja, hallo. Mary, wie läuft es denn so? Super, wir sind auf dem Weg. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Kevin. Äh. Oh Gott. Aber es sieht gerade nicht so gut aus. Ja, ihr habt noch ungefähr eine Stunde, Mary. Du machst gerade den zweiten, oder? Ja. Darf man das? Ja, nur die oberste geschlossene darf man nicht. Aber dann fällt doch der obere... Okay. Das sind keine Jenga-Regeln. Wir spielen ja auch nicht Jenga. Wir spielen Dread. Ja, ja, eben. Das ist ja noch riskier. Du stimmst die Tür auf. Ja, der Fahrstuhl ist irgendwo unten. Du erinnerst dich, hier hat er den runtergerufen und ins Erdgeschoss. Und vor dir hängen die Drahtseile und ein Gegengewicht. Ansonsten ist der Schacht leer. Nur von unten hörst du leises Bollern und... Müsst es nicht auch eine Leiter oder sowas am Rand beim Schacht geben? Es gibt da so ein paar, ja, halbrunde Leisten, die da dran geschweißt sind. Ja, super. Mhm. Sehe ich das Zwischenstockwerk? Ja. Wie weit ist das unter mir? Das ist nur zwei Meter unter dir. Ach, nur? Mhm. Und das ist auch eine geschlossene Tür? Ja. Gibt es da einen Vorsprung, auf den man runterfallen kann? Ja, einen sehr schmalen. Toll. Wie hoch sind meine wahrscheinlich? Und du siehst, dass es dann eben so einen Hebel gibt, mit dem man die Tür von innen, so einen Feuerwehrhebel, tatsächlich aufpumpen kann quasi. Okay, das heißt, ich muss das von innen nicht aufstemmen können. Ja. Ich muss nur auf die Höhe kommen. Mhm. Okay, äh, wer von euch hat eine gute Note in Sport? In Volleyball. Oh, ich werde das so bereuen. Ähm, haben wir irgendwo vielleicht irgendwas, was ich als Seil nutzen kann, zur Sicherung oder sowas? Feuerwehrschlauch? Ja, ich hätte gern Feuerwehrschlauch. Den könnt ihr einfach aus dem Kasten an der Wand abrollen und runterlassen. Aber, aber... Warum denn ich? Ich brauche, dass du mich sicherst. Ach so. Aber das können wir ja alle machen. Die Tür zu Dr. Max' Büro geht auf. Gabriella kommt raus, gerannt, läuft in der Tür gegenüber rein und kommt dann mit einem elektrischen Messer, das sie in der Hand schwingt, wieder raus. Nein, das ist noch während ihr eure Montage habt. Ach so. Dann rennt wieder zurück. Ähm, ähm... Von jemandem, der mit Gaffer-Tape arbeitet. So, Gabriela, super! Sicher können wir alle, wir halten dich alle fest. Cool, dann, äh, werde ich jetzt mein Leben riskieren. Yay! Und werde versuchen, mich mit dem, mit dem Feuerwehrschlauch zu sichern. Und dann, ich möchte mich nicht drunter hängen lassen, ich möchte versuchen runter zu steigen. Mhm. Gezählt, aber möchte gesichert werden und hoffe, dass die mich halten. Irgendwie, ja. Gerne die zwei. Ohne Herrn Fleischacker, sie müssen... Der ist noch gar nicht da, oder? Der ist noch gar nicht da, ja. Ah, der ist noch gar nicht da, also nur die zwei. Mhm. Und dann versuche ich da runter zu kommen. Naja, du kannst da runter klettern. Tatsächlich musst du dafür nicht ziehen. Du bist jetzt doppelt gesichert, hast dir Zeit gelassen. Brichst dich langsam runter und bist du auf der Höhe der Tür. Höre ich was dahinter? Super. Bissssss,ーいchschschsch. Nürfende, fleischige, saftige Geräusche. Ist alles gut da unten? Alles okay? Ähm, wie viel Ahnung habt ihr von Physik? Ich bin gut in Volleyball. Ich verkauf Pillen, den Rest kannst du denken. Okay, super. Ähm, ich werde schießen müssen. Während ihr mich sichert. Weil ich weiß, dass da was hinter der Tür ist und ich muss diese Tür öffnen und ich werde wahrscheinlich relativ zeitnah schießen müssen. Bitte lasst mich nicht fallen. Super, das ist mein Plan. Wir lieben es. Ich möchte die Tür öffnen. Du fängst an, sie öffnet sich einen Spalt und dir kommt etwas entgegen wie so eine Fettfalte. Haut, rosa, leicht behaart und sie glitscht einfach so durch den Spalt in deine Richtung. Es riecht leicht säuerlich und nach Schweiß. Eine Fettfalte? Ja, wieso? Hängt das an was dran oder ist das einfach nur flüssiges Fett? Späß dran vorbei, die Beleuchtung dahinter flackert. Das ist an etwas dran, was eher fast, ich meine, du kannst natürlich nicht durch die stählernden Türen durchgucken, sondern nur durch diesen Spalt, der größtenteils von Fleisch ausgefüllt ist. Es hängt an etwas dran, was ein bisschen aussieht wie ein Spinnennetz, nur dass es aus Fleisch gewachsen ist und pochende Adern hat, die sich da durch den Gang ziehen. Was? Und so ein großer, großer Blob liegt direkt vor der Tür und fängt jetzt an so den Weg des geringeren Widerstands zu gehen und der Schwerkraft zu folgen in deine Richtung. Aber ich bin doch seitlich. Dreht sich das in meine Richtung? Nein, nein, das quillt einfach nur durch den Spinn. Okay, aber das reagiert nicht auf mich. Das ist einfach nur ein neutrales, komisches, verseuchtes etwas. Ja. Okay, ich würde mir gerne einen Teil von meinem Ärmel abreißen und von meinem Mund hängen, falls das irgendwie ansteckend ist, weil ich möchte das nicht einatmen. Und dann würde ich die Tür weiter öffnen. Kuppelt sie weiter auf und dieser Sack sackt so zu einem Drittel in den Schacht rein, bis er sich stabilisiert und dann leise wobbelt. Vor dir ist tatsächlich in dem Gang einzelne Stränge, wo du auch Adern siehst, die pulsieren und verschiedene Organe, die sich daran bewegen. Und teilweise siehst du auch noch so Reste von ein paar Fingerspitzen, die irgendwo rausragen, ein einzelnes Auge. Also, aber einfach miteinander verwachsene Körpermasse, die noch sehr lebendig an den Wänden klebt, teilweise in Fäden sich durch den Gang zieht und eben in einem so großen Blob. Ich glaube, Kevin ist ein Gebäude. Ich glaube, Kevin ist kein Mensch mehr, sondern Kevin ist jetzt ein Stockwerk. Ich glaube, Kevin ist ein Zustand geworden. Okay, wir müssen das alles abfackeln. Die Tür geht auf und oben bei euch und in den Gang tritt Fleischacker. Was gibt's, Leute? Was habt ihr in der Hand? Wollt ihr was löschen? Mit einer improvisierten großen Batterie und dergleichen an die angeschlossen ist ein elektrisches Messer, das... ...kopfdruck bewegt. Äh, wir, 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 wir sichern Carol. Alles gut aktuell. Was haben Sie da in der Hand? Der Schleißer 3000. Möchten Sie auch runter und Carol unterstützen? Wo ist sie denn? Bei, äh, Kevin unten. Hallo? Hallo, Carol? Kevin? Es ist Fleischacker. Gehen Sie, gehen Sie wieder zurück ins Büro, Fleischacker. Aber er hat eine Waffe dabei. Ich bin schwer bewaffnet. Was machen Sie denn da? Unten im Schacht gibt es ein lautes Knirschen und Dröhnen und dann wird die Klappe, die Zugangsklappe zu der Kabine vom Fahrstuhl unter dir von unten aufgedrückt. Und einen Ellenbogen, eine Schulter und dann einen Kopf von unten hochgedrückt. So wie als würde da Teig aufgehen und gährend Körperteile nach oben treiben. Okay, Leute. Ein erster Zombie purzelt regelrecht ungelenk in den Schacht hinein, macht ein paar Schritte zur Seite und läuft gegen die Wand. Okay, uns läuft die Zeit davon, Leute. Ich werde jetzt in diese Stockwerke gehen und ich werde Kevin suchen. Ach, sie steht auf einem Fahrstuhl? Nee, der ist noch ein paar Stockwerke unter ihr. Sie hängt an einem Feuer, leeren Feuerschlauch im Schacht. Vom Fahrstuhl öffnet sich diese Luke. Zombies beginnen rauszuklettern und zu quälen. Ich muss da jetzt rein. Ich gehe Kevin suchen und ich würde mich in den Stock weggehen. Erstmal vorsichtig und gucken, ob dieses fleischige Etwas auf mich reagiert, wenn ich da drauf trete. Es zuckt tatsächlich zusammen. Du siehst, wie die vielen feinen Härchen sich aufstellen und du hörst irgendwo weiter den Gang. Cool. Ich löse meinen Feuerwehrschlauch und würde langsam Richtung gehen. Super. Danke, ich lang. Ja, wollen wir den Feuerwehrschlauch einholen und Fleischacker runterlassen? Gerne. Fleischacker, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Nützlich zu werden? Unten hat sich eine wuselnde Schicht Zombies gebildet auf dem Dach von dem... Es ist eh alles... Fahrstuhl. Ich wollte mit meinem Volvo fahren und jetzt ist eh der Punkt erreicht, wo alles egal ist. Den Volvo könnten wir jetzt gut gebrauchen. Den könnten wir unten draufschmeißen. Haben wir irgendwas, was wir runter... Irgendwas, womit wir die aufhalten können oder so? Ihr habt hier oben eine... Ihr habt Tabletten, ja. Ein Pillendöschen. Und dann? Dann sind sie abgelenkt erstmal. Ha! Ja. Schmeiß mal Pillen runter. Vielleicht rutschen die ja auch aus an den Dingern. Papier, Papier, wir kippen alle, alle. Das kann ich jetzt nicht hier machen. Das ist ja so dämlich. Du, was machst du? Als ob eine Masse von Zombies, die sich gegenseitig hochstemmen, jetzt von einem Papalin sich ablenken lassen. Haben Sie eine bessere Idee? Ja, seid nicht wahr. Ich schmeiß jetzt runter. Du fängst an zu kippen und du siehst, wie die ersten und auch die Zombies prallen, die die Köpfe heben. Und dann einer von denen anfängt zu schreien und in seinem Gesicht anfängt zu graben. Und du hörst auch einen Zischen und ein Brodel und siehst, wie das Fleisch sich regelrecht auflöst. Unter dem kleinen, fröhlich grinsenden, pinken Bärchen von, ja, Ralltunix. Das ist jetzt überraschend, hä, Fleischhauer? Fleisch Acker. Was ist da drin? Geil, weiter mit. Hier habe ich gegessen. Kamelle, Kamelle. Ja, verreckt. Alter. Hinter dir schreien die Zombies, als du den Gang aus Fleisch hintergehst. Kann ich nochmal zurück zum Luftschacht gehen? Ja. Hör auf, das reinzuwerfen. Damit kriegen wir Kevin getötet. Wir brauchen das da unten, wir brauchen das für Kevin. Wenn die das zersetzt, dann können wir damit auch Kevin zersetzen. Sollen wir eine Flüssigkeit draus machen? Ich schaue mir das mal an. Was ist denn das überhaupt? So, jetzt mache ich als Labor-Chef-Boss-Nerd mal einen Check irgendwie, was das ist. Dass ich mir die Konsistenz vielleicht aufbreche. Und die Packungsbeilage lese ich mir durch. Ja. Ja, Raltonex wirkt auf das menschliche Nervensystem. Das ist ein Beruhigungsmittel. Und das ist noch nicht zugelassen, wie du dich erinnerst, auf dem amerikanischen Markt. In Europa ist es verboten. Bei so firm bin ich so, okay. In Europa verboten. Okay. Kann ich mich daran erinnern, irgendwelche Artikel darüber schon gelesen zu haben? Oder aus Fachzeitschritten? Ja. Wenn ich ja anscheinend weiß, dass es in Europa verboten ist. Es steht im, es ist tatsächlich ein Abfallprodukt eigentlich aus der Forschung an einem stärkeren Krebsmedikament. Und es steht in dem Verdacht, dass es sich stark auf schnell wachsende Zellen auswirkt, als unangenehmer Nebeneffekt. Und also Stress, das ist eigentlich ein Mittel gegen Stress. Stress ist leider die häufigste Nebenwirkung. Ansonsten Haarausfall. Verlust der Zähne. Wie war dein Name? Ist nicht mehr wichtig. Das ist ja ein absolut giftiger Mix. Und gerade perfekt für die jetzige Situation. Ja. Ha! Also, Leute, das hier, bin ich davon überzeugt, dass das hier die Lösung ist für... Also das wird es, du weißt nicht, ob es irgendwas auf 1000 Grad nimmt, aber du bist dir ziemlich sicher, dass es, also du in Beobachtung nach von den Zombies, die da unten sich in Schmerzen winden und blubbernd Teile verlieren, die von ihnen abfallen, scheint es zumindest ihnen Schaden zuzufügen und vielleicht... Ja gut, aber das, denke ich, checken wir ja alle. Ja. Aber so als Chemiker, vielleicht über... also ist da irgendwas, woran ich merke oder dann auch ein höheres Verständnis habe, dass das hier vielleicht noch irgendwie effektiver sein kann oder wie man das einsetzt oder warum das jetzt vielleicht helfen könnte. Also du siehst auf dem Beipackzettel auch Dinge, mit denen man es auf keinen Fall gleichzeitig einnehmen kann, weil sie die Wirkung noch verstärken. Alkohol zum Beispiel. Ah, sowas, genau. Genau sowas meinte ich. Alkohol. Woran ist der Schlauch befestigt? Das ist ein Feuerwehrschlauch, der ist... Wasser. Ja. Nicht Alkohol. Rein theoretisch an eine Steigleitung angeschlossen, aber die ist nicht aufgedreht. Ja. Achso, also es ist nicht so ein Handfeuerlöscher. Nein, das ist wirklich so ein Feuerwehrschlauch, den man abrollt. Gut, Leute. Wir brauchen richtig viel Alkohol. Woher? Ja, hier war da nicht eine Küche und so. Ärzteoffices, da sind immer Alkoholstaatsachen. Weil das hier in Verbindung mit Alkohol multipliziert die Negativreaktion bei dem Zell, schnell zellerweiternden Virus. Gehe ich mal von aus. Sollten wir nicht Carol aufhalten, wenn wir eine Lösung haben? Ja, nee, ja, wieso? Die macht ihr Ding und wir liefern das nach, so gut. Inzwischen sind mehr Zombies über die halbzerflossenen unten emporgestiegen und fangen an, so eine Menschenpyramide langsam zu bilden. Wie ist sie? Carola? Carol. Nee. Jessie. Jessie und? Gabriella. Gabriella. Gabriella? Jessie? Die Tür wird aufgemacht. Ah? Lebt ihr noch? Wir brauchen viel Alkohol jetzt schnell, die stehen hier nur rum. Geht um unser Überleben. Jetzt wollen sie saufen. Nein, das geht um eine chemische Reaktion. Ah. Ja, schnell. Ich gehe währenddessen an die Öffnung und rufe runter. Carol? Ja? Ich glaube, scheinbar ist Fleischhauer irgendwie mal nützlich. Okay, was heißt das? Also, ich glaube, wir haben eine Lösung, aber komm erst mal, ich weiß nicht, wie lange die Zombies, also falls du da sicher bist, bleib da, aber ansonsten komm erst nochmal hoch. Niemand von uns ist sicher, aber wenn ihr was habt, was ich hier unten brauche, dann... Gang runter, sagt jemand Carol. Hat jemand Carol gesagt? Ja. Oh Gott. Aus dem Flur oder aus dem Schacht? Aus dem Flur. Leute, ich muss ganz kurz, ich muss was schauen gehen. Macht das da oben fertig, ich bin hier unten, sagt Bescheid, wenn es bereit ist und dann mache ich es damit, und dann würde ich in den Flur Richtung Carol gehen. Ich folge dem Geräusch. Die Fleischstränge rings um dich, die leise vor sich hin pochen, laufen zusammen an etwas, was mal eine zusammengesunkene Gestalt war, leicht zur Seite gekippt, den linken Arm ausgebreitet und die Knochen der Hand aufgefächert und als eine große Fläche an Haut an der Wand festgehaftet und der ganze Brustkorb hat sich geöffnet wie so eine Krysantheme und die Haut ist nach hinten geflossen und bildet so etwas wie eine dünne, durchscheinende Membran, auch mit vielen feinen Äderchen, die darin glänzen. Ja, warum nicht, ne? Wie ein Trommelfell fast, das auch jeder Bewegung leise vibriert in der Luft und unten sind noch Reste von einem Gesicht zu erkennen, eine fein manikürte Augenbraue, eine Nase, ein Mund, ein Auge. Kevin. Und sagt Carol. Hab ich gerade Dr. Mac gefunden? Ja. Die Frau macht mir Angst. Kann ich mich umsetzen, bitte? Oh Gott, Dr. Dr. Mac, oh mein Gott. Dr. Mac, oh mein Gott. Was soll ich tun? Was kann ich tun? Lassen Sie meine Frau in Ruhe, Carol. Es saß ihr Ernst. Carol. Der Tisch ist, gleich kracht ein Helikopter ins Krankenhaus. Siehst du, es geht nämlich schon los. Jetzt fliegt hier wieder das Fenster. Okay, ich würde mich im Raum umschauen. Irgendwo bricht was krachend zusammen in dem Flur. Ich würde mich in dem Raum umschauen. Carol, ich spüre meine Beine nicht. Ich, ja, ja, du hast auch, du hast auch keine Beine mehr. Ich habe ja das Skalpell noch, ne? Ja. Sehe ich, ich habe ja noch die Reste, ich sehe die Reste von ihrem Gehirn. Ich würde gerne das Skalpell nehmen und ich würde sie gerne erlösen. Da musst du auch nichts für ziehen. Du steckst das einfach hier. Der Knochen ist auch so aufgeblüht wie eine schaumige Masse. Wie eine, also eine ganz feine Krone, wie Gischt. Und da kannst du müllos durchstechen. Das tut mir leid. Das tut mir leid, Meg. Das tut mir leid. Und dann würde ich sie töten. Das ist wirklich ein Skalpell. Ich dachte, das ist ein Bleistift. Nein, das ist ein Skalpell. Ich habe mich gefragt. Bitte stichkalte Leute und auch nicht dich selber. Ich würde die jetzt... Was denkst du? Warum hast du ein Skalpell mit? So, was macht der Alkohol? Ja, Gabriela und Jesse sind damit beschäftigt, überall Schränke aufzubrechen, andere Türen aufzumachen und sie bringen dir Unmengen an teurem Gin und Scotch und Bourbon und Whisky. Alles rein. Die da reingegossen werden. Wir meinen jetzt eine Turbo-Anti-Zombie-Bombe. Ein Duft nach falscher Kirsche und Cassis steigt auf von den kleinen Bärches. Wieso wundert mich das gar nicht? Wodka. Alles rein. So, wer will? Was ist jetzt der Plan? Wie droppet Like a Bomb. Wohin? Like it's hot. So, bitte. Warte mal. Aber was ist jetzt genau der Plan? Das ballern wir den Zombies da unten. Einzelne, halb aufgelöste Bärchen drehen sich in Schlieren. Das Ganze hat inzwischen eine scheißbraune Farbe angenommen. Können wir damit nicht auch Kevin umbringen? Auch nicht schlecht. Wer ist Kevin? Der Patient Zero. Ah, unser Ticket da, ne? Hat die Carol erzählt. Unser Ticket raus. Ja. Ja, dann gib mal wieder her. Nein. Oder willst du runter damit? Nein! Ja, dann gib her. So, seid mich mal ab, ihr Hübschen. Ich nehm das Ding. Zwischen sind nur noch so zweieinhalb Meter Abstand zwischen der obersten Zombie-Hand und dem Eingang. Super, dann mach mal ein bisschen hin, Leute. Ich kann jetzt nicht hier alles machen. Vielleicht willst du ein bisschen was runterkippen. Nein, seid mich ab. Ja. Wir seilen dich ab. Seid mich ab. Du musst auch klettern. Du musst klettern. Du hast allerdings eine Hand voll. Deswegen. Hm? Ich hab eine Hand voll. Ja. Aber ich bin ja gesichert. Sehr gut. So. Ah. Du kannst auch sagen, dass du freiwillig es nicht schaffst. Nö. Okay. Ich erwähne das nur hin und wieder, dass wir die Regeln alle im Kopf behalten. Say goodbye. Nein, er hat auf Anhieb den einen lockeren Stein gefunden. Die G-Party hat dich am Arsch. Der ist sehr fest. Oh, okay. War noch kurz genug. Oh mein Gott. Nicht ganz außen? Doch, doch. Er pendelt zwischendurch etwas unsicher hin und her, aber dann schwingt er sich auch auf den leise vor sich hin pulsierenden Fleischteppich und sieht ein Stück den Gang runter. Kevin stehen mit einem Skalpell in der Hand. So. Achso. Und ich hab das Ding auch dabei, ne? Hab ich irgendwie im Gürtel oder so. Ja. Den Rücken geschlungen. Ja. So. Wo ist Kevin? Wahrscheinlich den Gang runter. Super. Ist das? Das hier macht den weg. Okay. Los, komm. Wir brauchen was. Ich fange jetzt an zu joggen. Auf sie zu. Wir brauchen auch was, um es zu beweisen. Haben wir eine Kamera oder so? Klar, wir haben doch ein Smartphone. Also, Sie haben ein Smartphone, ich hab ein Smartphone. Nö, Stoloten, haben wir eine Kamera? Klar, wir haben eine Kamera. Ja, wir haben Smartphones. Wir haben doch den ganzen Tag telefoniert. Mit Sarah, mit Margarete. So. Wer wollte nicht runter? Aber mit der Kamera meiner Mama. Ja, gut. Haben wir keine Zeit. Kann ich's mit meinem Handy filmen? Ja. Okay, großartig. Ähm, gut. Dann würde ich... Ja, muss ich fragen, ob ich meine Kamera mit meiner Kamera... Akku alle. Akku alle. Äh, ich würde... So, wir rennen jetzt durch diesen Gang und suchen Kevin. Ja, ich würde mitgehen. Aber ich möchte nicht rennen. Ich möchte schnellen Schritte... Du stehst vor dieser... Ja, wir haben nur gar keine Zeit. Also, dieses Trommelfell spannend eine Tür aus, im Grunde. Da ist eine Tür, die in einen Raum führt. Und auf der anderen Seite hörst du auch durchaus das Pochen von mehr von diesen Fleischadern. Und es bewegt sich auch wie so, als würde... Genau, das sich leicht hin und her bewegen. So, dann schneiden wir. Das ist halt nur eine so dünne Haut zwischen dir und dem Raum. Ich hab ein Skalpell. Genau, schneiden wir doch mal. Und ich würde einmal in der Mitte einen... Sauberer Schnitt. Ja. Schnitt machen, damit man das dann so aufziehen kann. Super. Es ekelt mich auch sehr. Ihr seht unten, wie ein erster Zombie nachdenklich nach dem Schlauch greift, den er in den Schacht runtergelassen hat und dran zieht. Ja, haben wir noch eine Lösung? Loslassen. Loslassen. Okay, dann schmeißen wir jetzt den ganzen Schlauch runter. Haben wir irgendwas, dass wir draufkippen können? Ist noch Alkohol da? Noch Alkohol übrig? Gabriela, da reicht dir. Noch eine Flasche Tequila. Ich nehme eine Flasche Tequila und... Haben wir einen Feuerzeug oder sowas? Ja. Ist der so hochprozentig... Er hat sein Feuerzeug von seiner... Blunt oben liegen lassen. Ja. Ist das so hochprozentig genug, damit es brennt? Ja. Ja, schon. Ja, das ist eine Chefärzte, muss auch. Ja, eben. Ich nehme den Whisky und drücke ihn weiter in die Hand. Dann versuche ich... Mit dem Tuch noch irgendwie? Hat er bei Gabriela ein Putz? T-Shirt. Gabriela hat auf jeden Fall... Ich weiß, worauf du anspielen willst. Du hast ein nicht billiges, feines Hemd an, ja? Ja, scheiß drauf, das können wir es überleben. Dann ziehe ich sie in die aus, ziehe mein Hemd aus, stopfe sie in die Flasche und dann bastle ich mir so halt notdürftigen... Molle, wirft jeder Molle-Tops. Das kriegt er hin? Das kriegt er hin, aber die Frage ist... Schon eine heftige Aktion. Ob er werfen kann? Hä, muss er nur runter in den Gang? Muss er nur fallen lassen. Aber irgendjemand hier ist ja Volleyballmeisterin. Ja, aber wozu denn? Es muss ja nur fallen gelassen werden. Naja. Okay, ich übernehme die Flasche. Von denen haben langsam auch so eine kleine Pyramide gebildet. Jetzt so fällt der Schlauch von oben auf sie drauf. Ich zünde das T-Shirt an. Oh, Keeper nicht. Und warte, bis es am Laufen... Oh je. Wenn der Hund zuständig verantwortlich ist, was passiert dann? Naja, es gibt auch einen Hund im Spiel. Ja, eben. Der steht neben euch, hechelnd. Okay, also ich zünde das T-Shirt an. Und lass es ein bisschen anbrennen. Ja. Und warte, bis es so... Ja, es wird auch schon warm. Dann würde ich es dann in dem Moment einfach so schön in die Mitte runter schmeißen. Einen richtig schönen Aufschlag runter. Das zerschmettert auch sauber die Flasche. direkt an der ausgestreckten Hand von einem der Zombies und dann an seinem Kopf zerprallt. Und so eine Wolke aus Scherben und brennendem Alkohol breitet sich über die Zombies aus. Ihr hört hinter euch eine kleine Explosion und dann helles, fiependes Kreischen. Okay, das ist voll. Brennt, ihr Schweine, brennt! Wir fehlen lassen nach. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wollen wir durch? Ich würde das aufreißen und würde in den Raum rein. Du schneidest das auf, schiebst das beiseite. Deine Finger greifen da in Haut und eine dünne Schicht Fettgewebe rein. Lassen Sie das doch nicht an! Und du siehst drin, das war mal ein Operationssaal, über den mehr oder weniger wie so zerschmolzener Käse Fleisch geflossen ist. Aha! Aber auf dem OP-Tisch liegt noch eine einzelne erkennbare Gestalt, wo das alles so in dünnen Fäden anschließt. Ist das Kevin? Ein junger Mann mit einer Kopfverletzung und der offensichtlich gerade dabei war, operiert zu werden, auch eine Maske im Gesicht hat und jetzt langsam den Kopf in eure Richtung dreht. Ich hole mein Handy und drücke auf Filmen. Ja. Ist das Kevin? Ja, mach! Mach! Streckt eine Hand aus. Ich helfe! Nee, jetzt ist stunden. Schluss, Kevin. So, ich läd den ganzen Behälter schön vorsichtig, gleichmäßig, fließend, über die Gestalt, über den Stuhl. Fängt an zu schreien, greift mit der Hand auch nach dir, versucht an dir zu ziehen, während sein Fleisch anfängt zu schäumen und aufzublubbern. Entschuldigung. Danke. Sehr gut untermalt. Gerne, gerne. Und aufzublubbern, während er sich Stückchen für Stückchen auflöst, denn das Fleisch fließt ihm vom Schädel. Für einen letzten Moment seht ihr noch die Augäpfel, die dann mit einem Pfff, Pfff, zerplatzen. So, ist drauf. Geht nochmal nachher. 60 FPS, 4K. Das Fleisch ist umzuckt. So, ist noch was drin? Nur noch so ein paar letzte Reste. Okay. Die Zombies zucken auf einmal alle, wie seht, bilden einen regelrechten Wirbel und dann fangen sie an, wie die Wahnsinnigen sich aufwärts zu stemmen, übereinander zu klettern, treten sich auf die Schultern und versuchen irgendwie in den Gang reinzukommen, in den die beiden waren. Okay, wir beeilen euch, beeilen euch, dann können wir nicht mehr lange halten. Sind die in Hörweite? Ja. Gibt's eine Feuerwehrleiter? Draußen. Draußen eine Feuerleiter, ja. Wollen wir über die Feuerleiter gehen, nicht durch den Luftschacht, sondern über die Feuerleiter draußen, dann müssen wir nicht zurück. Ihr hört einen Klirren im Gang. Also, wir gehen zur Treppe, zum Dach, wir müssen ja zum Dach, geht auf, wir treffen uns da. Feuerleiter, Feuerleiter, wir gehen über die Feuerleiter. Wo ist die Security? Am Ende des Gangs einfach runter. Okay, wir müssen weiter und ich lauf Richtung. Du läufst, springst über Stränge aus Fleisch, die zucken und fiepende Geräusche von sich geben, während diese schaumige Masse sich durch sie durchfrisst und das alles Stück für Stück auflöst. Und du siehst, dass von draußen sich Zombies gegen das Fenster drücken, das du der Feuerleiter führt. Von draußen? Die sind die Feuerleiter hochgekommen und pressen sich gegen die Scheibe des Fensters, das auch schon einen Sprung hat. Können wir da die einfach runterschubsen? Also, wenn wir da was Schweres durchstoßen oder wir rammen die einfach und dann putzen die alle runter und ich fülle das hinterher. Hast du auch immer noch deine Pistole? Ich habe meine Pistole noch. Ja, schieß die ab, die müssen einfach nur runter vorstellen, bevor sie sich hochstellen. Die sind nur auf eurer Höhe, die pressen sich gezielt gegen diese Scheibe. Perfekt, ich ziehe meine Waffe und schieße. Schieß die ab, die müssen wohl weg, wir kommen hier nicht durch. Karol. Was macht ihr währenddessen? Kann ich sie unterstützen? Ich hätte nochmal gerufen. Indem du sie nicht abläckst. Okay, aber wir wissen jetzt, dass die zur Feuerleiter treffen, das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie es geschafft haben. Sie sagen ja. Okay, dann würde ich gerne das Walkie-Talkie-Dings da nehmen und gerne eine Message absenden. Oh Gott. Hallo? Hallo? Mary? Sind Sie das? Ja, wir haben es geschafft. Ihr könnt jetzt den Heli schicken, aber vielleicht müsst ihr nochmal Carol kontaktieren und so. Aber wir haben es alles geschafft, wir haben uns getrennt, aber treffen uns jetzt quasi um. Sie können mir doch sicher die Beweise schicken. Ja, ich war nicht, also, ich bin bei den, äh, also, ähm. Mary Schüsse durchs Glas, Zombies fallen rückwärts und dann kannst du das Fenster raustreten und raus auf die Feuerleiter. Und die haben für einen Moment so ein paar Sekunden Luft. Fleischer, sieh vor, ich hab die Waffe. Ja, 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 ich kletter schnell durch, du hältst mich, damit es auch unproblematisch gelingt. Ich gieße den Rest da noch schön drüber, schmeiße es hinterher und reiche die Hand, ziehe Carol hinterher und wege ihn hast dich hoch. Hoch, 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 hoch. Ja, vielleicht können Sie, also, Sie können ja Carol nochmal kontaktieren, bitte. Die, die hat die Beweise. Ich hab Carols Nummer, ich werde mich bei ihr melden. Ja, sehr gut. Du spürst dein Handy in der Tasche vibrieren. Ist grad schlecht. Carol, bitte schicken Sie mir doch die Beweise. Ich bin auf einer Feuerleiter. Ja, und da werden Sie sterben, wenn Sie mir die Beweise nicht schicken. Wer ist denn dran? Ja, hinter euch wälzen sich. Wer ist denn dran? Wir müssen schnell hoch. Klettern, eigentlich, also tatsächlich fast spinnenhaft, die Zombies. Wer ist dran? Ja, das ist der Dude vom, ja, an die Nummer. Ah, der will das Video. Ja, der will das Video. Ja, schnell schicken los. Okay, kann ich das schicken, während ich hochkletter? Ich verliere wahrscheinlich Zeit, ne? Aber ich versuche es. Ja, so, verlierst Zeit. Also, Fleischacker ist dann ohne dich auf jeden Fall schneller, während du darauf eintippst. Okay, ähm, wie viele habe ich denn unter mir? Oh, ich will nicht nochmal schießen. Äh, ich schicke jemand davor. Ich nehme mal für das Handy. Geben Sie mir das Handy. Ja, ja, ich mache schon. Ich mache schon. Und ich schicke. Ich gebe ihm auch nicht die Waffe. Okay. Was macht Fleischacker dann? Er hat immer noch seinen tollen elektrischen Schneidespieler. Der kommt jetzt zum Einsatz. Ja. So, ich lasse hier einmal durch. Mhm. Hol den Zerschneider 3000 raus. Hände greifen von unten durch die Finger. Säge ich direkt drauf. Du säbelst mehrere Finger ab, die einfach... Aber ich gehe natürlich auch weiterhin hoch, schön am Geländer entlang, immer hoch. Mhm. Das ist jetzt so mein Nerd-Rage-Moment. Vor dir bildet sich so langsam eine Welle von den Zombies, die in die vordersten zurückweichen, andere, die über sie drüber klettern, siehst leere, graue Augen und die aufgerissenen Münder in fahrenden Gesichtern mit diesen dreiecken Zähnen, die alle in deiner Richtung gefletscht werden. Ah, eins, ah, struhe ich. Während sie von hinten langsam von diesem Schaum eingeholt werden und sich auch Stück für Stück davon infiziert werden. Auch diejenigen, die mit Händen oder Knie in Kontakt mit dem Raltonex bekommen. Aber trotzdem sind sie immer noch genügend und dann fangen die ersten an, in deine Richtung zu springen oder von den anderen geschleudert zu werden. Zu springen? Ja. Du wolltest schnelle Zombies, Pia. Wann habe ich das gesagt? Danke, vor zwei Wochen, Pia. Aber Pia, wir bleiben ja auch nicht stehen. Äh, Kerel. Wir wechseln kurz zu euch. So, ist jetzt das scheiß Video endlich hochgeladen? Das kann nicht so lange dauern. Können wir voll Sprint hoch. Es gibt eine Feuerrettungsleiter, ansonsten soll man das Treppenhaus benutzen. Ja, aber es gibt, gut, aber die Feuerleiter wissen wir, wo die ist, ne? Ja. Ja, wer steht denn noch bei uns? Gabriella. Jesse, Gabriella und Sarah. Okay, also sind alle mitgekommen bei der Alkoholaktion. Ja gut, dann Feuerleiter. Der Plan ist, wir treffen uns oben. Und hinter euch quellen die ersten Zombies so Arme, die hochgreifen. Ja, let's go. Warum nutzen die nicht das Treppenhaus? Das musst du nicht mich fragen. Aber wir stehen am Aufzug, ne? Ja, wir haben ein Treppenhaus. Das Treppenhaus ist direkt nebenan. Ja, dann nehmen wir das Treppenhaus. Nein, die müssen wir nicht. Ich bin woanders. Nein, nein, nein. Die haben das jetzt verkackt. Die müssen die Feuerleiter nehmen. Müssen wir nicht, aber... Ohne unseren Hinweis hättet ihr das jetzt gemacht. Das ist ja vollkommen egal. Du stehst für eine Sekunde zögerlich. Der erste Zombie schiebt seinen Oberkörper in den Gang und krallt sich vorwärts. Ein anderer versucht sich neben ihm, quasi über ihn drüber zu ziehen. Die sind ja über uns. Schmatzende Geräusche. Also die sind direkt am Treppenhaus, während die Leiter am Ende des Ganges ist. Ja. Dann haben wir ja keine richtige Wahl. Dann direkt rein ins Treppenhaus. Rein ins Treppenhaus. Rein ins Treppenhaus. Ihr rennt hoch. Und ihr rennt auch hoch. Und Zombies springen dir entgegen mit ausgestreckten Händen. Ja, aber dieses Video ist doch jetzt langsam mal oben. Ja? Ja, dann kann ich ja jetzt zum Vollsprung hochrennen. Na gut, Leute. Oh mein Gott. So, danke für gar nichts. Hä, wieso wie für gar nichts? Sie hätten mir einfach die scheiß Waffe geben können. Du hast doch eine Waffe. Ja, super, super. Aber auch mit der Schusswaffe hättest du einen Stein ziehen müssen. Ja, ist mir schon klar. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ist an. Ja. Oh. Oh. Oh mein Gott. Vorsicht, Kieber von hinten. Das ist die längste Jenga-Runde unseres Lebens. So, easy. Alter. Okay. Ja. So. Du hackst noch eine zugreifende Hand ab und dann rennst du hinter Carol her die Treppe hoch. Tschak, 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 tschak. Ist das Video jetzt oben? Ihr habt den Balken gesagt, es ist hochgeladen. Es ist hochgeladen, es ist hochgeladen, alles gut. Alles hochgeladen. Ihr rennt die Treppe hoch. Gabriela, Jesse, Sarah und ihr seht, wie die Essen-Zombies hinter euch mit Schwung ebenfalls ins Treppenhaus reingerannt kommen, von der Wand abprallen, sich orientieren und dann aber unter uns quasi. Ja, hechelnd hinter euch her. Und dann kommst du oben, du bist ja recht fit, an der Tür an und sie ist abgeschlossen. Großartig. Was los? Ist abgesperrt. Wie abgesperrt? Ja, oben ist abgesperrt. Ist das die zum Dach quasi? Ja. Ja, ist abgesperrt. Ach, scheiße. Hat jemand einen Schlüssel? Ich hab einen Hammer. Hier, was ist Sarah? Hast du dich einen Schlüssel? Nein, ich bin hier nur Gast. Security Manche ist gestorben. Warte mal, wer haben wir noch dabei? Ja, Gabriela? Gleicheisen in deiner Kiste? Nein, da hab ich keins. Ja, ihr habt eine Idee? Ah, sie deutet auf eine Feuerachst an der Wand. Perfekt. Let's go. Dann nehme ich mal einen kleinen Hammer und haue die Scheibe ein und tausche dann den Hammer gegen eine fette Axt. Ja. Und was machst du mit der Axt? Die Tür einschlagen. Am Arsch. Während unten ein steter Strom von geifernden, sprintenden Zombies die Treppe hinaufkommt. Du musst das jetzt schaffen, weil sonst hab ich gebackseated und deswegen sterbt ihr. Das heißt, du musst das jetzt schaffen. Du kannst auch sagen, ich schaff's nicht und dann machen wir irgendwie anders weiter. Oder du kannst sagen, du reißt den Turm freiwillig ein und opferst deinen Charakter dramatisch, um die anderen zu retten. Was weißt du genau? Ich wollte dir nur all deine Optionen nennen. Das liegt so, als würdest du mich an irgendeine Optionen leiten. Nein, ich will nur, dass ihr wisst, was ihr tun könnt. Oh mein Gott. Axt. Ja, warte, 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 warte. Ausgeholt, beherzter Schlag und dann ein Tritt dagegen und die Tür springt auf und ihr seht auf der anderen Seite die anderen gerade die Feuertreppe hochkommen. Haben wir gerade die Tür komplett kaputt gemacht? Ja. Ah, okay, cool. So, sagen Sie diesem Macker, der soll jetzt den Helikopter schicken. Hallo? Hab ich doch, ich hab schon Bescheid gesagt. Helikopter, das Video ist oben. Hinter denen, ihr seht noch Gabriella und Jessie und Sarah und hinter Sarah siehst du den ersten Zombie, der die Hand nach ihr ausstreckt, die Zähne gebleckt, das Gesicht ist bis hierhin aufgerissen, so dass er wie so ein Eifisch tatsächlich den ganzen Kopf herfällt. Ja. Ich möchte auf den Zombie schießen, ich muss Sarah irgendwie retten. Ach, die Sarah. So, jetzt rufen Sie doch mal zurück, der muss ja wissen, dass das Video jetzt da ist. Der weiß ja doch. Damit die jetzt den Helikopter in der auch schickt. Ich hab fucking walkie talkie. Wir warten jetzt auf den Helikopter. Dabei hast du nicht gerechnet, ne? Nein. Dabei hast du nicht gerechnet. Hab ich nicht. Hi. Ja. Nein, ein sauberer Schuss. Der berührt gerade mit seinen Fingerspitzen, gerade eben noch Sarah, bevor er nach hinten übergerissen wird und tatsächlich mehrere andere. Sarah stößt noch einen spitzen Schrei aus und sprintet weiter auf euch zu und ihr steht alle auf diesem großen H. H wie Hilfe. Ja. Willst du nicht mal zurückrufen? Wie denn? Du hast das walkie talkie. Herbert, du hast doch ein Video gesendet. Das musst du doch irgendwo hingesendet haben. Die hat dich doch angerufen. Du siehst auch, das hat er gesehen. Ja. Ja, dann rufe ich jetzt die Nummer an. Hi, Kyra. Du siehst, dass einige von denen so einen seltsamen, schaumigen Ausschlag haben, wo ihre Haut sich auflöst und anfängt zu Boden zu tropfen. Wir sollten, glaube ich, die Türen verbarrikadieren. Die Tür ist kaputt. Die Tür ist kaputt. Und die sind auch schon oben. Und die Feuertreppe hat gar keine. Ich würde gerne in meiner Verzweiflung einmal Blitzlicht einstellen und ein Foto mit Blitzlicht machen. Gut. Die zucken zurück tatsächlich für eine Sekunde. Und du siehst ihn mit der Axt und sehr weit aufgerissenen Augen. So. Wie lange wandert denn der da? Ihr hört doch schon, dass... In zwei Minuten... Das heißt, wir müssen jetzt zwei Minuten... Sarah steht neben dir, hält sich an deiner linken Hand fest. Pflichtet ihre Finger zwischen deine, wenn du es zulässt. Dann schaue ich... Ja, lasse ich zu. Schön. Dann schaue ich mich mal um, ob es hier irgendwie einen Ort gibt, an dem man sich vielleicht besser positionieren könnte. Da ist noch die Klimaanlage. Da kann man draufsteigen, ja. Gibt ja auch dieses Mini-Häuschen, wo jetzt Treppenhaus rauskommen. Ja, das ist so eine schräge Sache, da ist oben nicht viel Platz zum Stehen drauf, aber die Klimaanlagen, die Lüftungsanlagen, Sachen hier, die sind etwas höher, da könnte man draufklettern. Gibt es irgendwas, was man schieben könnte? Gibt es irgendwas, was ich wie so ein, was ich wie so ein, also wie ein Schild nutzen könnte oder wo ich irgendwie was zwischen mich und Zombies bringen könnte, um sie wegzudrucken? Ja, irgendwelche Angestellten haben ja wohl zwischendurch, obwohl das natürlich nicht erlaubt ist, gefeiert. Da ist ein Eimer, der als Mülleimer dient und ein paar sehr angeschlagene, so Strandliegen, mehr oder weniger aus Plastik. Großartig. Das ist nichts. Wir sollten versuchen, uns zu repositionieren. Es bildet sich so einen Halbkreis vor dir und dann kommt der erste Zombie in deine Richtung. Soll ich jetzt hochklettern? Das, äh, hoch, hoch, komm. Ich mach die Räuberleiter auf das Häuschen hoch und nutze ich mich hoch. Ja, gern, ja. Äh, ich schupfe Sarah und... Einer springt nach vorne und greift nach Gabriela. Oh Gott, oh Gott, wie viel Schuss hab ich denn noch? Ich glaub, wenn ich richtig mit... Also das eine Magazin ist jetzt leer, glaub ich, wenn ich... Oder höchstens noch ein, zwei Schuss drin. Wie weit ist die Helikopter entfernt? Du hörst ihn schon. Okay, ich seh Sarah, ne? Mhm. Die lebt noch. Ja, die hängt an dir dran. Wundervoll. Dann drehe ich mich zur Gabriela um, sag, es tut mir leid und schießt ihr ins Bein. Die stößt einen spitzen Schrei aus, fällt zu Boden und dann fallen sie über sie her wie so wie Schaben, die sich auf den runtergefallenen Krümel stürzen. Und ihr hört einen schmatzen und reißen. Selber schreit ihr ins Ohr. Ja, ist mir egal. Ich zieh sie mit und versuch sie auf die Klimaanlage hochzubekommen. Okay. Was macht der Fleisch acker? Ja, ich hab das ja als erstes gesehen und die nutzen mein Wissen gerade. Ja. Metaebene mäßig. Also, bin ich da ja schon oben gefühlt. Gut. Ne? Ihr seid da oben. Der Hubschrauber senkt sich langsam herab. Jessie versucht auch noch hoch zu klettern. Streckt die Hände in eure Richtung aus. Bitte, bitte. Jetzt ziehen sie hoch. Ich schneid ihr die Hand ab mit dem Schneider 3000. Du setzt an, sie zuckt instinktiv vor Schmerzen zusammen, ihr Griff löst sich und sie fällt runter in die wirbelnde Masse an Kiefern und zugreifenden Händen. So, jetzt haben wir mehr Zeit. Aber der Helikopter ist doch schon da. Er setzt jetzt langsam zum Landeanflug an. Dann kommen wir jetzt rein. Die Tränen krachten mit komplett Durchhilfe. Die Seitentür wird aufgemacht und ein hochgewachsener weißer Mann mit kurzgeschorenem schwarzen Haar und taktischer Weste und dergleichen und dem Ouroboros-Abzeichen schaut raus. Mary? Ja, hier. Hi. Dann streckt die Hand in deine Richtung aus. Auch sicher nicht gebissen? Nein. Schau mich an. Du wirst in den Schrauber gezogen. Jemand anders nimmt dich in Empfang und klack, klack, legt die Handschellen an. Ach, cool. Ja, hi, it's me. Und dann neigt er sich raus. Wir haben noch Platz. Guten Tag, mein Name ist Fleischacker. Ich habe dir das Mittel gegen die Zombies. Die Zombies fangen an, langsam wieder sich auf die Hand zu stapeln. Ich habe das Mittel gegen die Zombies. Den er deutet auf ihn. Das Video, da habe ich ja gegossen. Einer von den anderen bewaffneten Männern greift raus und zieht dich hoch. Wie viel Platz ist noch da? Zwei Plätze haben wir noch. Tja, war schön mit dir. Nein! Nimm mich! Ich will rein! Ich will rein! Nimm mich! Bitte! Kann ich nicht. Also, ich glaube, mir ist mein Zerschneider 3000, als ich hochgezogen wurde, runtergefallen. Der liegt da jetzt am Boden, ja? Ja, bei den dreien. Mhm. Gut. Die ersten Hände krallen sich über die Kante von der... Sarah, du musst hoch. Ich möchte, ich möchte, ich deute zu dem Ding, Sarah, Sarah muss hoch, auf jeden Fall. Ich zieh meine Waffe. Du nimmst den Fleischschneider, drei Trosel. Und richte sie auf den Pharma-Mann. Wirf es, wirf es. Parallel. Nein! What did you do? Ich übernehme mein eigenes Schicksal. Ich springe in die Zombie-Masse. Hände greifen in dein Gesicht, drücken sich in dein Auge, ziehen deinen Kiefer auf, etwas Weiß unter deinem Ohr, in deinen Hals. Oh Gott. Und dann greift dich jemand am Arm, du wirst hochgezogen, neben dir steht, wenn das sein Name ist, Steven Locke, der mit euch gesprochen hat und sagt, das war ein Scherz, wir haben genügend Platz an Bord. Ich hab noch mal eine Waffe, ne? Ja. Ich schieße auf ihn. Warum sitzt der, der ist vielleicht wichtig in diesem Handikopter? Es ist mir völlig egal, ich schieße auf ihn. Ich erschieße ihn. Dafür erschieße ich ihn. Okay, wir werden den Turm jetzt nicht wieder aufbauen, sondern ich denke, wir beenden die Runde damit, dass Carol mit dem ausdruckslosen Gesicht die Waffe zieht und auf ihn schießt. Ach, ist ja so ein guter Film geworden. Wenn der Hubschrauber langsam abdreht, während unter euch dieses so halb mit Fleisch überwachsene Gebäude beginnt, in sich zusammenzustürzen und den Schaum aufzulösen. Oh Gott. Alter. So. Ich würde sagen, Happy End, ne? Aber sehr schön. Ich fand das ein guter Moment, ja. Ich hab gedacht, wir kriegen da ein Duell noch, ne? Nö. Ich fand das auch gegen dich, ich bin doch komplett komplett unterlegen. Aber du hast den Hammer nicht geworfen. Dann hätte dich hier entschieden, wer... Nö. Mayre, wie enttäuscht bist du, dass er nicht vorher gefallen ist? Gar nicht. Ich fand es sehr schön, euch jedes Mal wieder zu sehen, wie er... Ich muss sagen, ich find's total krass, dass er nicht gefallen ist. Ich hätte auch gedacht, dass er viel früher war. Ich ging auch davon aus, dass das... Vor allem nachdem er schon irgendwie so ein verrenktes unteres Rückgrat hatte, der Turm, von Anfang an. Der Turm, ja. Ja, wild. Sehr wild. Das ist ein ganz... Das waren dann Zombies. Aber dass wir haben... Also das war quasi wirklich die angedachte Lösung dann mit den Pillen? Oder hast du uns das machen lassen, weil wir so verzweifelt waren? Nein, nein, nein. Ich hab von einem... Also ich hab hier direkt, direkt von Anfang an notiert, dass die Droge, also das Medikament, das er verkauft tatsächlich... Hat deswegen der Turm Anfang das nicht genommen? Ja. Weil sonst hätte er sich nicht verwandelt. Hätte er das schon gewusst, quasi. Ah, shit. Das war, ähm... Ich wollte nicht so früh schon den Hinweis droppen. Und das hätte auch nicht alles jetzt die ganze Zeit im Krankenhaus spielen müssen. Ihr hättet auch, wenn ihr sofort abgehauen wärt, erstmal woanders hin entkommen können und sonst irgendwie. Aber sowas eigentlich ganz schön, dass alles in diesem Gebäude war. Wir hätten entkommen können. Zombies euch belagern. Ja, klar. Aber wir hätten die Polizisten über den Haufen schießen können. Ja? Ach Gott. Ja, aber ich wollte ja gar nicht raus. Es war alles vollkommen offen. Hä? Aber die Polizisten... Achso. Wir hätten versuchen, euch bei Margarete im Keller zu verstecken oder sonst irgendetwas. Ich meine, die... Ich hab alles probiert. Ich hab alles gegeben. Ja, ich hab probiert, dass du dranbleiben. Aufzuhalten ging am Ende nur, indem man den Patient Zero umbringt. Also der Platz ist dir jetzt auf jeden Fall sicher in der Zeitung. Ja, das ist großartig. Es ist großartig. Also für mich hat sich quasi alles... Aber das heißt, wir haben die Welt gerettet, ne? Ja, die Welt gerettet, ja. Dann hätte sich's ausgebreitet. Der schöne Volvo. Ja. Der hat immer noch Reste von Mario auf der Motorhaube. Und wurde jetzt zugeschüttet vom Gebäude. Ja. Du bekommst dich ja neu. Schlecht. Ja, ich hoffe von dir. Warum von mir? Ja, wie ihr mich alle aufgehalten habt, da mit meinem Volvo wegzufahren. Und dann kamen die Polizisten. Ich wollte mich denen übergeben. Naja, wir hätten das schon irgendwie geschafft, da rauszukommen. Glaube ich auch. Ihr habt's jetzt auch fast alle geschafft. Eben. Fast alle. Ich meine, jetzt habt ihr das Problem, dass ihr gerade den Sicherheitschef von Ouroboros erschossen habt. In seinem eigenen Helikopter. Wenn wir ran, so beöffnete Leute neben euch stehen. Ich war... Der ist selbst schuld. Hätte in so einer ernsten Situation nicht so einen Joke gemacht. Ja. Hat mein Leben gekostet. Vor allem macht es mein heroisches Opfer. Sowas von lächerlich jetzt. Es tut mir leid, ich hätte den nicht noch bringen sollen. Das ist gut. Alles gut. Ich habe mir auch direkt nachgedacht, das ist eigentlich gemein. Du hast meinen Moment zerstört. Das macht man nicht als Spielleitung mehr, Kulpa. Es tut mir leid. Das werde ich verziehen. Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte mich trotzdem runtergetreten. Das war so klar. Das wusste ich nämlich. Deswegen habe ich den Raten gerochen. Aber es war auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, kennt ihr die Verfilmung von der Nebel von Stephen King? Ja. Das bittere Ende, das noch viel schlimmer ist als in der Geschichte. Ja. Ja, so ein bisschen ist das so. Er hat sich geopfert für nichts. Wäre gar nicht nötig gewesen. Aber ich freue mich, dass Sarah noch lebt. Und dass ich ihre Frau losgeworden bin. Du kleiner Fitsche. Du, das ist für nichts. Ja, Gabriela ist auch... Ah, nee, die sind alle... Gabriela habe ich alles reingeschossen. Ja, stimmt. Das war immer so richtig so... What the... Ja, aber was hätte ich denn sonst machen sollen? Sonst wären vielleicht noch mehr von uns gestorben. Dass du die zweite Person getötet hast. Warum sonst? Jesse, hätten wir nicht opfern müssen. Naja, ich bin deinem Beispiel gefolgt. Ich war total... Da sind ja alle Lampen an in der Situation. Man ist ja komplett überfordert. Da bringt man auch einfach mal Menschen um. Und ich bin ja auch noch ziemlich dumm. Also nicht dumm, aber... Eine Zombie-Apokalypse erzeugt sehr viel Stress. Das ist richtig, ja. Und dann gehen die Leute, dann erschießt ihr euch da. Naja, klar. Ja, klar. Dann bin ich ein Vollidiot, der auch mal... So, noch mehr Zeit. Was hattet ihr für Geheimnisse mit? Hattet ihr noch irgendwas? Was war dein Auftrag? Warum hast du die Affen gesucht? Meine Mama hat... Meine Mama ist auch Journalistin. Hat vor Jahren, vor 20 Jahren mit dem Chef des Instituts schon mal Interviews geführt. Und der hat ihr gesteckt, dass dort illegale Bonobo-Versuche stattfinden. Das heißt, ich wollte die Story. Gleichzeitig ist Kevin jemand aus dem zweiten Semester, der die Nachfolge von der Studiezeitung bekommt, die ich aber haben will. Deswegen war es mir sehr recht, dass er gestorben ist. Also wir können es ja kurz durchgehen. Also von mir war alles drin, glaube ich. Was gesetzt wurde und was auch reinkam. Also Pia hat gesetzt, dass sie eine Affäre mit der Ehefrau von Dr. Mac hat. Sarah. Das war auch so ein Bullshit. Da haben wir so viel Zeit mit seiner Scheiße. Dass sie furchtbar allergisch gegen Hunde ist. Dass sie misophon ist, was Essgeräusche angeht. Und das nicht erträgt. Das war super mit dem ganzen Schmatzen wahrscheinlich. Die Vorstrafe wegen Diebstahl. Und dass deine Zwingungsschwester dich nicht leiden kann. Das ist nicht wirklich reingekommen. Aber dass du deine Waffe verloren hast. Und deswegen nur noch einen Taser. Die hat ihre Schutzwaffe verloren. Vor ein paar Tagen. Du hast deine Pillen selber getestet. Deswegen bist du zittrig. Das war ein Scheißtag für mich. Sie haben seltsame Nebenwirkungen. Dass deine Beziehung kurz vor kurzem in Brüche gegangen ist. Dass das jetzt nicht mehr mit reingekommen. Ja, du kannst alle Leute überreden. Du hast Forschungsdaten verschwinden lassen. Du hättest tatsächlich versuchen können, bei Dr. Mac irgendwie noch zugreifen, bevor sie sich auflöst in eine Fleischwand. Und dann hättest du noch auf sie einwirken können. Na gut, das Ding war aber dadurch, dass ich ja dann schnell durch die Quarantäne ja auch dann quasi meinen Job verloren habe, habe ich ja quasi meine komplette Grundlage, meine Lebensgrundlage verloren. Das Ding bin ich ja so abgedreht. Ja, das stimmt. Er hatte eine Hanfplantage, mit der er sich ein Zubot verdient. Trotzdem Pleite. Ein tolles... Hier steht, dass mein Gehaltsscheiß ist. Womit bessere ich das auf? Mit Gras verkaufen. Mit so einer Gartenlaube irgendwo im Wald. Er hat so ein tolles Multitool, auf das er stolz ist. Er hat seine furchtbare Ehefrau. Er ist abhängig von seinem eigenen Gras. Und er hat einen Sender tatsächlich, den er trägt, wo Margarete halt eben mitbekommt, wo er ist und wie seine Herzrate gerade ist. Das weiß er aber auch? Ja. What the fuck? This is fucking scary. Bei ihr ist es in Esther, die dir... Ich fand die süß. Sie ist nicht gut in ihrem Job und es ist nur eine Studi-Zeitung. Sie nimmt alles mit einer altmodischen Videokamera auf. Ihre Mutter hat ja halt eben gesteckt, dass jemand ebenmals gesagt hat, da laufen seltsame Dinge und die machen Versuche an Bonobos. Deine Schulden sind nicht mit reingekommen, deine Allergie ist nicht groß mit reingekommen. Ausstundlich habe ich Schulden bei meinem Sugar Daddy, mit dem ich vor drei Jahren zusammen war, der irgendwie 50 plus war und der presst mich mit unserem gemeinsamen Hund, der eigentlich bei mir lebt. Ja. Tilda. Wild. Und natürlich Kevin, der deinen Job kriegt. Ja, Kevin ist... Jetzt nicht mehr. Gone. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass das dein Studium... Dass wir wussten, wer das ist. Sie hat das immer wieder gesagt, dass das Kevin ist. Das ist jetzt ein paar Mal erwähnt, ja. Aber ihr konntet es nicht zuordnen, wer das ist. Also du hast ganz am Anfang gesagt, als der da so durchgetragen wurde, dass das Kevin ist, oder wie? Da habe ich es gehört, da habe ich es aber noch nicht gesagt. Ah. Weil ich hatte Angst, dass... Aber von woher hast du es gehört? Ich habe es ganz am Anfang, als sie durchgelaufen sind... Sie hat die Sonderfähigkeit, dass sie sehr scharfe Sinne hat. Das ist das Einzige, was ich kann. Deswegen hat sie mitgekriegt, dass sie den Namen von Patienten gesagt haben, von Patient Zero. Ah. Und ich habe das aber... Also ich habe das so auch nicht gehört hier. Oder ich habe irgendwas besorgen. Gut, dass du es nicht mitbekommen hast. Dann hast du es auch wirklich im Spiel nicht mitbekommen. Ich glaube, zu uns hast du es das erste Mal gesagt, als uns gesagt wurde, dass wir Patient Null holen müssen, als wir telefoniert haben. Und da hast du es das erste Mal angesprochen, dass der auf 4B ist. Ich hatte Angst, dass wenn ich das zu früh sage, dass du irgendwie misstrauisch wirst oder so, weil ich ihn kenne. Das tut mir leid, dass ich dich so abgefuckt habe die ganze Zeit. Ich fand es großartig. Das ist eine Dynamik, die regelmäßig auftritt, wenn ich Pen & Paper spiele, oder? wir hatten noch kein einziges Pen & Paper, wo wir nicht Gegenspieler waren. Du bist auch immer jemand, der abgefuckt ist. Also letztes Mal, als du den Dings bei Alien gespielt hast... Den Androiden. Den Androiden. Dann war ich nicht abgefuckt. Da war ich einfach nur ein Roboter. Ein Abgefuckter. Eine Sache. Den ganzen Abend stehen Getränke genau so, dass die immer irgendwie so waren. Oder jetzt schalt mal rüber auf die Totale. Ich glaube, nur bei dir tatsächlich. Ja, ja. Die Totale hatten die... Immer genau so. Super. Die Totale sehen wir aber zum ersten Mal. Bei der Kamera war es der Turm. Der war dann immer ungefähr hier so. Das war gar nicht in Absicht. Das war nur bei dir, ja. Deine Flasche hier, die hier, die stand immer so... Ja, da war die jetzt noch anders eingestellt. Aber da war dann auch... Das war insane. Vor allem am Anfang habe ich so rumgejogt, habe ich immer da irgendwie so... Aber irgendwann dachte ich mir, hä? Irgendwas ist hier... Das war keine Absicht. Ich wette im Chat haben die das die ganze Zeit... Weil das... Ich glaube, für nimmst du mal... Die ganze Zeit so immer... Du wirst halt zensiert. Als würde ich durchgehend zensiert. Wir können den Anblick deines Hemdes... Nee, für nächstes Mal haben wir einfach für dich so ein Kindersitz mit dem Auto. Das wäre nicht so ein Rebsicht. Ach so ein Booster. Alter, aber sei froh, weil ich war quasi nur in dieser Kameraeinstellung überhaupt zu sehen. Von daher... Also die Totale, die wir jetzt haben... Mach nochmal, Tarek. Nee, die. Selbst da, bei der... Warum sieht man so viel von mir? Also ich war quasi... Also ich hätte... Ich habe die Kritik gehört. Wir müssen an unseren Kameratotalen arbeiten. Das liegt aber daran, dass der Slider... Die war ja jetzt spontan entstanden, weil es zu Ende war. Das ist da keine Tarek nichts für. Hat der Tarek ja... Das war der Slider. Eigeninitiative schier... Schnell umgestellt. Hey! Hi! Ich dachte, ich gucke. Regie hat instant reagiert auf die Vertriebswahnseite. Ja, Regie ist großartig. Ich freue mich übrigens, dass wir heute nur Kurz-Audioprobleme hatten. Das macht mich sehr glücklich. Oh, Chet! Oh Gott, wir sehen den Chat. Wir sehen euch jetzt. Der Ton war heute toll. Ja, der Ton war großartig. Das freut mich sehr. Das macht mich sehr glücklich. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Das war total toll. Mairi, Kompliment. Tausend Stimmen, tausend geführt. Und dass wir noch hätten vom Haus springen können und in andere Häuser gehen. Ihr hättet alles machen können. Also ihr hättet... Der Klassiker ist in den Pub. Ja? Würden wir Zombies machen? Oh, Pub. Wir hätten in den Pub gehen können. Verdammt! Ihr hättet zu Margarete gehen können. Nee, bitte nicht. Oder woanders. Oh nee, Margarete ist toxik, ist fuck. Genau. Die hätte uns bestimmt alle verkabelt. Margarete wäre ganz schlimm gewesen. Wir hätten einfach alle GPS-Tracker bekommen. Wisstest du, dass deine Kollegin lesbisch ist? Habe ich dann erfahren. Ja. Also ich war zwischendrin ein bisschen so... Also ich habe überlegt, als das passiert ist, dass wir abgeriegelt wurden, was würde ich da machen? Also in echt. Weil du sitzt da fest. Du weißt, dass du nicht infiziert bist. Oder gehst aber schwer davon aus. Bist überzeugt davon. Und die lassen dich nicht raus. Was total doof ist. Und ich finde, dann irgendwie hoch in ein Gebäude zu gehen, nachdem da alle auch aufgefressen wurden drumherum, ist irgendwie so mit das Dümmste, was man machen kann. Ja, habe ich doch gesagt! Weil das einzige Out ist ja, auf irgendeinen Wunderhelikopter zu hoffen, was story-wise dann gut passiert ist. Aber ja, ich glaube... Ich habe auch einfach meine Position missbraucht, um zu Sarah zu kommen. Ja, übel. Ja, und ich wollte mich umbleiben wegen den scheiß Affen. Und warum waren die Affen jetzt genau auch Zombies? Wer hat das... Das war mehr oder weniger, sie haben direkt halt Proben von Kevin genommen und an ihren Testieren, weil Bonobos den Namen mit Menschen verwandt sind, um zu schauen, was das macht. Ach, die hatten das schon bekommen. Genau, das hat er ja mitgekriegt, dass Mario, der danach... Ja, so hype habe ich es mitgekriegt. Der wurde danach gewollwot, dass Mario den Affen was gespritzt hat. Und wie sind die aus den Käfigen rausgekommen? Weil sie sehr stark dann waren. Also wäre ich nicht in dieser, ich sag mal, sozial etwas inkompetenteren Rolle gewesen, hätte ich dir so die Leviten gelesen, was für ein Scheißplan ist. Ohne Mist. Also als Security-Chefin, ohne Mist. Ja, ich hatte... Am Anfang war ich voll im Modus, um euch wirklich rauszubekommen. Und dann wurde die Polizei überrannt. Und dann war ich so, alles klar, wir gehen eh alle hops. Ich gehe jetzt zu Sarah, weil die ist immer noch oben. Ich gehe davon aus, dass sie nicht evakuiert wird. Ist mir scheißegal. Ich gehe jetzt zu der Frau, die ich liebe. I don't care. Frau, die ich liebe. Ja, tut mir leid, dass ich eine erwachsene Frau bin und nicht 22. Allein schon, als ihr euch die Hände so gehalten habt, ganz am Anfang, war ich schon so, Nee, also... Also, wie gesagt, aber das Abenteuer, beziehungsweise das Setting hat euch in keine Richtung gezwungen. Ihr hättet in alle Richtungen irgendwie was ausprobieren können. Halt auch versuchen, als die Polizei ankam... Da war Schluss, ne? Als die Zombies dann kamen. Als die Zombies dann kamen, ja. Hab ich gemerkt. Da war dann irgendwann so, weil die Szene halt auch nicht weiterging. Nicht, ja. Ja. Also, ihr hättet vorher tatsächlich auch, als die Polizei kamen, hättest du auch sagen können, ich trete aufs Gas und mit meinem Volvo schiebe ich die schon weg. Der ist halt eben nicht aus Leichtmetall gebaut, sondern stabiles Ding. Aber so ist es jetzt ausgegangen. Ich wollte mich dann halt auch nicht von der Gruppe trennen. Ja. Das finde ich sehr gut. Ich gehe da durch die Polizei durch. Ihr habt kein Auto, nichts. Was willst du da machen? Also, das wäre schon anspruchsvoller gewesen. Ich weiß, das ist auch sehr zu schätzen. Tatsächlich. Wenn man beim Spielen halt eben sozusagen das mitdenkt. Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn man sich zu krass und zu oft und die ganze Zeit aufteilt und alle so Rambo machen. Deswegen habe ich mich dann lieber ausgezogen. Und habe es auf einer diplomatischen Art und Weise. Ich glaube, der Chat hat das appreciated. Wir brauchten auch ein bisschen Sexappeal während der Runde. Ja. Also, vor allem, dass der Typ, der sich vorher angepinkelt hat, sich dann auszieht, war auf jeden Fall Sexappeal. Aber es zieht auch irgendwie immer jemand lang. Letztes Mal warst du es. Das war vorletztes Mal. Vorletztes Mal. Das war auf der Isla Nebula. Ja, da habe ich versucht, einen T-Rex zu flashen. Und da hast Johnny damit getötet. Großartig. Ja, großartig. Ach, sie war es. Ich dachte, ich war schuld, dann Johnny ist tot. Da haben wir einen Hund auf dem Gewissen. Wir hätten den einfach mitnehmen können. Den haben wir auch einfach zurückgelassen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Der ist jetzt Zombie-Futter. Ich habe das nicht mehr betont. Ich hatte eine Hundeallergie. Ich hatte eine richtig kratze Hundeallergie und einen fucking Epi-Stick. Ich hätte den nicht retten können. Ich hatte richtig Angst, als du gesagt hast, zeigt, ob ihr gebissen wurdet. Dass du sagst, zeig mir dein Dekolleté, weil ich ja den Ausschlag im Dekolleté hatte von der Allergie. Ich hatte auch eine Allergie. Du hattest einen Ausschlag im Dekolleté? Ja. Und da hatte ich richtig Angst, dass du sagst, das wäre ein guter Ansatz gewesen. Ja, da hatte ich ein bisschen Angst. Ich sage immer, wenn man 80% von dem hingekriegt hat, was man wollte, das wäre noch so wie die zusätzlichen 20 gewesen. Dekolleté gesagt. Ich habe spezifisch gesagt, Hals, Nacken, Hände, Füße. Also wenn ich es so gemacht hätte, wie Max es wollte, hätten wir da einen Ausschlag bekommen. Ja. Scheiße. Ich möchte nur anmerken, nochmal vielen Dank für die sehr expliziten Andeutungen von Fleisch, Organen. Haut. Ich habe jetzt eine gefragt. Ja. Die Antwort ist ja, ich mag Cronenberg-Wippen. Ja, gut. Nein, ich finde, also Horror entsteht da, wo man Kategoriegrenzen im menschlichen Verständnis überschreitet. Und Lebewesen haben eine feste Form zu haben, wenn man das auflöst zum Beispiel. Das ist verstörend. Das ist so, also Monster. Ein Mensch, der zu einem Trommelfell wird, ist verstörend, ja. 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 Das ist halt... Vor allem, weil sich es jeder selber vorstellt und dann stellst du es dir so ekelhaft vor, wie man es sich halt vorstellen kann und dann wird es echt ekelhaft. Wow. Ich bin nicht an deiner Fantasie schuld. Nee, es war toll. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Es war richtig, richtig cool. Vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben, ich habe vielleicht Meiri heute schon gefragt, was wir als nächstes Pen & Papers machen. Das heißt... Ich bin für alle Vorschläge offen. Es wird wieder Pen & Papers geben. Dankeschön, dass ihr euch Zeit genommen habt und dass ihr heute an eurem freien Samstag hier wart und mit uns hier schwitzend saßt. Oh Gott, es ist so warm. Ja, es ist so warm hier drin. Es ist sehr warm. Danke für die Einladung. Ja, dankeschön. Same, vielen Dank. Ich fand es auch sehr großartig. Und nächstes Mal vielleicht was so im Fantasy-Universum. Da kann man mehr Scheiße bauen. Oh ja. Ja. Da fallen uns Dinge ein. Okay. Kühle Gedanken halt jetzt. Dugongs und Dragons. Haben wir mal gespielt. Wir waren dann alle unterschiedliche Varianten von Seekuh. Ja. Seekuh ist so süß. Lieber Chat, danke schön, dass ihr auch mit dabei wart. Vielen lieben Dank auch an die Motz. Ganz, ganz viel Liebe und unendlich viel Liebe an die Regie, die wieder an ihrem Samstagabend hier sitzt und einfach den ganzen Dingswumst. Ganz viel Liebe an Tarek. Haut mal bitte ganz viele Herzchen an Tarek rein fürs Regie-Führen und ganz viele Herzchen an Latti, die die von der Wand fallenden Fenster gemalt hat. Und die zwei haben sich auch wieder um die Deko und um den ganzen Hintergrund gekümmert. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Habt eine wundervolle Zeit. Schlaft gut. Genießt den Sonntagmorgen. Und checkt auf jeden Fall die Leute auch hier im Raum auf jeden Fall aus, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und auf jeden Fall schaut bei Orkenspalter vorbei. Das ist der YouTube-Channel von Mairi, die ganz viele Sachen zu Pen & Paper, zu Dungeons & Dragons, zu LARP, zu allem, was richtig nerdy und geil ist, machen. Und das auf einem Level, auf dem ich sehr nerdisch bin. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich spiele sehr viel über ein Spiel. Da lernt ihr das richtig. Und ja, dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Danke, dass ich euch ekeln durfte. Tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.